Meine Damen und Herren, es freut mich ausserordentlich, dass wir mit Ihnen zusammen beim Zmorgentisch sein dürfen. Vielleicht sind Sie ja so ein bisschen in Weihnachtsstimmung schon und wir werden jetzt alles machen, um Ihnen einen wirklich schönen, erholsamen, aber auch lustigen Sonntag zu bescheren. Das ist sehr einfach, weil ich habe nämlich an meiner Seite Barbara Klein und mit der Barbara Klein wissen Sie, da wird es einfach schon gut. Das ist so lustig. Das ist so sicher wie passend zum Sonntagsamen in der Schule. Wir haben einen Haufen für Sie vorbereitet. Es geht um Wohlbefinden, es geht um Best Aging, alles Begriffe, wo Barbara Klein dafür einsteht, wo sie selber auch lebt. Für Sie zu Hause, wenn Sie Barbara noch nie gesehen haben, das kann ich zwar fast nicht glauben, aber falls, dann einfach noch ganz kurz. Barbara Klein ist wirklich die Person, die weiss, wie es funktioniert. Und zwar einerseits im Leben, aber andererseits vor allem wichtig als Sportphysiotherapeutin, als Coach, auch übrigens als mentaler Coach Fitness. Sie hat die Nationalmannschaft trainiert, sie hat eine Erfindung gemacht, meine Damen und Herren, und zwar der Flexibar. Ja. Riesen-Erfinderin, also auch x Bücher geschrieben. Also sie ist die Koryphäe, wenn es darum geht, sich zu bewegen. Innere Balance, äussere Balance, das sind so deine Schlagworte. Herzlich willkommen. Danke schön, Heimo. Genau, man könnte es nicht besser ausdrücken. Es ist eine Balance, das heisst Schlemmen, ein bisschen Gegensteuern, Bewegen, aber auch Ruhen. Und wir haben ja dafür ganz tolle Sachen heute auch mitgebracht. Wir haben einen Haufen vorbereitet. Wir haben hier ganz kurze Vorschau, wo wir ganz schnell reinschauen wollen. Da weiss ich einfach, da werden wir gerade, kann ich sagen, uns ausverkaufen. Eins von deinen allerbesten Produkten. Ganz genau. Hier geht es tatsächlich um gesunde Haut, um Best Aging. Tag und Nacht, ein 24-Stunden-Konzept mit Helferlein. Die vor Strahlen schützen, aber eben die Zellen auch wieder aufbauen, regenerieren. Resveratol drinnen. Resveratol derzeit so wichtig wie nie. Und ich freue mich darauf, es im Detail erklären zu dürfen. Wir haben Preise heute. Wir sind live übrigens, absolut live. Das heisst, das, was wir jetzt machen, das sehen Sie zu Hause gerade auch um den Morgentisch. Das heisst, wir sind relativ sehr tief, das mal mit den Preisen. Das sind Preise, die Sie sich gar nicht daran gewöhnen müssen. Das kann ich Ihnen sagen. Also, Sie müssen jetzt zuschlagen, jetzt in der Vorschau schon. Am besten die Leitungen sind nämlich schon voll. Da haben wir gerade etwas Nächstes. Das gehört jetzt ein bisschen zum anderen Teil vom Wohlbefinden, oder? Es ist vom Weltmarktführer Medisana. Ein Fussmassagegerät, das seinesgleichen sucht. Geht es den Füssen gut? Geht es dem restlichen Körper eben auch gut? In drei unterschiedlichen Intensitäten. Es ist tatsächlich so, dass, wie kann ich es denn auch sagen, jung, alt, Mann, Frau sich darum reisen werden und ihr Therapeut kommt nach Hause. Da haben wir die flexible Teilzahlungsmöglichkeit, meine Damen und Herren. Das haben wir so als Weihnachtsgeschenk für Sie jetzt eingeführt. Das heisst, Sie können selber sich erkundigen. Am besten gerade bei uns telefonisch, wie viel Raten Sie möchten, wann zahlen. Also es soll nicht das Geld jetzt im Hintergrund oder im Vordergrund stehen, sondern wirklich ein effektives Produkt. Wenn Sie finden, das habe ich nötig, das möchte ich vielleicht jetzt noch schenken, dann bestellen Sie, machen Sie, greifen Sie zu. Finanziell, also kein Problem, lassen Sie sich da beraten. Dann haben wir die letzte Chance. Ja, genau. Kann ich nur jedem raten, auch wenn er schon eine Faszienrolle hat, wir brauchen Therapie zu Hause. Definitiv regenerieren. Wir können hier den Abstand zwischen den beiden Kugeln verändern. und haben die Möglichkeit, Muskeln parallel zur Wirbelsäule zu therapieren, zu massieren. Können die Oberschenkel, die Wade, die Hüfte. Ich kann immer nur wieder sagen, dass gewusst wie, gerne auch bei mir, Barbara Klein, offiziell Instagram schauen. Ich werde Ihnen explizit zeigen, wie Faszien therapiert werden können. Du bist ja da auch bei mir Fan. Genau. Ich muss allerdings jetzt schon sagen, ja, ich bin Fan. Nein, aber da muss ich sagen, das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, da haben wir keine Selbstmöglichkeiten mehr. Also da müssen Sie wirklich schnell zugreifen. Und eben das andere, was Barbara vorher gesagt hat, gehen Sie auf Instagram, gehen Sie auf YouTube, auf Facebook, gehen schauen, was Barbara alles macht. Es ist ein Haufen. Also Sie werden sich jetzt, wahrscheinlich abends morgens, dann aufstehen und bereit zu wollen Fitness und Sport machen, weil es macht wirklich Spass mit der Barbara. Und das ist gerade der nächste Knall, den wir hier jetzt in unserer Weihnachtssendung haben. Da war ich ein absoluter, ja, wie soll ich sagen, Vorreiter. Es ist eines der Bestprodukte in Deutschland. Ich freue mich so sehr, dass es auch in der Schweiz verfügbar ist. Das sind Pülferchen, um in den Mund zu streuen, mit drei Milliarden Bakterien, zwei Stämmen, gekoppelt an C, D und Zink. Das heisst, diese Vitamine und Spurenelemente ergänzen sich. Hier geht es im Anschluss einfach dem Darm gut. Und egal wann, einfach nur völlig kalorienfrei in den Mund streuen, absorbieren und dort, wo unser Immunsystem sitzt, nämlich im Darm, Unterstützung leisten. Einen schönen vierten Advent, meine Damen und Herren. Das wird Sie jetzt alles erwarten, was Sie gerade gesehen haben. Wir werden das jetzt ausführlich präsentieren. Und natürlich machen wir das mit viel Spass, weil alles, was wir machen, soll Spass machen. Und ich glaube, das merken Sie dann auch. Jetzt bin ich natürlich extrem froh, dass Barbara etwas mitgebracht hat, gerade zum Anfangen für uns. Das gibt nämlich Energie. Ja, genau. Das ist sehr schlau. Das ist sehr schlau, oder? Um neun Uhr angelegt. Wir sind schon ein bisschen länger wach übrigens. Also von daher sind wir jetzt sehr froh um unsere Energy Gums. Und das ist jetzt wirklich etwas, da müssen Sie gut zuschauen, weil Sie werden sehr, sehr begeistert sein. Barbara macht es schon mal vor, sie hat jetzt ein paar von diesen Gums. Also eigentlich wie die Gummibärchen. Nur in dem Fall vegan und Gummibärchen, die eben etwas können. Nämlich in dem Fall haben Sie alle Vitamine drin, ganz einfach zu merken, A, B, C und D. Bei B komplex, recht intensiv, B6, einfach auch für eine hormonelle Balance. Und Energy Gums nennen Sie sich, weil Sie eine besondere Art des Koffeins haben, nämlich in dem Fall Guarana, was so über fünf, sechs Stunden lang satt macht. Sie dürfen vier davon naschen, gerne zwei vormittags, zwei nachmittags oder alle vier am Vormittag. Nicht vor dem zu Bett gehen, das wäre natürlich wichtig. Und dann aber auch wirklich geniessen. Das ist für die, die vielleicht auch jetzt noch in der dunklen Jahreszeit so sagen, Puh, Sport, Bewegung, am liebsten würde ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen bleiben. Wird mit denen hier nicht passieren. Ich gebe Ihnen, während Barbara jetzt gerade das geniesst, einen schönen Tipp. Gehen Sie bei uns online schauen. Wir haben ja auch einen Adventskalender. Und dort öffnet sich jetzt das Türchen Nummer 20, passenderweise. Und schauen Sie doch, was hinter diesem Türchen ist. Beziehungsweise, ich kann es Ihnen schon verraten, das haben Sie ja eingeblendet. Es ist auch ein Produkt, das du selber sehr viel brauchst, das du sehr begeistert bist. Du bist, glaube ich, auch befreundet mit Markus Sasam sogar. Ja. Also wirklich ein sensationeller Preis in unserem Advents-Türchen, was sich da versteckt. Und jetzt wissen Sie, was es ist. Also gehen Sie schnell schauen und profitieren Sie. Jetzt sind wir bei der Gams. Ja. Und du hast jetzt die einfach so geändert, wie ich gerade gesagt habe. Es ist die einzige kleine Gefahr. Deswegen auch der Deckel mit einer Kindersicherung. Sie schmecken so gut wie die leckersten Gummibärchen. Sie sind noch mal absolut vegan. Also auch mal was für Veganer. Aber mehr als vier am Tag nicht. Man wird sonst eben auch. Hibbelig. Je nach 20 Espressi, ein bisschen hibbelig. Aber sie sind sehr lecker. Und sie sind wirklich vom Geschmack her, es ist ein riesiges Schmack. Das ist so. Ich finde jetzt auch noch, jetzt lässt du mich reden, gell? Ja, genau. Ein extrem feines, ein riesiges Schmack. Sie werden es lieben. Ja. Und die Gefahr ist wirklich da, wie sie gesagt hat. Weil es etwas so fein ist, müssen sie schauen, dass sie nicht zu viel nehmen. Für was nehme ich es denn jetzt? Also gerne im Anschluss, also wie eine Art Nachtisch, weil zwei fettlösliche Vitamine auch drin sind. Die brauchen Fett, nämlich A und D. A für die Augen, B für die Nerven, C für das kollagene Bindegewebe, aber auch ihr Immunsystem, D für die Knochen, für die Muskeln, für das Immunsystem, für den Stoffwechsel und Taurin eben, wie gesagt, drinnen, weil es uns einfach noch mal pusht. Wir kennen, glaube ich, oder ihr kennt es auch in der Schweiz, das Getränk, das Flügel verleiht. Ich habe sehr viel trinkt, ja, genau. Das Ganze eben zum Naschen, es hat einen ähnlichen Effekt, aber eben deutlich weniger Zucker und gesünder. Wir haben nur noch 80, leider. Es ist ja so, ich muss Ihnen vielleicht noch das einmal ein bisschen vergessen zu sagen, am Anfang, wir sind heute live, das heisst auch, dass wir reagieren können, wir wissen auch ganz genau, wie viel es eben noch hat an Lager. Wir haben den Regier, also ich habe da einen Knopf im Ort, da sitzt der Tim, der erzählt uns manchmal, was es eben gerade noch hat und was nicht mehr. Und leider hat es jetzt da nur noch 80. Das heisst, wenn Sie jetzt bestellen, wenn Sie jetzt in den Leitungen sind oder im Internet, dann kommen Sie sicher noch über. Wenn wir wieder liefern können, das kann ich Ihnen nicht sagen. Doch, ich kann sagen, das sind die letzten Mengen. Das sind die letzten Mengen. Also können wir es gar, wir werden es nie, nie mehr liefern können. Das heisst also, tun Sie zugreifen, rufen Sie an 0800 11 11 12 20, das Ganze zu einem sensationellen Preis von 69 Franken 90. Wir haben es vorher gesehen, wenn Sie unseren Adventskalender ansehen, dort haben wir eine Tür geöffnet, dort können Sie auch noch einmal profitieren, falls Sie gerade zwei Sachen miteinander stellen. zahlen Sie selbstverständlich nur einmal das Porto. Ein kurzer Hinweis jetzt noch, noch einmal schnell auf unsere Rolle. Jawohl. Ich sage jetzt, war ja eine Rolle eigentlich. es ist eine fast geno Rolle. Es ist gerade ausverkauft jetzt. Ah, okay. Das war mir tatsächlich irgendwie klar. Es ist ein absolut geniales Produkt, wo eben auch Rolle mit Kugel kombiniert werden kann. Jung, alt, fit, absolut Reha. Das ist immer so meine Leidenschaft. Die Top-Sportler. Und die absoluten Couch-Potatoes zu überzeugen, dass Rehabilitation ins Leben mit dazugehört. Wir haben ganz wenig praktisch ausverkauft. Die, die jetzt anrufen, kommen es noch über. Aber in den nächsten fünf Minuten wird das leider weg sein. So ist es bei Life. So ist es halt. Aber eben, man könnte nicht ewig in Lagerbestände haben. Das ist definitiv ein Produkt, das Sie gerne haben zu Hause. Was übrigens auch Sinn macht, jetzt gerade in unserem Lockdown, wenn Sie sich zu Hause wollen, bewegen. Wir kommen. Zum nächsten Highlight. Mein absolutes Lieblingsprodukt und mit dem auch alles angefangen hat vor zehn Jahren. Eigentlich kann man wirklich sagen, ist das so der Grundstein. Du bist damals, ich stelle mir das immer so vor Barbara Klein, meine Damen und Herren Lita, so im Bett und denke, was könnte ich jetzt noch so machen, damit es den Menschen besser geht, oder? Ja, so war es aber nicht ganz. Es war tatsächlich ganz anders. Ich wusste als Sportphysiotherapeut beim Betreuen von Athleten, Eiweiß ist ganz, ganz wichtig. Ich selber war jemand, der durch die Welt gereist ist, derzeit ja etwas weniger. Aber ich wusste eben auch, Eiweiß, Aminosäuren, Protein hat eine Wirkung und idealerweise eben auch für unterwegs oder idealerweise eben auch für Kohlenhydraten. Und so hat es angefangen. Genau, so hat es angefangen. Und darum, meine Damen und Herren, haben wir jetzt gerade beschlossen, wir machen ein Angebot der Stunde aus dem Ganzen. Es ist eigentlich sogar die Steigerung. Es ist eben nicht nur das Angebot, es ist der Star der Stunde. Es hat er auch verdient. Genau. Star der Stunde heisst immer, meine Damen und Herren, dass wir etwas für Sie haben, wo Sie extrem profitieren können. Einerseits preislich, andererseits aber auch, weil das Produkt einfach so umwerfend ist. Es ist eines unserer erfolgreichsten Produkte überhaupt, Barbara. Definitiv. Ich mag mal eine Zahl sagen. Ich weiss, wir sind noch ein paar mehr in Deutschland, aber das hier ist ja der absolute große Riesentopf. Normalerweise sind die Döschen kleiner und haben 150 Eiweißpresslinge drinnen. Hier sind praktisch dreieinhalb Dosen drinnen. Ganz kurz für all diejenigen, die skeptisch sind. Von den kleinen Dosen, wir haben es nämlich erst jetzt wieder durchgezählt, sind in Deutschland 2,3 Millionen verkauft worden. Das ist, wenn wir die Tabs aneinanderlegen, das ist eben ganz brandneu, wären es 6.800 Kilometer. Hast du das im Lockdown gemacht? Nein, das hat tatsächlich in Deutschland, mein Team hat es ausgerechnet. Und Sie können auch alles, finde ich, immer wieder recherchieren. Es ist in dem Fall großes Kino. Der Preis ist absolut einmalig. Und er war am Anfang eben für den reinen, lupinen Eiweißpressling. Jetzt haben wir in dieser Sonderedition, weil wir festgestellt haben, hauptsächlich Diabetiker profitieren, hauptsächlich Menschen, die abnehmen wollen, profitieren, hauptsächlich Menschen, die keine Heisshungerattacken mehr haben wollen, profitieren. Und haben in dieser einmaligen Sonderedition Aloe Vera drin gelassen für den Darm, Moringa für die Haut, B12 für die Nerven, weil wir es einfach wirklich brauchen. Und in diesem Riesentopf zusätzlich auch noch Zimt, denn es erhöht die Thermogenese und es stabilisiert den Blutzuckerspiegel noch einmal besser. Jetzt bin ich gar nicht sicher, der Preis, der jetzt eingeblendet ist, ist das wirklich der Preis? Für diesen ganz riesengroßen Topf. Wir haben unten so einen Monitor, meine Damen und Herren, da sehen wir auch mal den Preis und da steht jetzt 79,90 Franken. Also die kleine grüne Dose, ein Drittel, weniger als ein Drittel, kostet normalerweise 49 Euro, also 59 Franken. Das ist für alle, die sagen, es kommt ja vielleicht sogar noch zu Weihnachten oder direkt nach Weihnachten nach der Schlemmerei, wenn wir den Schalter zurückdrehen wollen. Es kommt ziemlich sicher, wir können es nicht 100% garantieren, aber es kommt ziemlich sicher vor Weihnachten, das kann ich Ihnen sagen. Und wenn, dann sind sie für sie fest gerüstet. Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich, wir haben jetzt sehr viel über Preise geredet und eben über wie viele Kilometer und so, aber die absolut geniale Wirkung, die sie jetzt wirklich zu Hause wird umhauen, die sie jetzt wirklich sagen, okay, das war es mit dem Gipferei, jetzt wird abstellt. Genau. Das wird Ihnen jetzt gerade Barbara nämlich erklären. Am liebsten würde ich direkt in den Filmen schauen, dass das Kipfeli nämlich trotzdem gegessen werden darf, nur eben vorher die Eiweisstäpste. Das ist das Besondere. Sie sehen hier eine Blutbahn und Sie sehen ganz einfach, was passiert, wenn wir das Kipfeli, wenn wir unser Gläschen Wein, wenn wir die Plätzchen, wenn wir Obst, sogar das Gesunde oder einfach nur Brot essen, wird verstoffwechselt zu Zucker, verschwindet in der Zelle. Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, damit diese Türen aufgehen. Die Türen gehen dann wieder zu, der Blutzuckerspiegel sinkt. So entsteht ja zum Beispiel eben auch Diabetes. Jetzt kommen Aminosäuren, jetzt kommen die Bausteinchen, jetzt kommt Eiweiß. Und Eiweiß hat eine Wirkung, denn die Bauchspeicheldrüse schüttet dann Glucagon aus, auch wenn es erst mal nur ganz wenig ist. Und das Besondere, was dann passiert nach Aminosäuren, in dem Fall sogar noch ein basenbildendes, ein purinfreies Eiweiß, die Türen bleiben eher zu, wenn jetzt das Kipfeli kommt oder die Banane oder das Bierchen oder das Gläschen Wein, Sekt, was auch immer. Eine gewisse Menge Zucker bleibt in der Blutbahn, das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt eben stabiler. Und deswegen haben wir in Deutschland 200.000 Kunden, die einfach sagen, das Prinzip greift, das Prinzip funktioniert. Zusätzlich ergänzt, da können wir vielleicht noch mal kurz sagen, Moringa hat Ceatin, das ist eine hormonähnliche Substanz für die Haut. Aloe Vera, präbiotisch, ist Futter für die guten Darmbakterien. B12 passt grossartig zu den Aminosäuren. Dann sind wir einfach auch nervlich etwas stabiler und das alles in drei Presslingen vorm Essen. Schöne ist jetzt, Barbara hat das vorhin gerade kurz aufzählt, wenn sie jetzt einfach die einzelnen Stoffe kaufen würden. Also nur schon Moringa zum Beispiel, was das würde kosten. Und darum auch, meine Damen und Herren, der Regie hat mir gerade gesagt, ich habe sehr Freude, wir haben 50 Neukunden bereits jetzt schon begrüssen. Heute Morgen 50 Neukunden. Du hast ja eine ganz hohe Zahl, das ist Deutschland, aber bei uns in der Schweiz 50 Neukunden. Vielen Dank für das grossartige Vertrauen, das sie uns, das sie Barbara entgegenbringen. Jetzt, was ich einfach immer noch lustig finde, bei dem Pressling eigentlich erstens mal, das funktioniert. Sie werden merken, wenn sie unterwegs sind, wenn sie gehen mit Pizza essen, nehmen sie einfach zwei oder drei mit. Drei, glaube ich. Ja, genau. Können sie in ein Nasstuchli tun zum Beispiel, können sie problemlos. Und dann können sie die trocken essen. Wollen wir das vielleicht mal machen? Ja, also einfach, Sie können es knapper oder schlucken. Die Wirkung ist exakt die gleiche. Man kann es zerkauen oder einfach zerbrechen und runterschlucken. Die Wirkung ist exakt die gleiche. Und das Schöne ist auch noch die Lupine, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal eine Lupine gesehen haben, das wird Ihr Herz berühren. Das ist so eine schöne Blüte von dieser Pflanze. Es ist eine einheimische Pflanze. Ja. Es gibt keinen langen Transportweg. Es ist nicht irgendwie ein angezüchtetes Klump. Nein. Sondern wirklich etwas. Und da kommt der nächste Punkt, den ich immer so wichtig finde, Soja. Genau. Wenn Sie mit... Ja, bin ich kein so ein Fan. Barbara Klein ist kein Fan von Soja. Warum eigentlich nicht? Also Soja ist fast immer genmanipuliert, kommt von extern, greift in den Hormonhaushalten. Männer sollten beispielsweise gar kein Soja essen, etc. Schauen wir uns vielleicht mal auf dem iPad die Pflanze an, falls Sie eben noch keine gesehen haben. Diese Pflanze hat eine Bohne. Die ernten wir dann. Drei Monate lang von Mai bis Juli wirft sozusagen die Bohne ab. Und jetzt kommt das Besondere. Kein Eiweiß weltweit hat all diese Vorteile. Auch Soja hat massiv Purine, ist eben nicht basenbildend, kreiert Säuren. Hier haben wir kein Zucker, süßstofffrei, so gut wie fettfrei, für alle, die eine Herausforderung mit Niere oder Gelenken haben. Hier kommen Aminosäuren zusätzlich zu Aloe Vera, zusätzlich zu B12. Also Veganer, Vegetarier sollten es eh ersetzen. Menschen, die nicht Innereien, etc. essen, sollten es wirklich auch ersetzen. Jetzt kommt eben das Besondere. Einmal im Jahr, nur auch in Deutschland, nur einmal im Jahr, zusätzlich Zimt. Und wenn Sie auf die Studien schauen, was Zimt eben alles kann, antientzündlich, antimikrobiell, der Blutzuckerspiegel bleibt stabil, Diabetiker profitieren, Herz-Kreislauf-Gesundheit wird unterstützt, würden wir Zimt, Aminosäuren, Aloe Vera, Moringa und B12 für zwei Monate in der Apotheke einkaufen, sind wir bei ca. 180 Euro, sind ca. 200 Franken. Und wir haben nur noch gnadenlos unsere Uhr, die nur wir sehen, zeigt, tata, eine Minute. Ja. Eine Minute nur noch und wir haben auch nicht mehr sehr viele Exempel, wir haben nicht mehr sehr viele Lager. Wie viele haben wir noch? Okay, die letzten 64. Okay. Die letzten 64. Also jetzt zugreifen, den Preis, den können wir, wie gesagt, nur heute machen. Wir sind eine Live-Sendung und wir haben gedacht, heute, am 4. Advent, ein wenig Weihnachten, wenigstens, da bei dem Drama, das rundherum abgeht, meine Damen und Herren. Haben wir gedacht, wenigstens da, können wir Ihnen vielleicht etwas Gutes. denken Sie daran jetzt, wenn es noch weitergeht mit dem Lockdown und es sieht so aus, viele Leute nehmen zu, weil es einfach eben Food kommen lassen, also wirklich schlechtes Essen liefern lassen. Ja. Und dann sind sie gerüstet. Darf ich nochmal ganz kurz zusammenfassen? Vor dem Essen drei von diesen Tabs. Sie können sie kauen, sie können sie verbrechen. Ich persönlich finde es sehr fein, wenn man es kaut, es gibt etwas, es hat einen nussigen Geschmack. Wir haben hochwertige, wirklich hochwertige Stoffe drin. Und wenn Sie das machen, dann gehen quasi die Türen im Darm zu. Man hat das vorhin gesehen in der Animation. Die Türen zur Blutzelle. Zur Blutzelle. Ja, ja. Zur Blutzelle. Die Türen zu den Blutzellen. Und dadurch bleibt der Blutzuckerspiegel stabil. Deswegen nochmal, für Diabetiker, für Menschen, die keine Heisshungerattacken haben, für die Intervallfaster, für die, die einfach sagen, ich verzichte ein bisschen auf Zucker, ich mache die Pausen zwischen den Essen, so einfach ist es. Und dann haben wir wieder mein Lieblingsthema Balance, denn dann kann ich auch ein Gläschen Alkohol trinken. Ja, absolut. Genau. Das ist auch Kohlenhydrat. Ja, genau. Und was für... Das vergisst man immer wieder ein bisschen. Also gerade Bier zum Beispiel. Also nochmal kurz jetzt zusammengefasst. 0800 11 11 22 ist unsere Telefonnummer. Der Sensationspreis ist 79 Franken 90. Ist ein Star der Stundenpreis. Eben nur jetzt so günstig, nur heute so günstig. Wir sind jetzt live auf 4 Plus, 5 Plus und auf unseren eigenen Sender. Sie müssen also zugreifen, weil wir werden uns ausverkaufen. Wir haben am Nachmittag übrigens nochmal eine Sendung. Da kann ich Ihnen schon garantieren, dass wir das dann dort nicht mehr dürfen und können präsentieren. Das wird fast 100% sicher ausverkäuft. Darum nicht aufsparen. Jetzt ist übrigens auch der erste Schritt zu Ihrem neuen Vorsatz. Wenn Sie jetzt bestellen. Weil die Vorsätze, meine Damen und Herren, Sie wissen es, die fangen in 11 Tagen. Ja. Fangen an, oder? Ja. Idealerweise direkt nach Weihnachten. Weihnachten nochmal schlemmen und dann schon loslegen mit den guten Vorsätzen. Ja. Und 2021 kann ja noch besser werden. Sie sehen übrigens, wir haben jetzt da schon ein bisschen etwas aufgebaut und da ist es jetzt wieder ganz verheissungsvoll. Barbara Klein hat wieder etwas Feins in der Hand. Ja. Ich muss es auch gleich essen. Ich muss es auch gleich essen. So. Hier geht es darum, tatsächlich den Haarausfall wortwörtlich an der Wurzel zu bekämpfen, denn fast immer reduzieren sich Haare aufgrund von Stress. Und Stress bedeutet, ich lasse los. Stress bedeutet, ich habe Angst vor etwas. Stress bedeutet, ich bin doppelt belastet. Stress heißt, ich rutsche in die Menopause und auf einmal, und es ist ein Produkt für Mann und Frau. Ja, andere Pause. Genau. Auf einmal lassen praktisch die Haare wortwörtlich los und hier geht es nicht nur darum, Haar, Vitamine und Spurenelemente zu ergänzen, sondern wir schauen hier auch gleichzeitig nach der Schilddrüse und wir haben eins der stärksten, gerne googeln, Antioxidantien überhaupt drinnen, die es auf der Erde gibt, nennt sich Glutadion. Ist ja auch auf dem iPad. Glutadion in Deutschland fast nicht verfügbar. Ich habe diese Idee mit aus Amerika nach Europa transportiert. Glutadion beruhigt, Glutadion beschützt die Zellen und in dem Fall habe ich nochmal Vitamine für Haut, Haare, Nägel. Sehen Sie auch hier. Ergänzt durch Zink, ganz wichtig, brauchen wir auch gerade für die Haare, ergänzt durch Selen, ist eins der Produkte, die in den Apotheken, auch in Deutschland, immer wieder vergriffen sind, Selen. Unsere Böden sind selenarm und ganz obendran Glutadion. Und Sie werden nach zwei bis vier Wochen einfach feststellen, da kommen neue Haare, die Haare selber werden auch wieder fester und dicker und das Ganze in extrem lecker, zwei am Tag, mehr bitte nicht. Also hier kann man tatsächlich überdosieren, zwei reichen. Ich habe jetzt mal vier rausgenommen, aber jetzt ist klar. Ich dachte, vier dürfen wir auch, aber nein, zwei. Sie haben eine verschiedene Farbe mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, ich nehme jetzt Gäle. Und das ist wirklich effektiv so, selten ist Gesundheit so fein gewesen. Also wirklich Gesundheit zum Naschen. Und Hairgums, also es ist immer so die Idee, dass natürlich die Männer das auch nehmen. Und schön wäre es, meine Herren, wenn Sie Ihres eigenen Döschen hätten und nicht einfach alles von Ihrer Frau dann würden, nein, das macht noch Sinn. Vor allem bei dem Preis, den wir jetzt haben, kann man also wirklich gut zwei bestellen. Sie zahlen nur einmal die Versandkosten. Aber auch da, stark limitiert, denken Sie daran heute, 20. Dezember, wir haben ein Weihnachts-Paschel für Sie vorbereitet. Übrigens haben wir uns darum auch ein bisschen schöner angelegt, als sonst, muss man jetzt einmal sagen. Weil nicht nur Sport. Nicht nur Sport, sondern auch ein bisschen festlich. Zum Festlichen gehören ja eben auch gute Preise. Und ich bin sehr froh, dass wir Ihnen heute diese Spezialpreise machen dürfen. Jetzt nehme ich die beiden. Genau. Egal wann eigentlich, oder? Total egal. Ist in dem Fall wirklich egal wann, weil es sind keine fettlöslichen Bestandteile mit drinnen, aber regelmässig. Also irgendwo deponieren, gerade auch dieser Glutationsspiegel, sollte peu a peu ansteigen. Die Schilddrüse, wirklich die Dirigentin aller Drüsen, die braucht so einen kleinen Schubser. Deswegen lehnen sie tatsächlich mal einen Monat lang durchgehend. Und dann werden sie sehen, wow, da kommen neue Haare, stärkere Haare. Ich kann es auch mal nur als Kur nehmen. Inneren Monat sieht man wieder weiter. Es ist eins der beliebtesten Produkte im Bereich Beauty. 130 haben wir nur noch. 130 Dosen oder Dosen. Also auch da geht es rapide. Denken Sie daran, wir haben eigentlich planiert, den ganzen Tag Warenvorrat zu haben, weil wir am Nachmittag noch Sendungen machen. Das sieht jetzt aber so aus, Barbara, und wir müssen wirklich unsere Sendung umstellen am Nachmittag, aber da kommen wir dann nachher. Ja. Wichtig ist jetzt einfach, wie man so sagt, der schneller ist der Geschwinder bei uns. Nehmen Sie die hinteren Führer, meine Damen und Herren. Bestellen Sie jetzt, Anrufe 0811 11 12 20 oder Sie gehen ins Internet www.premiumshopping.tv. Denken Sie auch daran, dass wir dort eben auch ein Adventstürchen offen haben. Wir haben ein wirklich tolles Produkt. Asam ist ja der Schönheitsguru schlechthin zu erschwinglichen Preisen. Und da haben wir ein Produkt, das du kennst, ich habe es noch nie selber angewendet, wo ihr Frauen sind, alle begeistert. Also bestellen Sie das gerade mit. Zurück zu unseren Gams. Genau. Haar ist ein Thema, wirklich ein grosses Thema. Ab wann merkt man dann so etwas? Nach zwei Wochen. Ja. Also in meinem gesamten Umfeld, alle, man muss auch ganz klar sagen, das ist mir ganz wichtig, wenn Sie jetzt jemand sind, also auch ein Mann, die Haare, also aufgrund von hormonellen Veränderungen, die Haare lassen los, mehr oder weniger. Man darf jetzt hier nicht zwingend Wunder erwarten. Oh, ich habe eine Glatze und auf einmal habe ich wieder Locken. Nee, 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 nee. Das ist eine ganz ehrliche Geschichte, wo ich nach unterschiedlichen Gründen für Haarausfall schauen kann. Und wenn Sie sagen, seitdem ich nicht mehr so raus darf, seitdem vielleicht, keine Ahnung, meine Kinder aus dem Haus sind, vielleicht auch Trauer oder Ärger oder Kummer oder all das und auf einmal und jetzt wird es hier auch noch Schütter, danach schaut es. Und das ist das Besondere. Selbst wenn Sie sagen, ich habe eigentlich tolle Haare, volle Haare, darf ich es dann gar nicht nehmen. Natürlich kann man es nehmen. Das sind Hautvitamine, die einfach großartig sind. Glutadion ist ein Antioxidant, das ist so ein Begriff, vor diesem Virus hat es niemand interessiert, derzeit ist es meist gegoogelt, denn Gott sei Dank, Antioxidantien sind Schutzschilder für die Zellen und die sollen nicht rosten, die brauchen Stabilität. Das ist schön, das ist ein schönes Bild des Rosten. Das ist ein schönes Bild. Letzte Gelegenheit, jetzt zum Anrufen, wahrscheinlich ausverkauft, innerhalb von sehr kurzen Zeit, noch hat es ein Lager, rufen Sie jetzt ab, stellen Sie 0800 11 11 22. Es lässt sich die Haare spriesen, oder? Ja, und eben auch stabiler und ich finde, Haare sind für unsere Seele tatsächlich sehr wichtig. Total wichtig. Also wenn die Haare nicht liegen, am liebsten eine Mütze auf. Wir gehen noch ganz kurz zurück auf unsere Eyewiss-Tabs, einfach, dass Sie daran denken. Das ist ein unbedingt heute, also alles on top, die Tabs sind etwas, das jeder Mann, Frau, stabil abnehmen, nicht abnehmen, nach dem Darm schauen. Wir arbeiten ja da, wir arbeiten ja schon ein bisschen mit dem Syrebase-Haushalt, letztendlich. Definitiv. Also gerade wenn Sie jetzt zu viel gegessen haben an Weihnachten und dauernden übersäuerten Magen haben, selbstverständlich auch da, weil eben Lupine aktiv da regulieren kann. Also schauen Sie bei uns doch auch nochmal schnell nach. Im Internet, wir haben dort ein Filmchen dazu, wo Ihnen nochmal schnell erklärt wird, wenn es Ihnen zu schnell gegangen ist, was es wirklich, ich kann es nicht anders sagen, für das wunderbare Tabletten sind oder Tabs sind. Also jetzt Zugriff. Und jetzt kommen wir gerade zum nächsten. Dermavital. Dermavital ist natürlich etwas, was ich finde, das ist auch ein Must-Have. Also tun Sie sich doch jetzt mit den Preisen, die wir jetzt anbieten, wo Sie sich nicht daran gewinnen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das sind einmalige Preise jetzt, tun Sie sich eindecken, tun Sie sich bevorraten. Dermavital. Da werden tatsächlich alle deutschen Zuschauer neidisch, weil es ist bei uns in Deutschland komplett vergriffen. Wir können natürlich auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu Beauty-Behandlungen gehen. Das heißt, wir wollen aber trotzdem eben schön sein. Und hier haben wir ein 24-Stunden-Konzept. Wir befeuchten von innen, wir arbeiten gegen Altersflecken und das nachweislich. Wir haben vorher-nachher-Bilder. Wir haben Resveratrol in der Nacht. Resveratrol ist sozusagen ein Schutz von Pflanzen, hauptsächlich Rotwein, der vor Wind, vor Viren, vor Sturm, vor Wetterverhältnissen schützt. Dieses Resveratrol haben wir in die Nachtkapsel gepackt. Auch vor Strahlung, Tablets, wie sagt man denn, Smartphones, ich will im iPhone sagen, aber alle Arten von Elektrosmog. Auch Elektrosmog. Wir haben sozusagen die Möglichkeit... 107, nur schnell. 107 Bestellungsmöglichkeiten. Ich weiss, dass deutsche Frauen... Also auch ich, ich habe die letzten zwei Packungen. Am liebsten würde ich mir von hier gleich noch mehr eines sehen. Ich habe da noch eine ganz kurze Geschichte, Barbara. Ich war mit der Schwester bei der Kosmetikerin. Ja. Einfach begleitet. Dann hat die Kosmetikerin mir gesagt, ich habe eine schöne Haut. Noch nie hat mir jemand gesagt, ich habe eine schöne Haut. Eine pflegte Haut. Und was ich dann für ein Produkt nehme, oder? Und ehrlich gesagt, ich nehme meistens nur Vaseline. Ja. Also an der Vaseline, nicht Lico. Sondern du weisst, dass ich ja deine Produkte allesamt ausprobieren, durchprobieren. Ja. Und es kann eigentlich nur entweder vom Dermavital sein oder aber vom Skin Beauty. Ja. Es muss etwas sein. Ich nehme auch beide und ich habe eine sehr gute Freundin, Frau Prof. Dr. Martina Kerscher. Die leitet in Hamburg Dermatologie. Ganz grosses Thema, die einfach auch sagt, Nutri-Cosmetics, Kosmetika von innen, wirken einfach unfassbar genial und schaffen es, Haut aufzupolstern. Aber hier geht es gar nicht so sehr um Polstern. Hier geht es um Beschützen. Hier geht es auch ein bisschen um Prävention. Und vor allen Dingen Entzündungen zu minimieren. Also eben auch, wenn sie unglücklich sind, abgrund von Akne, abgrund von Flecken. Und nochmal, nichts lässt uns tatsächlich älter aussehen als Flecken oder eben Rötungen. Wir haben nur eine Minute Zeit und wir sind unter 90 Bestellmöglichkeiten. Wenn Sie jetzt in der Leitung sind, dann werden Sie das Thermavital bekommen. Wenn Sie im Internet gerade den Warenkorb füllen, dann können Sie das weitermachen. Das garantieren wir Ihnen. Aber Sie müssen jetzt zum Hörer greifen. Denken Sie daran, wir arbeiten da eben von innen. Also es ist nicht wie eine Creme, die Sie auftragen, sondern wirklich da wird von innen her geschaffen. Man bildet, man baut, man konstruiert eigentlich sozusagen von innen her. Und das ist eben das Sensationelle. Mit patentierten Wirkstoffen? Ja, genau. Also wir haben 28 Studien dazu, die Inhaltsstoffe. Das sind eigentlich genau diese Stoffe, die vor diesen Strahlen schützen, ist das Besondere. Resveratrol, nochmal, es ist sozusagen der Best-Ager-Stoff schlechthin. Der kann so viel mehr als nur Haut. Das ist auch wie Glutadion. Ein ganz extrem geniales Antioxidant. Er beschützt unsere 60 Billionen Zellen. Und wir brauchen Schutz wie nie. Ganz kurz nochmal die Anwendung. Morgens eine, abends eine. Abends vorm Schlafen gehen, Zähneputzen mit einem Glas Wasser nochmal runterdrücken. Also noch einfacher geht es gar nicht. Nein, wie meint es Männchen in der Nacht, die dann wirklich restaurieren. Und am Morgen wachen Sie auf und haben uns Freude. Und jede, sind wir doch mal ehrlich, jede Beautybehandlung, und ich mag das sonst sehr gerne, aber eben seit einem halben Jahr gar nicht mehr, kostet doch so viel wie hier die ganze, da haben Sie praktisch einen Monat lang eine 24 Stunden Beautybehandlung. Gut. Kurz nochmal, gehen Sie in den Webshop, bitte bestellen Sie dort 0800 111 1220 ist die Telefonnummer, wenn Sie anrufen wollen. Im Webshop können Sie selbstverständlich auch immer noch gerade schauen, wir haben Filmchen dazu, können Sie schauen, wenn es Ihnen schnell gegangen ist, wie man es anwendet, können Sie uns nochmal zuhören, wenn Sie das möchten. Wenigstens Barbara zuhören, die hat das ein bisschen gehaltvoller vielleicht. Und dort können Sie dann auch sich erkundigen, was, wenn, wie am besten genommen wird, in welcher Kombination. 69,90 Franken ist das der Preis gewesen, den wir jetzt haben konnten. Wir schauen nochmal schnell zurück, in der Stunde eine riesige, ich sage Eimer, ein Eimer mit Eimer. Ja, weil wir eben sonst immer nur die 150er haben, die grünen kleinen, und jetzt eben dreieinhalbmal so viel, zum Preis, wo eigentlich ein Drittel kostet. Wenn wir schon bei grossen Zahlen sind, jetzt kommt etwas, das ich jedes Mal stunde, nämlich 3 Milliarden. Ja, genau. Das war jetzt aber eine elegante Überleitung. Ja, ja. 3 Milliarden. Ja. Gute, gute, gute Bakterien, die wir haben, die wir brauchen für unseren Darm, meine Damen und Herren. 3 Milliarden, das ist irgendwie ein Berg von Joghurt, den Sie essen müssen, um überhaupt an diese Bakterien hinzukommen. Wir haben es in einem kleinen Brief, in einem Sashay. Ja, genau. Zuckerfrei, also nicht mal eine Kalorie des Tütchen. In dem Tütchen jetzt nicht nur 3 Milliarden Lactobacillus Rhamnosus Bifido Animalis. Diese beiden Bakterienstämme sind hier drin. Veredelt mit Zink, veredelt mit Vitamin D und Vitamin C. Das heißt, das ist der Immunbooster schlechthin. Ich kenne wirklich in Deutschland, egal ob Apotheke oder so und so, nichts, was auch nur annähernd diese Wirkung hat. Und hier bin ich zum ersten Mal auch so, dass ich sage, Jugendliche, ja. Mann, Frau, ja. Ich kenne niemanden, der es nicht nehmen sollte. Gerne derzeit einfach durchgehend. Deswegen tatsächlich so die Portion Gesundheit in den Mund geben, dort auch schmelzen lassen. Dadurch stossen die Bakterien nämlich nicht auf Magensäure, die sie recht zerstören. fragen. Also das ist ja das, wo man meistens übrigens Probleme hat, dass die gar nicht ankommen im Darm. Bei uns ist es aber so, dass die Magensäure ihnen nichts ausmacht. Sie sehen es jetzt gerade bei der Barbara, sie hat jetzt den Melonen, glaube ich, hast du. Ich habe Fiesse. Wenn Sie sich nicht entscheiden, stellen Sie beides, weil das, meine Damen und Herren, ist es must have. vor allem jetzt, wo sie wahrscheinlich nicht so gut gegessen oder gesund gegessen haben, wo alles ein bisschen durcheinander ist. Übrigens auch, weil wir überhaupt noch gar nicht wissen, was es 2021 so bringt in Sachen Infektionen. Ich muss es mal vorsichtig ausdrücken. Dann brauchen Sie Antibiotika und dann ist es sowieso gelaufen. Also unbedingt, das ist wirklich ein must have. Auch wenn Sie sich jetzt gesund und vital fühlen, bleiben Sie das und wir geben Ihnen alles an die Hand, dass Sie das schaffen. Das ist extrem fein. Ich weiss nicht, ich tue ganz kurz, es hat einen silberigen Streifen, den man einfach aufziehen, zack, ist es offen, wirklich am Streifen und dann können Sie das, ich kann jetzt dann gerade nicht mehr reden, Ja, genau, dann gehen wir zu mir. Das ist so ganz fein, es ist eigentlich wie ein Dessert. Also auch da wieder müssen Sie schauen, dass Sie nicht zu viel von dem nehmen, weil es so fein ist. Wir haben ja Missgefühl, es ist wirklich ein Dessert. Tatsächlich aber, wenn es losgeht mit einem Kratzen im Hals, wenn ich vielleicht raus muss, wenn ich reinkam, wenn mir kalt war, oder wenn sich mehrere Leute derzeit auf einmal, dann da kann ich Ihnen schon raten, dann nehmen Sie gerne zwei. Also hier bin ich derzeit auch, hier bin ich im Doppelpack. Eins reicht, auch für all unsere Studien und Ergebnisse, aber so bei Herausforderungen wirklich super gerne zwei nehmen. Ich würde vielleicht, solange Heimann... Wenn wir schon bei zwei sind, wir haben es jetzt gerade einblendet, Barbara, jeder zweite Kunde, der jetzt anläuft, bestellt der Geld noch das Angebot der Stunde, darum haben wir es jetzt nochmal einblendet. Ja, perfekte Kombination. Also je nach Budget, aber diese beiden Sachen müssen heute ins Sackerl, muss ich echt so sagen. Also die Tabs können so mit Zimt sowieso nicht mehr, auch wenn sie später 180 Franken dafür zahlen, wird Zimt nicht mehr drin sein, deswegen jeder Diabetiker und jeder, der die Tabs aus gewichtstechnischen Gründen nimmt, sollte heute zuschlagen. Jetzt kommen wir zum iPad. Ich würde gerne nochmal sehen, was zerstört denn eigentlich diese Darmflora oder neu jetzt Mikrobiom. Wenn sie rauchen, Antibiotika, Bluthochdruck, überhaupt Medikamente, zu viel Zucker, zu viel Alkohol, zu viel Stress, all das bringt diese Darmflora aus der Balance. Jetzt du hast schon gesagt, anstatt einem Tütchen können sie auch vier bis fünf Kilo, je nach Joghurt, oder vier bis fünf Kilogramm Sauerkraut essen. Wer tut denn das? Die beiden Bakterien übrigens bei schlank im Darm, schlau und schön mit Darm, das ist von Frau Professor Axt-Gardermann, der Bestseller. Sie lobt explizit diese beiden Bakterienstämme aus. Und jetzt nochmal, ganz neu, Riboflavin mit drin, nochmal für die Schleimhäute. Das ist die Zahl. Und auf was ich hier nochmal raus wollte, da denken die wenigsten dran, dass es vom Darm her kommt. Aber das ist ganz wichtig. Gewicht, Immunsystem, Vitalität und Haut hat ihre Wurzel im Darm. Wir haben jetzt gerade, sagt mir die Regie, eine kleine Wartezeit. Und wenn wir jetzt einfach praktisch fragen, Barbara, wenn man jetzt bei uns auf www.premiumshopping.tv geht, was soll man eingeben als Suchbegriff? Bei mir? Ja. Also für das jetzt? Pure Aktiv. Pure Aktiv. Pure Aktiv. Pure Aktiv ist... So wie es einblendet ist bei uns, geben sie das ein in der Suchleiste, den Besuchern und dann kommt Pure Aktiv. Und dann müssen sie sich eigentlich nur noch entscheiden, welches... Melonen oder Pfülls. Genau. Ich bin ja mehr der Melonen-Mensch eigentlich. Wir schmecken beide total gleich. Ich liebe sie wirklich beide extrem. Sie schmecken sehr, sehr, wie du sagst, wie ein Dessert. Aber auch hier nochmal, bei mir ist in keinem Produkt Zucker drin. Wir dachten ja lange Zeit, U-Fett macht uns Fett, richtiges Fett macht uns gesund. Zucker macht uns tatsächlich alt und dick. Deswegen hier, auch hier kein Zucker drinnen. Nochmal, wenn Sie durchstarten wollen, wenn Sie sagen, ich brauche, ich nehme sonst auch C und D und Zink, das ist hier schon drinnen. Drei Milliarden Bakterien. Nochmal, wie du sagtest, wer kann für die Wirkung, die hier im Darm entsteht, täglich vier Kilogramm Joghurt essen? Was würde denn das kosten? Und das Schöne finde ich auch, stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt eben nicht, Sie sich ein bisschen romantisieren, Sie denken, das sind jetzt kleine Soldaten, die Sie zu sich einladen. Und die kleinen Soldaten, drei Milliarden Soldaten, haben Sie bei sich jetzt im Darm und die bewachen und schauen, dass es nachher Ihnen gut geht. Die schauen, dass die schlechten Bakterien keine Chance haben. Das ist also Ihr persönliche Hofstaat, den Sie jetzt aufbauen können. Im Januar, am 1. Januar, fangen Sie spätestens damit an und bauen sich jetzt bis 2021 Ihren eigenen Staat auf mit drei Milliarden kräftigen Soldaten, die kämpfen und bewachen. Und erst nach Melonen oder Pfirsich riechen, etwas Besseres geht ja gar nicht. Zu dem Preis dann, Dominik Amruder. Und wenn man hier eben einfach auch nochmal vergleicht, wenn wir auch, ich sage ja nicht, dass Joghurt schlecht ist. Joghurt ist super und hat natürlich auch Probiotika. Probiotika. Nur der Unterschied zwischen 20 Millionen und drei Milliarden ist natürlich enorm. Und wenn ich dann sagen kann, so morgens gleich mal ein Tütchen, Soldaten in Anführungszeichen kommen, CD-Zink ist auch schon da, Immunsystem hat ein Boost. Die Darmbakterien sind in einer verbesserten Balance. Und das ist eigentlich auch für die Verdauung wichtig. Wenn wir Blähungen haben, wenn wir einen schlechten Stuhlgang haben etc. Der Darm hat eine Siebfunktion und durch den Sieb müssen manche durchpassen und manche aber auch nicht. Und dafür sorgen diese Bakterien. Es macht Sinn, wenn Sie jetzt kurz vor Weihnachten, also heute am 20. das noch bestellen. Wir können Ihnen fast, aber nicht sicher garantieren, dass es noch geliefert wird. Also wenn Sie jetzt gerade bestellen, dann geht das am Montagmorgen bei uns raus. Und wenn es dann einen Tag später ist, ist es auch nicht so schlimm, weil auch nach wie nach brauchen Sie Ihre Darmbakterien. Ja, definitiv. Gebrauchen wir es sowieso immer. Aber nach den Feiertagen natürlich besonders, wie soll ich sagen, besonders geschwächt die Soldaten durch Zucker, durch Alkohol, durch träges Rumsitzen und durch Feiern. Träges Rumsitzen ist jetzt dann übrigens gerade bei uns angesagt, meine Damen und Herren. Wie haben Sie es ein bisschen gehört im Hintergrund? Wir haben uns fortbeweckt, weil wir haben ja gesagt, es geht auch um Relaxen, es geht auch um eine schöne Zeit, die wir zusammen verbringen wollen. Schöne Zeit heisst unter anderem auch, dass man auf dem Sofa sitzen kann. Sie sehen aber immer noch eingeblendet, unser Star der Stunde in der Zeit, in der wir jetzt gerade dislozieren. 79 Fr. 90 der Preis. Also jetzt zugreifen, solange es noch hat. 0800 111 1220 ist unsere Telefonnummer. Und jetzt, Barbara, so ist es bequem. Ich kann es kaum erwarten, auf den Startknopf zu drücken. Aber ich würde zuallererst mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert. Meine Mama wollte das nämlich erklärt haben. Die hat es sich auch gekauft und sagte dann einfach nur so, für sie sitzt es dreimal am Tag da drin und lässt sich ihre Füsse massieren. Und ihr war am Anfang nicht ganz klar, wie es denn funktioniert. Sie schlüpfen hier rein, wenn sie es in der Familie teilen wollen, vielleicht mit Socken. Ich habe gedacht, ich schlüpfe gleich mal barfuß rein, dann ist es hier meins. Dann bläst sich mit Druck diese Manschette hier auf. Unten haben wir Kugeln und die Füße drückt es dann auf die Kugeln und Sie können sagen, ob eins, dann leuchtet ein blaues Teil oder ich mag es ein bisschen intensiver. Das ist wie beim persönlichen Therapeuten, dann leuchten zwei oder drei. Bei drei ist es eine richtig feste, griffige, geniale Fussmassage. Fussmassage ist insofern noch wichtig, wenn Sie mal ein bisschen schauen. Es gibt sogar therapeutische Fussmassage. Es gibt sogar wirklich Tafeln, die man anschauen kann, Bilder mit so Punkten bei den Füssen, wenn es Ihnen zum Beispiel nicht gut geht bei der Wirbelsäule oder beim Rücken oder was auch immer. welcher Punkt da muss gedruckt werden? Da gibt es Leute, die darauf schwören. Ich bin Fussreflexzonentherapeut, habe das schon vor 30 Jahren gelernt bei Hanne Marquardt und deswegen kann ich Ihnen sagen, es ist nicht nur Shishi oder Scharlatanerie, sondern an den Füssen befindet sich Ihr Körper. Und zwar vom grossen Zeh bis zur Ferse ist die Wirbelsäule, Fussmitte ist der Verdauungstrakt, die Ferse sind die Unterleibsorgane und der grosse Zeh ist eben auch noch der Kopf. Hier brauchen Sie nichts zu tun, Sie geniessen und können jeden Tag, wenn Sie wollen, zweimal eine Fussmassage haben. Und jetzt haben Sie gerade schon das Problem, meine Damen und Herren. Sie sehen es jetzt, es ist eins zu eins wie bei Ihnen zu Hause vielleicht. Sie sitzt im Sofa und lässt sich die Füsse massieren und Sie sitzen nebenher zu und möchten auch gerne. Darum macht es vielleicht Sinn, wenn Sie zwei bestellen, können Sie auch machen. Wir haben ja Teilzahlungsmöglichkeiten, also bestellen Sie doch zwei. Nicht, dass es noch in einem neuen Jahr irgendwie eine Ehekriege gibt. Ja, wobei Mediziner hat schon auch ganz tolle andere Versionen, bekommen wir ja nachher noch. Wir haben ja heute den ganzen Tag spannende Sachen für Sie. Dann würde ich lieber etwas anderes noch bestellen und abwechseln. Das ist jetzt wieder die praktische Frau, stimmt? Genau, dann kann man abwechseln. Ich denke jetzt einfach nur, weil ich weiss, du hast ja vorher schon mal ausprobiert, ich weiss, wie gut das ist und wie gern du das auch hast. Also ich bin ein absoluter Fan von Füssen, denen es gut geht. Und wenn Sie vielleicht, ich hole mal meinen jetzt raus, wir Frauen kennen das besonders, wenn hier so ein Halux, also wenn wir hier einen Hammerzieh haben oder wenn das Quergewölbe absinkt, wenn wir praktisch einen Plattfuss haben oder, oder, oder. Fussdeformitäten gibt es so viele. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist vergleichbar mit intensiven Durchmassieren, aber wer macht einem das schon jeden Tag? Da braucht man niemanden mehr betteln zu fragen. Sie können das selber geniessen, den Druck selber bestimmen. Also ich nutze es auch zweimal am Tag. Ja, und 94 Möglichkeiten. Ich komme von der Regime, so zahlen wir fast 94 und so. Man nimmt das genau. Ja, finde ich gut. Also das ist jetzt wirklich eine helvetische Gründlichkeit. 94, nicht 95. 94, dass Sie ganz genau wissen, wie viele Leute jetzt noch anrufen können. Ich finde das sehr gut. 92 jetzt sogar. Jetzt hat der Regime Freude, jetzt zahlen wir nochmal. 92. Verstehe ich aber auch. Und eben nochmal schnell, ich habe es vorher schon gesagt, mit Teilzahlungsmöglichkeiten, da wirklich ein Thema. Denken Sie sich beraten lassen? 0800 111 122. Wir haben da super, wirklich super Konditionen. Falls jetzt Weihnachtsbudget schon ein bisschen geschmälert worden ist, an dem soll es nicht liegen, weil es ist etwas für das ganze Jahr und Sie werden extrem freundlich. Für das ganze Jahr, für das ganze Leben. Das ist ein, nochmal, hier kommt nicht irgendein Produkt, Sie können da auch gerne nachschauen. Medisana ist der absolute Marktführer. Das Gerät hat zwei Jahre Garantie. Und wenn wir es jetzt mal hochrechnen, ich weiss nicht, in der Schweiz werden die Preise ähnlich sein wie in Deutschland. Das heisst, eine Fussmassage kostet mal locker 40, 50 Euro. Nach drei bis vier Mal Massage haben Sie praktisch den Preis schon drinnen. Und nochmal, nutzen Sie es super gerne dann mit Socken und dann kann es Mann, Frau, Tochter, Sie werden mehr Besuch kriegen, als Ihnen lief ist. Und das geht ja auch so nebenher. Ja, genau. Ich könnte sogar dabei arbeiten. Ja, der Stricken. Also du bist jetzt so mit der Decke und Weihnachten. Stricken kann ich jetzt nicht so gut, aber nicht flitzen kann ich. Kannst du nicht stricken? Nein, kann ich nicht. Ach, bist du gut in Handarbeit? Nein, gar nicht. Ah, gut. Tatsächlich gar nicht. Also. Ich mache lieber, also deswegen gibt es auch so viel bei Instagram oder YouTube. Ich mache gerne so Rehabilitation. Wie kann ich jemandem helfen, der den Kopf nicht mehr nach links oder rechts drehen kann? Und wenn ich den ganzen Tag da auf meine Nägeldinge gucke, brauche ich selber eine Massage. Also gucke ich lieber noch nach vorne. Gut. Also, wir haben eine kurze Wartezeit. Die Leitungen sind voll, aber das macht gar nichts, weil sie können ja im Internet ausweichen oder sie bleiben dran. Wenn sie am Apparat dranbleiben, und unsere Damen und Herren von der Bestellannahme, die freuen sich extrem, wenn sie anrufen. Und sie sind sehr nette Leute übrigens. Von daher lohnt es sich, wenn sie jetzt noch einen Moment warten. Und ich glaube, Barbara könnte sowieso jetzt noch die nächste Halbstunde ein paar Seiten. Leider geht es im Stehen nicht. Das heisst, wenn wir wieder an die Theke gehen, muss ich raus. Ich kann Ihnen nur hier sagen, das werden Sie testen und lieben und sagen, wie ging das vorher ohne. Und ich weiss schon, es sind herausfordernde Zeiten, aber dadurch sind wir ja eher mal zu Hause. Und dadurch brauchen wir vielleicht mal eine andere Belohnung. Dann kaufe ich eine Hose weniger und gucke, dass ich wieder in die Hosen reinpasse, die vielleicht zu Anfang des Jahres gepasst haben. Also bei uns Frauen ist es ja immer wieder so, wir stapeln die Sachen und irgendwann wird es dann schon wieder klappen. Die Zeit jetzt, vielleicht mal wirklich mehr zu Hause bleiben, nach sich gucken. Nie war Gesundheit wirklich so wertvoll wie derzeit. Die letzten Minuten laufen, Sie sehen übrigens auch eingeblendet, ich kann es noch ein bisschen strecken, Barbara. Sie sehen auch eingeblendet unser Advents-Türchen, also da wirklich auch zugreifen, das lohnt sich, das ist ein Nur-Hüte-Angebot. Wir sind live, meine Damen und Herren, das heisst, alles, was wir jetzt gerade machen, das sehen Sie zu Hause. Vorher sind Sie vielleicht beim Zmorgenessen gewesen und hätten sich gewünscht, dass Sie eben auch genau das Gerät hätten. Das geht nämlich dem, man kann sitzen, am Tisch und essen, wunderbar. Aber eben, Sie hätten vor der Sendung gesehen, als Barbara Klein das ausprobiert hat, sie hatte einen richtig verzückten Ausdruck im Gesicht. Füsse sind so wichtig und bei den Asiaten, da schaut man immer schon danach und wir Westlichen, wir stecken sie in irgendwelche Schuhe, wird schon irgendwie funktionieren, dabei geht es den Füssen schlecht, kriechen die Beschwerden zu den Knien, zur Hüfte und zum Rücken, deswegen unten schon gucken und nach diesen, Sie können es übrigens auch gerne zweimal hintereinander benutzen, wenn Sie sagen, oh nein, jetzt schälst es sich von alleine ab, einfach nochmal drücken. Wir sind jetzt schon fast am Ende und ich habe natürlich jetzt einen Trumpf fest, einen Trumpf im Ärmel. Also ich sitze ja nicht einfach nur so neben dir, wenn du gut schaust, kommt natürlich jetzt mein Highlight, dann gerade das Nächste, das werden Sie jetzt dann gerade sehen, meine Damen und Herren, und zwar werden Sie da massiert werden, und das haben Sie noch gar nie erlebt. Ja. Aber natürlich erst später. Jetzt lassen wir Barbara ihre letzten paar Sekunden noch, mit dem schönen Gefühl. Unser Preis ist 189 Franken, 0811 11 22 ist unsere Telefonnummer. Und jetzt gehen wir nochmal schnell über Barbara. Nachher wird weitermassiert. Okay. Wir haben nämlich nochmal ein Angebot der Stunde, glaube ich, muss ich jetzt dann gerade schauen. Alle sind nochmal auf jeden Fall, Ah, da, voilà. Also nochmal unser Angebot der Stunde. Da denkt ihr einfach dran, immer vor dem Essen nehmen, wenn sie Kohlenhydrate essen, wenn sie Pizza zum Beispiel essen, als Paradebeispiel von Kohlenhydraten, nehmen sie drei von diesen Tabs, und es wird ihnen massiv leichter fallen, Gewichtsmanagement einzuhalten. Das heisst, die Türchen gehen eine Art zu. Wir haben es gesehen, nicht die Darmtüren gehen zu, sondern wirklich Türen, die den Zuckerstoffwechsel in die Zellen lassen. Die Darmtüren gehen zu, das heisst, sie können mehr, im Prinzip kann man einfach mehr schlemmen dann, oder? Nein, so kann man es gar nicht sagen. Genau. So ist es wirklich nicht, sondern die Türen gehen auch nicht ganz zu, sie gehen nur nicht so weit auf. Es bleibt immer eine gewisse Menge Zucker in der Blutbahn. In der Fachsprache heizt, der Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Deswegen, die Nahrung, die du aufgezählt hast, war perfekt vor Brot, vor Kartoffeln, vor Nudeln, ganz wichtig vor Alkohol, aber auch vor Plätzchen, Pizza, vor Kohlenhydraten. Und wenn man da drei knabbert oder nascht, dann bleibt trotzdem eine gewisse Menge Zucker im Blut. Wir sehen es hier gerade noch mal im Film. Bitte auch bei allen guten Vorsätzen, wenn Sie jetzt sagen, ich esse einfach mehr Salat und mehr Obst, trotzdem drei vorher, dann macht der Salat oder das Obst oder morgens schon das Kipfeli oder was auch immer wir uns können, länger satt. Hier werden nicht einfach Kohlenhydrate absorbiert. Das ist auch nicht irgendeine Tablette. Das wäre mir auch wichtig. Es ist naturgepresst. Hier ist nicht mal eine Hülle. Deswegen kann man es auch zerbeißen. Aber Aminosäuren haben einfach eine Wirkung, nämlich genau das, dass die Türen, und du siehst es, dass die einfach nicht ganz so weit aufgehen. Und wenn die eben nicht ganz so weit aufgehen und jetzt das Gläschen Wein oder das Bierchen oder Brot, Nudeln, Pasta, wenn das kommt, dann bleibt immer eine gewisse Menge in der Blutbahn und auf einmal ist es verrückt, dass selbst ein Gläschen Wein, und ich glaube, das kennen wir alle, direkt danach hat man so richtig Hunger. Ja, ja. Und es liegt daran, dass der Blutzuckerspiegel unten ist und das Gehirn sagt, ich brauche mehr. Darum ist auch überhaupt eine Kombination Chips mit Bier. Also Bier und Chips ist auch so eine, die dann recht fatal kann sein. Oder eben, wenn Sie bei uns, beim Italiener sind und dort Weissbrot essen, bevor es Essen kommt. Ja, der füttert uns eigentlich. Genau, das ist eigentlich kontraproduktives Gewichtsmanagement, weil man noch mehr Hunger hat. Und dem können Sie jetzt eben ganz elegant vorbeugen. Ich kann Ihnen einfach versichern, ich persönlich finde den Nuss- und Geschmack, den Naturgeschmack, finde ich extrem fein. Vor allem übrigens, wenn Sie gerade nach in Diät machen, sowieso, und ein Hüngerli haben, dann ist das ideal. Man hat nämlich das Gefühl, man hat so ein bisschen einen Snack fast. Also es ist wirklich fein. Und natürlich eben auch unser Preis, meine Damen und Herren, 79 Franken 90. Das ist eben nur das Angebot der Stundepreise, das man nicht allzu lange haben kann. Das Ganze noch am 4. Advent. Also wirklich jetzt zugreifen, spätestens, ja, kurz nach wie nach den Hensis, dass Sie sich loslegen können am 1. Januar mit Ihren guten Vorsätzen. Genau. Da passt es auch am besten. Ja, finde ich auch. Und sich auch ja da mit den guten Vorsätzen auf keinen Fall überfordern. Fangen Sie einfach mal an, indem Sie sagen, okay, ich mache das genauso, so wie in dem Fall ja 200'000 feste Kunden, die ich in Deutschland habe, die einfach sagen, das ist mir ritual. Es hat vielen Menschen geholfen, das kann man jetzt also auch mal sagen. Barbara Klein hat wirklich vielen, vielen Menschen geholfen, abzunehmen. Sie sagt, das ist immer ein bisschen bescheiden, kommt da sehr viel Post über E-Mails, kommt sie über, wo sich die Leute wirklich bei dir bedanken. Ja, ich habe vorher nachher Sie hat sogar sogar übrigens Söckengliss mitbekommen, das kann ich nicht sagen, von einem Fan. Söckengliss mitbekommen, das finde ich total herzig. Also es zeigt ja auch, dass doch gerade jetzt die Leute wirklich auch zu dir vertrauen haben und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ja, es geht ja gerade, wenn es darum geht, ein bisschen abzunehmen, nicht nur, dass wir in der Hose wieder besser aussehen oder dass wir uns wohler fühlen. Ihre Gelenke haben weniger Gewicht, Ihre Blutwerte werden sich verändern, für Ihre Knochen ist es besser, es erhöht die Lebensqualität. Wir brauchen ab dem 40. 50. Lebensjahr keinen Sixpack mehr zu haben und Gott sei Dank auch nicht mehr zu modeln. Aber dem Alter entsprechend tatsächlich sagen, ich fühle mich fit und aktiv, ich komme die Treppe rauf und runter, ich kann mit den Enkeln wieder spielen, ich fühle mich wieder attraktiver, an diesen Schrauben zu drehen. Und wenn Sie wirklich, wenn Sie sagen, alles passt, meine Verdauung ist super, meine Haut genial, jeder denkt, ich bin zehn Jahre jünger, ich habe die Power, die Welt zu zerreißen, dann können Sie jetzt vielleicht mal schnell Bügelwäsche gehen. Wenn Sie aber sagen, irgendwas kann tatsächlich, ein Helferlein könnte kommen und es sind eben in dem Fall und darum bin ich auch so stolz drauf, alles wertvolle, echte, gute Bestandteile. Hier kommt keine Chemie. Bei dem Eimerchen hier, nochmal, das ist die dreieinhalbfache Menge von der Menge sonst. Da ist Lupinen-Eiweiß drinnen, da ist Zimt drinnen, da ist Moringa drinnen. Moringa wird in Indien seit 4000 Jahren in der ayurvedischen Medizin eingesetzt. On top, brauchen Sie gar nicht extra bestellen. Der Meerrettichbaum ist hier drinnen. Tausendmal mehr Zeatin als in allen anderen Pflanzen. Zeatin, ein ganz wertvoller Inhaltsstoff für die Haut. Und B12, was man sonst vielleicht extra aus einer Apotheke besorgen müsste, absolut ausreichend drinnen in einer Menge, weil B12 immer wieder ausgeschieden wird. Mit jedem Mal knabbern, kommt eine kleine Portion nach. 30 Sekunden haben wir noch von unserem Angebot der Stunde. Nachher gibt es ein anderes Angebot der Stunde. Also Sie müssen, wenn Sie von dem profitieren, müssen Sie jetzt zugreifen zu dem Preis von 79,90 Franken. Muss ich immer schnell schauen, bis so wenig ist 79,90 Franken. Weisst du gerade, wie viel wir drin haben? 500 reicht für locker zwei Monate. 500, das heisst, Sie können wirklich jetzt anfangen mit Ihrer Sommerfigur. Sie müssen aber jetzt anfangen. Wir schauen noch mal ganz kurz drück, weil wir werden uns ausverkaufen. Also Zeit für eine Rückschau, was wir in dieser Stunde alles hatten. Barbara, also wo wollen wir anfangen? Am besten gerade wirklich am Anfang, beim Energy Gums. Bei den Hair Gums. Hair Gums. Hair Gums, da geht es um Selen, da geht es um Glutadion, Vitamine für Hauthaare, Nägel, lässt neue Härchen sprießen und gibt den Haaren wieder mehr Power. Und dann kommen unsere riesigen, unglaublichen Soldaten. Ja, genau. Hübsch verpackt, praktisch für unterwegs. Und lecker. Drei Milliarden gutartige Bakterien in einem kleinen Sachet. Also ein einziges Sachet. Man muss wahnsinnig viel Surgut essen zum Beispiel oder Joghurt essen, damit man überhaupt auf die Zahl kommt. Gute Bakterien, es sind die besten Bakterien, die man sich wünschen kann, die lebig im Darm ankommen. Darmgesundheit ist ein Riesenthema, das wissen wir. X Bücher geschrieben wurden, Bestseller, weil es einfach einem grossen, grossen Bedürfnis entspricht, einem guten, funktionierenden Darmzahn. Es geht ja bis zur Darmsanierung. Das Ganze zu einem sensationellen Preis von 59.90 Franken. Zwei Geschmacksrichtungen da zur Verfügung. Demnächst ausverkauft, höre ich gerade von der Regie. Aber natürlich auch ein guter Geschenk. Ist mir klar, ein Geschenk an Sie. Am besten jemanden schenken und die eigenen Füsse trotzdem immer wieder mit hineinmogeln. Da muss man einfach seine Umwelt daran teilhaben lassen. Dazu ist es viel zu schön, viel zu gut. Das ist Wohlgefühl pur, was man da sich oder anderen schenken darf. Und nochmal, das ist ja nichts, das sich aufbraucht. Das ist jeden Tag aufs Neue, gesunde, schöne, angenehme Füsse. Wir haben ja in der nächsten Stunde das Highlight, wo wir jetzt aber noch mal zeigen. Wir zeigen es nicht wirklich jetzt, sondern nur etwas, wo Sie schon ganz gespannt können sein. Und zwar müssen Sie da einfach jetzt unbedingt dranbleiben, das kann ich sagen. Wir sind jetzt gerade mit der ersten Stunde, darum machen wir eben die Vorschau schon, dass Sie wissen, dass Sie unbedingt dranbleiben müssen, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich etwas für Ihr Gewichtsmanagement, das Sie umhauen. Also da werden Sie so derart begeistert sein. Endlich haben Sie die Antwort wahrscheinlich auf Ihre grossen Sorgen rund um Diät, Gewicht und eben Gewichtsmanagement. Darablieben lohnt sich also. Barbara, wir haben eine ganz kurze Pause. Ich freue mich. Ich gehe noch mal zu meiner Fussmassage. Das ist gut. Und sind nachher gleich wieder für Sie zurück. Bleiben Sie also jetzt unbedingt dran. Die neue Glückspost mit diesen spannenden Themen. Sonja Krählin, Melanie Oesch, Erika Hess, Monika Krählin. Weihnachten zwischen Glück und Tränen. Helene Fischer von Gefühlen überwältigt. Glückspost jetzt an Ihrem Kiosk. Und nun wünscht die Glückspost viel Freude mit dem weiteren Programm. Sie lieben das Leben und lassen sich gerne inspirieren. Dann entdecken Sie jetzt mit Premium Shopping TV eine exklusive Shoppingvielfalt, die Laune macht. Hochwertige Kosmetik, trendiger Schmuck, tolle Uhren und Accessoires. Alles für Ihres Wohlbefinden. Erleben Sie innovative Markenprodukte, die Ihr Leben bereichern. Sie lehnen sich entspannt zurück und bestellen bequem von zu Hause aus. Unsere Schweizer Servicepartner liefern Dir ein Päckchen schnell, zuverlässig und zollfrei zu Ihnen. Als führendes Schweizer Homeshoppingunternehmen steht Premium Shopping TV für Qualität, Vertrauen und Einkaufen ohne Risiko. Findet Sie Ihr Shoppingglück hier im TV oder online unter premiumshopping.tv Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auch immer auf unsere neuesten Premieren und Angebote? Dann habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Schalten Sie am besten regelmäßig unseren eigenen Sender ein. Premium Shopping TV, der übrigens in der Schweiz frei empfangbar ist. Denn wir versprechen Ihnen, alle Premieren laufen zuerst bei Premium Shopping TV. und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Barbara Klein, Sie wissen es, ist ausgewiesene Fitness-Expertin, ausbildete Sportphysiotherapeutin, hat die Nationalmannschaften trainiert, ist in über 25 Ländern gereist, wo man das noch hätte können. Er hat Bücher geschrieben, ich habe mich manchmal gefragt, woher nimmt die Frau die ganze Zeit und Energie? Letztendlich immer mit einem Ziel, innere und äussere Balance zusammenzubringen, das Ganze mit einem grossen Augenzwinkern, sehr viel Fachkompetenz und ganz, ganz, ganz viel Charme. Herzlich willkommen, Barbara. Ja, danke. Das ist tatsächlich meine Leidenschaft. Also freue ich mich und deswegen auch die Sendung hier, dass ich bei Ihnen in der Schweiz quasi heute am 4. Advent reinschneiden darf. Tolle Sachen erklären und wir schauen vielleicht mal so ein bisschen drauf. Genau, wir schauen doch gerade mal. Wie war denn die Stunde? Als allererstes haben wir für Sie etwas vorbereitet. Da werden Sie jetzt schon gerade ins Schwelge kommen, Barbara. Das ist auch eines von deinen Lieblingskuschelprodukten. Also genau, auch Wohlfühlen und vor allen Dingen eben auch Warm und Wärme, gerade in der jetzigen Jahreszeit. Wiederum der Weltmarktführer Medisana liefert uns etwas, das warme Füsse bringt. Das ist übrigens schon Vorschau, dann für einiges später, was wir jetzt gerade gesehen haben, braucht es also noch ein bisschen Geduld. Wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie sich doch gerade die Bestellnummer auf oder gehen Sie jetzt schon mal Ihren Warenkorb gefüllen. Im Internet unter www.premiumshopping.de Hier haben wir nicht viele, das weiss ich und ich weiss auch nur, nachdem ich seit 30 Jahren therapiere, massiere, egal welche Technik, egal aus welchem Land, dieses Gerät heimotor, musste ich kurz dir das Wort nehmen. Es sind nur noch 25. Es ist der absolute Wahnsinn. Sie werden noch nie ein Gerät in dieser Qualität in der Art und Weise gehabt haben, welches drückt, schiebt, massiert bis hoch im Nacken. Ich kenne sonst gar kein Gerät, das im Bereich der Halswirbelsäule so fantastisch greift und trotzdem bis runter zur Hüfte arbeitet und jeden noch so blöden Küchenstuhl zu einem Zaubergerät umwandelt. Zum Massage-Ferrari. Zum Massage-Ferrari. Da haben wir übrigens die flexible Teilzahlungsmöglichkeit. Sie sehen das auch eingeblendet. Sie lassen sich da beraten unter 0800 111 122. Ich finde, das ist wirklich ein must-have. Wie du vorhin gesagt hast, jeder Küchenstuhl wird zum Massage-Ferrari. Da werden Sie begeistert sein. Das kann ich Ihnen sagen. Und wenn wir bei begeistert sind, da kommt jetzt einer von meinen Favoriten. Ich finde, das gehört einfach wirklich jedem Haushalt. Ganz genau. Das ist, also wenn Sie mal bestellt haben von diesen Sachets, Sie werden immer wieder bestellen. Das müssen wir ein bisschen warnen. Wir haben sehr viele Bestandeskunden, die immer wieder bestellen. Wenn Sie ein kleines Hüngerchen haben, einen Shake und der Hunger hat gegessen. Ja, vor allen Dingen auch hier weltweit werden Sie nichts Vergleichbares finden. Sie können mal gerne jetzt schon recherchieren, bis wir nachher drankommen. Ein Eiweiß-Shake ohne Kohlenhydrate, ein Eiweiß-Shake ohne Fett, ein Eiweiß-Shake mit Lupinen-Eiweiß, ein Eiweiß-Shake mit Maka-Ballaststoffen aus der Chicore. Etwas, das cremig ist und fünf-Sterne-Geschmack, das ist in Deutschland das Non-Plus-Ultra. Beste Bewertungen. Hier kann man sich dann auch mal zu Hause abnehmen und Luxus in einem gönnen. Ja, so bei uns natürlich auch, nicht nur in Deutschland. Fünf-Sterne-Bewertung ist auch bei uns das Maximum. Und wenn wir beim Maximum sind an Geschmack und Wirksamkeit, dann haben wir gerade das Nächste schon. Ich war die Erste mit den sogenannten Beauty-Shots, den Kollagen-Shots. Da hast du mir damals noch gesagt, Heimo, in der Schweiz haben wir das noch gar nicht. Mittlerweile kamen die Shots europaweit. Ich wollte mich also verändern und verbessern. Weg von diesen kleinen Fläschchen, hin zu etwas, das sehr lecker schmeckt, zuckerärmer ist. Und deswegen haben wir hier Kollagenpeptide, etwas Jod für die Schilddrüse, damit wir nicht nur für Haut, nicht nur kontrafalten, festeres Bindegewebe, sondern eben auch wieder der Schilddrüse etwas Gutes tun können und das Ganze bei bestem Geschmack. Jetzt haben wir natürlich noch etwas, was fehlt, meine Damen und Herren. Und Sie wissen es wahrscheinlich schon als geübte Zuschauer, und zwar unser Star der Stunde. Also bahnfrei. Er steht schon da bei uns in der Mitte, unser Star der Stunde, und zwar unser Precursor. Das freut mich jetzt ganz extrem, dass wir da noch mal ein paar wenige, wenige, wenige Flaschen, Sie sehen es nachher, es sind wirklich grosse Flaschen, an Lagerhänden nehmen konnten, weil jetzt ist der Precursor so wichtig wie nie. Gerade jetzt, wo wir anfangen mit den guten Vorsätzen, und ich hoffe, Sie haben ein paar gute Vorsätze, meine Damen und Herren, der Precursor hilft Ihnen, Ihre guten Vorsätze umzusetzen. Wie das genau funktioniert, das werden wir jetzt dann gerade erfahren. Barbara. Zuallererst mal nid- und nagelfest, und das kommt jetzt nicht aus meinem Hause. Hier darf ich tatsächlich nur der Ambassador dafür sein. Und es ist mir eine Ehre, ich kenne die Hersteller, die Professoren, Mediziner persönlich. Und als ich es gesehen habe und eben auch mich ab der Wirkung begeistern lassen durfte, es ist einfach Wahnsinn. Patentiert, Studien geprüft, Sie finden so etwas auch nur hier in der Schweiz bei Premium Shopping TV, kann man gleich mal sagen. Es ist absolut exklusiv. Und es geht darum, dass wir nachweisen können, dass Hunger tatsächlich Geschichte ist. Hier ist ein, wie soll ich sagen, ein Produkt für all diejenigen, die mal eine Woche lang sagen, ich nehme es ernst und ich will in einer Woche Ergebnisse und ich will in einer Woche wieder in die Hose passen, Kilos verlieren. Und ja, ich spreche hier in einer Woche und bin sonst niemand, der sich auf Gewicht oder Gramm oder Kilos festnageln lässt. Aber hier ist es eine Rechengeschichte und ganz einfach, Sie essen am Abend Eiweiss, untertags trinken Sie dieses Getränk. Sie werden auch am Abend sagen, muss ich essen, muss ich nicht, bitte essen Sie. Gerne dann auch meine Sachen von Neutralinea. Eiweissreich, kohlenhydratarm und Ihr Gehirn wird trotzdem nie sagen, ich habe Hunger. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht. Das ist ja das, was ich so faszinierend finde, dass man quasi vergisst zu essen und das Ganze aber doch noch gesund ist. Also nicht irgendwie einfach eine Hungerdiät, sondern es hat ein Büchlein dabei, das schauen wir nachher noch schnell an, wenn man dann sagt, was sie sinnvollerweise essen am Abend. Barbara hat es schon gesagt, es macht Sinn, wenn sie mit Neutralinea ergänzen am Abend. Das Ganze ist jetzt sehr schnell gegangen, einfach wirklich ein Messbecher, der ist dabei. Sie haben einen Krug, wie viel haben Sie denn, einen Liter, das Ganze in kaltes Wasser auflösen. Und dann stellen Sie sich das einfach am besten nebenan, wo Sie sind, wenn Sie Fernsehen schauen, wenn Sie arbeiten, wenn Sie lissen, wenn Sie stricken, was auch immer. Und trinken Sie immer wieder, wenn Sie einfach so ein Schluck, zwei trinken Sie, bis der ganze Krug leer ist. Der erste Krug am Vormittag. Genau, und der zweite ist ja dann der Nachmittag. Der zweite Krug am Nachmittag. Ich schenke mir jetzt auch gleich an den Eugen. Genau, das Ganze eben eine gute Woche durchziehen, was dann der Vorteil ist. Der patentierte Inhaltsstoff ist 1, 2, 3, Trianol. Das ist quasi eine Fastenunterstützung. Was passiert ist, Ihr Gehirn bekommt diesen Zucker, ohne dass die Bauchspeicherdrüse Insulin ausschüttet. Das heißt, wenn wir von Türen sprechen, hier bleiben die Türen einfach zu. Trotzdem, Hunger, verrückterweise, wir denken ja immer, wo entsteht Hunger, im Bauch oder so. Nee, Hunger entsteht hier oben im Gehirn. Und wenn ja das Gehirn permanent ernährt wird, also permanent funktioniert, das Gefühl hat, ist ja alles super, kann unten, solange der Fettstoffwechsel stattfinden. Das heißt, die Muskeln, die Organe, alles funktioniert weiter. Der Stoffwechsel wird am Leben gehalten. Weil aber keine Nahrung im Lauf des Tages kommt, greift der Körper die Fettreserven an. Und damit die Muskeln nicht flöten gehen im Laufe dieser Woche, dürfen Sie am Abend dann sagen, was da drin steht. Entweder einen von meinen Shakes oder Sie nehmen einfach einen Quark, Sie machen sich ein bisschen Fleisch oder Pute. Für die Veganer ebenfalls die Lösung, essen Sie Tofu und, 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 und. Was hier eben angegeben ist. Aber nochmal, Sie essen, um Ihre Muskeln zu ernähren, aber nie, weil Sie wahnsinnig Hunger haben. Und nach der Woche fühlt man sich wirklich in eine neue Geburt. Wir reden Regie gerade relativ viel ins Ohr. Alarm, oder? Not-Top-Alarm, genau. Im Sinn von, eben, das ist ja gut, dass das Regie macht, Alarm, Alarm im Sinn von, wir haben halt nicht mehr allzu viel an Lager. Ist klar, dass das jetzt ein grosses Thema ist, vor allem zu dem Preis, wenn Sie sich überlegen, was Sie sparen, durch das, was Sie nicht gehen kaufen müssen. Übrigens, bei einem grossen Kreislauf, wenn Sie nicht einkaufen müssen, müssen Sie sich auch nicht in Gefahr begeben und rausgehen. Man hat eine ganze Geschichte, die da ja bei uns in der Schweiz immer noch wütet. Ich kann es nicht anders sagen. Also, Sie gehen weniger zum Haus aus, was gut ist, was auch im Sinne vom Bundesrat ist. Und Hunger haben Sie trotzdem nicht. Und das Ganze eben für nur 99 Franken. Und der Preis ist auch nur heute. Du weisst, wir sind manchmal bei 129, 149. Das war eh immer schon so, muss ich auch sagen. Also nicht nur, dass es in Deutschland fast immer vergriffen ist. In Deutschland kostet das Produkt 129 Euro. Ja, eben. Das heisst, also auch da wart ihr quasi immer schon etwas günstiger. Und der Preis heute ist unfassbar. Aber vielleicht einen der Erfinder, wenn wir den jetzt noch mal mehr oder weniger auch live vor die Kamera bekommen... Genau, der tut uns jetzt mal schnell erklären. Genau. Wir haben eine Schaltung. Da wird uns der Erfinder jetzt, das sind ja, glaube ich, zwei, ganz genau erklären, warum das funktioniert. Prost. Prost. Liebe Barbara, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Grüße hier aus Köln. Und zum Thema Abnehmen kann ich nur sagen, das ist nicht so einfach. Denn wenn wir abnehmen wollen, Körperfett reduzieren wollen, dann müssen wir auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichten. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Aber es gibt ein kleines Problem. Denn diese ganzen Kohlenhydrate aus Kartoffeln, Reis und wo auch immer sie herkommen, die landen nachher als Zucker in unserem Blut. Und von diesem Zucker ernährt sich unser Gehirn. Wir haben zwar einen gewissen Speicher an Zucker in unserer Leber, aber der ist halt irgendwann aufgebraucht. Und wenn wir dann weiter uns kohlenhydratfrei ernähren, dann schreit unser Gehirn, weil es leidet an Hunger. Wir haben Heißhunger und die entsprechenden Nebeneffekte. Und jetzt kommt Precursor ins Spiel. Precursor hat eine Vorstufe, die die Leber in Zucker umwandelt. Und dieser Zucker steht jetzt dem Gehirn zur Verfügung. Also können wir wunderbar insulinunabhängig eine kohlenhydratarme und fettarme Ernährung betreiben. Wir können richtig kräftig Körperfett abbauen. Und unser Gehirn ist mit Energie versorgt. Es kommt nicht zu Heißhunger. Und wir können die Diät wunderbar durchhalten. Tja, und das klappt. Und in diesem Sinne, Prost. Ja genau, also Prost, Prost, Ihnen die He-Au. Sie sind ja vielleicht jetzt gerade noch irgendwie am sich parat machen. Vielleicht können Sie ein bisschen frische Luft schnappen. Das ist an sich eine gute Idee. Nur heute, gerade jetzt, ist es keine gute Idee. Weil, wir haben es vorher gehört, während der Schaltung, wir sind praktisch schon wieder ausverkauft. Das läuft wirklich gut. Würde ich aber jetzt auch machen. Man sieht übrigens auch, dass unsere Frau Klein schon den ganzen Krug fast... Ja, wenn wir hier stundenlang für Sie live stehen, will ich auch nicht permanent meine Gedanken um Essen kreisen lassen. Ich will ja sagen, das ist das beste Beispiel. Barbara ist jetzt wirklich jemand, der weiss, was sie erzählt, der kompetent ist. Und wenn sie so kräftig zugreift, dann ist das wie ein klars Indiz, dass das funktioniert. Und das wissen wir auch, dass es funktioniert. Von der Wissenschaft her, wir haben es gerade erklärt bekommen, aber auch von Ihnen zu Hause. Weil die meisten bestellen nachher nochmal nach. Und wenn Sie das wollen, zu diesem Preis, können Sie das heute in der jetzigen Live-Sendung machen, für 99 Franken. Später, wenn wir ihn wieder haben, den Precursor, müssen Sie einfach damit rechnen, dass er dann wieder beim Normalpreis von 149 oder sogar höher ist? Für all diejenigen. Also es ist auch wirklich ein Produkt bei den Eiweissschilden. Nachher können wir sagen, die sind halt auch lecker und haben kaum Kalorien. Aber hier geht es ganz gezielt um Abnehmen. Hier geht es tatsächlich auch darum, wenn Sie es jetzt mal ausrechnen, in einer Woche tatsächlich Frühstück fast gar nichts, Mittag vielleicht mal eine Buttermilch oder so, wenn überhaupt, oder essen Sie ein hart gekochtes Ei, am Abend so ein bisschen was, dann sind wir am Ende der Woche preislich sogar drunter. Nochmal ganz wichtig, es wurde ursprünglich dafür entwickelt, das hat der, und ich fand es so süß, wie die Professoren es erklären, man wollte eigentlich Leistungssportler, Radfahrer, den Hunger nehmen, damit sie einfach mal drei, vier Stunden am Stück durchradeln können, ohne anhalten zu müssen. Dann hat man festgestellt, die haben überhaupt keinen Hunger. Dann gab man es den Diabetikern. Dann hat man bei den Diabetikern festgestellt, die haben abgenommen, ohne dass Hunger kam. Und dann haben auch die betreuenden Ärzte gesagt, also wir geben das überhaupt niemandem, wir behalten das. Wir behalten das genau. Was ich faszinierend finde, ist, wenn es jemand kopieren wollen würde, er kann ich, es ist patentiert. Wenn jemand sagt, na ja gut, dann trinke ich halt ein bisschen was anderes und versuche nur abends zu essen, dann funktioniert es nicht. Apropos nicht funktionieren, wir haben gerade im Moment, wir haben zwar ein funktionierendes Telefon, aber die Leitungen sind besetzt. Und dann müssen Sie jetzt einfach schnell warten, nochmal wählen. Oder eben, Sie gehen ins Internet, das ist immer die beste Alternative, ist auch nicht so schwierig. Sie gehen ein www.premiumshopping.tv. Nicht CH, TV. Und dort gehen Sie auf Precursor, klicken, füllen Ihren Warenkorb, denken Sie daran, alles, was Sie heute bestellen, zahlen Sie das Porto nur ein einziges Mal. Dort sehen Sie übrigens auch noch gerade, Barbara hat es vorhin schon gesagt, wie man sinnvoll ergänzen kann. Genau. Am Abend macht das zum Beispiel durchaus Sinn mit einem Shake noch zusätzlich. Genau, genau. Also der Shake auch so für zwischendurch, mein Tipp, wenn man jetzt gerade am Tag sagt, so ein bisschen was trinke ich jetzt aber noch zusätzlich, wäre der Shake explizit ideal. Und wenn nach der Woche, wenn Sie sagen, boah, jetzt starte ich aber doch, jetzt habe ich endlich mal schnell dieses Erfolgserlebnis, dann gleich noch den großen Eimer der Eiweiß-Tabs dazu, weil dann freuen Sie sich vielleicht auch wieder auf Kohlenhydrate und auf Essen. Ich kann Ihnen noch einen weiteren Tipp geben, wenn es vor Weihnachten kommen sollte und Sie freuen sich schon, weil vielleicht Besuch kommt und Sie die ganz schon vorbereitet haben und am zweiten Tag Fondue oder was auch immer, fangen Sie erst danach an. Weil nochmal, wenn man das im Laufe des Tages trinkt und man hätte dann wunderschön das Fondue und alles dekoriert, würde man sagen, naja gut, das esse ich jetzt oder eben auch nicht. Das ist etwas total Verrücktes, das mit dem Getränk für eine Woche lang Hungergeschichte ist. Übrigens, gerade beim Beispiel Fondue, es macht einen Riesenunterschied, ob Sie zehn Brotwürfel mit Käse essen oder ob Sie fünf essen, weil gerade Käse hat wahnsinnig viele Kalorien. Ich möchte Ihnen jetzt nicht das Fondue verdienen, aber es ist wirklich unglaublich. Schauen Sie mal auf die Packung, wenn Sie Packungsfondue haben, wie viele Kalorien so ein Fondue hat. Psst, Hammer! Ein paar Eiweißtabs vorher und nicht ganz so viel. Und das hilft Ihnen, oder? Also die Eiweißtabs helfen sowieso. Und da werden Sie einfach wirklich merken, Sie brauchen nicht die Wahnsinnsdisziplin, wie Sie jetzt vielleicht Angst haben von einer Diät, sondern es hilft einfach, effektiv weniger zu essen. Und Sie wissen, wenn Sie weniger essen, nehmen Sie nicht zu. Also so einfach ist die Geschichte. Den Preis übrigens, den können wir nur jetzt garantieren in dieser Live-Sendung. Wir wissen nicht, ob wir jetzt dann nicht bald ausverkauft sind. Und dann gilt der Preis nicht mehr. 99 Franken, meine Damen und Herren, ganz kurz nochmal, es ist sehr einfach, du hast es vorher gemacht, einfach abfüllen. In einem Messbecher abfüllen, in einen Liter Wasser geben, umrühren, den ersten Grug vormittags, den zweiten Grug dann nachmittags bis zum Abend. Minimal, vielleicht wenn überhaupt, Hunger und Eiweissschäge am Mittag dazu. Dann am Abend gerne, was in dem Büchlein auch drin steht, eiweissreich, wenig Kohlenhydrate, dann kommen Sie in diesen richtigen Stoffwechsel rein, der Ihr Fett verstoffwechselt zu Zucker, welcher dann verbrannt wird. Wir haben einen ganzen Liter, beziehungsweise sind es zwei Liter? Es ist ein Liter. Konzentrat und wir trinken dann zwei Liter verdünnt. Und ganz kurz nochmal, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, den Hinweis auf unsere Lupinen-Tabs. Die sehen Sie auch bei uns im Internet. Barbara Häpfer hat davon erzählt, falls Sie die erste Stunde bei uns nicht gesehen haben. Da haben wir es nochmal eingeblendet für Sie. Das macht wirklich Sinn, wenn Sie da gerade das dazu bestellen. Dann fangen Sie nämlich mit dem Precursor an, machen das eine Woche, werden begeistert Sie ab Ihrem Gewichtsverlust. Und das ist ja schon die grösste Motivation, zum Weitermachen. Und wir wissen ja eben, Jojo ist immer so ein Thema. Das wird Ihnen nicht passieren, wenn Sie mit den Eiweistabs dann gerade weiterfahren. Und vor allem denken Sie daran, das ist jetzt eine riesige Sonderbüchse. Ich kann es nicht galant ausdrücken. Es ist einfach dreieinhalb Mal grösser als sonst. Und das hält Ihnen dann also wirklich gut für Januar, Februar. Denken Sie auch daran, dass Sie ja Ihre Sommerfigur im Winter machen. Also es ist jetzt der Zeitpunkt, um dann hoffentlich, meine Damen und Herren, im Sommer zeigen zu können, dass Sie eben im Lockdown nicht zugenommen haben, sondern den Lockdown genutzt haben für eine Neuerfindung von sich selber. Oder wenigstens eben vom schönen Äusseren. Jetzt haben wir schon wieder etwas bereit gemacht. Schnell ist es gegangen. Es geht wirklich mit Schlag auf Schlag. Und zwar, Barbara, auch hier wieder etwas Grandioses. Wir haben es in der Vorschau kurz gesehen. Es sieht ja so ein bisschen aus wie Gummibärchen. Es sieht so ein bisschen aus wie etwas zum Naschen, Schnellschen sagen wir. Du hast es jetzt da gerade schon in der Hand. Was genau hast du da? Ich habe es vorher schon gesagt, tatsächlich die allererste, die diese sogenannten Kollagenshots hatte, wo einfach Kollagenpeptide, und ganz wichtig, sie sollten studiengeprüft sein, studiengeprüfte Kollagenpeptide, die so klein sind, dass sie durch die Darmschleimhaut durchpassen, über die Kapillare dann zur Haut gehen und dort neue Kollagenfasern bilden. Und Kollagen ist das Stützgerüst der Haut. Deswegen können und dürfen wir hier auch Folgendes sagen. Wir werden ja auch beäugt von ganz vielen Anwälten. Und das ist auch gut so, sonst könnte ja jeder so vor sich hin plappern. Aber ich kann beweisen, dass nach zwei Packungen, also in dem Fall nach vier Wochen... Da kommen wir übrigens gerade zwei, also Sie kommen, meine Damen und Herren, zwei Packungen geliefert über. Es ist noch wichtig, dass wir das sagen, wenn man den Preis hier einblenden sieht, der ist eigentlich normalerweise für eine Packung. Heute, am 4. Advent, in dem furchtbaren Jahr 2020, wo wir mal gemeint haben, es wäre gut, tun wir Ihnen wenigstens jetzt noch etwas Gutes, indem wir Ihnen mit dem Preis entgegenkommen. Und da wirklich jetzt... Also es ist im Prinzip der Selbstkostenpreis. Genau, es ist wirklich so. Aber damit man... Entschuldigung. Damit wir eben auch mal beweisen können, was es kann. Danach werden Sie dann auch eins wieder für 49 kaufen. Aber es ist mir so wichtig, machen Sie bitte vor und nachher ein Bild. Vor dir. Und zwar nicht nur Gesicht. Sie werden es erkennen an Hals, Sie werden es erkennen an Dekolleté, Sie werden es erkennen an Beinen und Po. Wenn die Haut auch über den Knien, wenn man so beim Yoga herabschauender Hund und man geht runter und denkt sich, um Gottes Willen, das Bindegewebe wird fester. Das sind keine Zaubergummibärli, aber es sind Gummibärlis, die von unten ernähren, von unten stützen, von innen stützen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mal schauen, das ist noch interessant, und gehen Sie mal im Internet schauen, wie so Kollagen, wie das aussieht. Das sind so Fasern. Und dann wird das wie so ein Gerüst, das man hat. Und wenn man jetzt das Gerüst nicht stützt oder sogar aufbaut, dann kracht das zusammen. Solarium zum Beispiel lässt das Kollagengerüst komplett zusammenstürzen. So generell. Einfach, wenn man manchmal ein bisschen viel geraucht hat, vielleicht, oder sonst einmal eine Zeit gehabt hat. Vielleicht hatten Sie ja mal eine wilde Zeit gehabt. Sie können diese wilde Zeit nicht wieder gut machen, in diesem Sinne. Aber Sie können auf jeden Fall aktiv jetzt das Kollagengerüst aufbauen. Und das ist ganz wichtig, dadurch wirkt Ihre Haut eben prall. Und das schafft so keine Creme, auch wenn Ihnen das immer wieder suggeriert wird, dass Sie mit einer Creme so etwas machen können. Das ist kurzfristig. Wir schaffen da langfristig. Wir bauen auf. Barbara zeigt das jetzt auch gerade schon schön auf dem iPad. Was haben wir da? Alles drinnen ist. Das ist mir ja so wichtig. Das Verisol, dieses studiengeprüfte Kollagen. Wir haben aber dann in dem Fall für einen Monat auch gleich Zink, gerade bei Entzündungen oder bei Akne. Wir haben wieder eine kleine Portion Vitamin D, weil es einfach gut ist für unser Immunsystem, im Winter eh zu ergänzen. Wir haben Vitamin C, weil das Kollagenpeptide dazu brauchen. Wir haben die Folsäure. Es kann Mann, Frau, Jung, Alt, Dick, Dünn, Jetzt habe ich aber gerade eine Frage dazu. Aber wenn man jetzt den Precursor übrigens, wo bei uns immer noch extrem nachgefragt wird von vorher, wenn man jetzt mit dem Precursor und deinen Eiweiss-Tabs Gewicht verliert, dann wird ja die Haut logischerweise so ein bisschen schlaff, oder? Du kennst so viele von meinen Damen und Herren, die mit mir Gewicht verloren haben. Parallel dazu, es ist immer wichtig, nach deinem Kollagenstützgewebe zu schauen, mit Vitamin C zu ergänzen. Sonst sind wir nachher schlank und schlaff und wir wollen ja eigentlich schlank und straff sein. Also würde es ja Sinn machen, wenn wir jetzt zum Precursor, wo sie immer noch fleissig bestellen, und den Eiweiss-Lupine-Tabs eigentlich auch noch das Trio wäre gross. Das Trio gerade nimmt. Es ist ja dann sogar eben noch zwei dazu. Das macht Sinn. Also dann sind sie eigentlich wie so für ihr Programm. Das haben wir Ihnen jetzt gerade so zusammengestellt. Erste Woche Precursor, dann weiter Gewichtsreduktion, mit der Lupine. Schauen Sie noch mal, was diese Lupine kann und warum sie so toll ist. Barbara hat es gesagt, und dann machen Sie weiter oder parallel zu der Lupine. Ja, parallel. Parallel am besten gerade. Ja. Schauen Sie, dass Ihr Kollagengerüst nicht zusammenkracht, dass das nicht zusammenstürzt, dass Sie eben nachher nicht eine schlaffe Haut haben, wenn Sie also ziehen, dass das da so keine Spannkraft mehr hat. Wenn wir uns auch überlegen, wir bräuchten eine Creme für die Augen, fürs Gesicht, für den Hals, Dekolleté, Bein, Po. Was haben wir damals nicht schon alles reingeschrubbt, geklopft, gecremt, massiert, therapiert und haben gar nicht so viel gesehen. Hier ist sichtbar, Zellulide wird weniger. Nochmal ein Hinweis auf den Precursor, meine Damen und Herren, das ist das, was wir Ihnen vorher gezeigt haben, den Liter, wo Sie nachher zwei Liter Konzentrat, ein Liter Konzentrat in zwei Liter auflösen, dass Sie eine ganze Woche lang und weniger Hunger haben. Sie sehen es jetzt eingeblendet, zum wirklich absoluten Sensationspreis von unter 100 Franken. Wahnsinn. Da also bitte ein bisschen Geduld haben. Wir werden uns da ausverkäufen. Noch hat es aber genug an Lager. Räuten Sie jetzt an, das Angebot können wir Ihnen nur heute live machen, am 4. Advent. Wir hoffen, dass Sie so begeistert von Precursor, wie wir das sind. Wenn Sie es noch nicht sind und zögerlich, probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein. Ihre Freundinnen werden Sie fragen, warum Sie plötzlich so einfach abgenommen haben. Also das ist, da können Sie ja dann sagen, iserne Disziplin. Sie müssen ja nicht in der Wahrheit bleiben. Wir haben schon übrigens das Nächste parat bei uns. Und zwar auch da wieder etwas, eben da weisst du, ich persönlich. Wir sind jedes Mal ausverkäuft. Jedes Mal habe ich es nicht geschafft, noch eine Packung rüberzukommen. Das Mal bin ich jetzt wirklich früh genug gewesen und habe früh genug bestellt. Weil das ist etwas, was Sie einfach müssen haben. Ich finde, es ist der Retter in allen Hungerlebenslagen. Ja. Statt dass Sie die Chips essen beim Netflix oder was auch immer Sie schauen, nehmen Sie einen Shake, machen Sie sich einen Shake. Wir haben da weniger Kalorien als einen Apfel, meine Damen und Herren. Ja. Ohne Eiweiß keine Fettverbrennung. Ohne Eiweiß geht der Stoffwechsel nach unten. Hier haben wir ein ganz besonderes Eiweiß und eine großartige Kombination. Sie werden keinen Eiweißshake. Ich weiß, die Fitnessstudios und die Apotheken, wo man gerade aber eh nicht hin will, wenn man nicht zwingend muss, sind voller Eiweiß, fast immer voller Kohlenhydrate, fast immer voller Fett. Und Zucker wie verrückt. Ja genau, Kohlenhydrate, Zucker. Jetzt gehen wir kurz aufs iPad, nur damit Sie sehen. Das ist der Unterschied. Normalerweise bestehen Eiweissshakes, egal woher, Drittel Eiweiß, Drittel Fett, Drittel Zucker. Egal, ob teuer aus der Apotheke, ob teuer aus dem Fitnessstudio oder aber aus dem Drogeriemarkt, es sieht immer so aus. Und jetzt schauen wir uns mal meinen an. Es sind 97% Eiweiß. Ganz viel davon aus der Lupine. Ballaststoffe, präbiotisch für den Darm. Wir ernähren die guten Darmbakterien. Wir haben Maka drin. Die Süsskraft kommt nicht aus Süssstoffen, die kommt aus Stevia. Der schmeckt null bitter, der schmeckt cremig. Der macht satt. Wir haben ja da schon einen und haben noch gar nicht gebührend eigentlich aus Zufrasch. Jetzt ganz wichtig, Garcinia, Gambodscha, nicht nur das hier auch wieder. 35 Stück drin sind statt 20. Garcinia, Gambodscha, immer nur einmal in einer Sonderedition. Da wir hier auch, wenn Sie den trinken und später anderes essen würden, wird ein Teil der Fette gebunden. Das ist eigentlich das Besondere. Jetzt habe ich natürlich die Frage, was bekommt man denn alles? Wir haben ja verschiedene Geschmäcker, verschiedene Boxen. Er ist schon wahnsinnig, ich muss Ihnen jetzt einfach noch einmal sagen, ich sehe es auch, er ist wirklich wahnsinnig cremig. Ich kann es nicht anders sagen, es ist etwas, wo Sie sich darauf freuen werden. Es ist nicht, ich muss noch einen Shake trinken, sondern es ist wirklich, ich darf einen Shake trinken. Was nehme ich denn heute für einen Geschmack? Ja, also die häufigste Frage ist, wie viel darf ich denn am Tag noch einmal trinken? Ja, es ist wirklich so. Sie dürften wirklich bis zu drei am Tag trinken. Wenn Sie zum Beispiel diese Precursor-Woche so richtig durchziehen, dann gönnen Sie sich da einen am Mittag und am Abend auch noch einmal. Weil manchmal hat man trotz Precursor, man hat ja zwar keinen Hunger, aber man hat so Gluster. Ja, klar. Was hast du jetzt für eine Geschmacksrichtung? Ich habe Pfirsich. Und ich habe einen Schokolade. Was haben wir überhaupt? Vanille, Pfirsich oder Schokolade. Vanille, Pfirsich oder Schokolade. Also wirklich am besten jetzt sich mindestens eine Box sichern. Wie viele Saches sind es? 35. Wir haben sonst immer nur 20 drin. Das ist praktisch Ihr Handwerkskoffer. Der Handwerkskoffer zum Abnehmen. Fünf Wochen lang, wenn Sie jeden Tag einen trinken, fünf Wochen, da kommt dann praktisch Fasching und Sie schlüpfen schon in die... Wollen wir mal drinschauen, schnell? Ja. Weil das Schöne ist auch, jetzt muss man mal schauen, dass man das, der Christian das kann einfangen. Christian ist ja der Meister von seines Fachs, der kann das sicher. Voilà. Also es gibt ja schon mal sehr viel her, finde ich übrigens. Man kann das wunderbar in der Küche aufstellen auch. Also es ist so ein bisschen, es hat so etwas wie, weisst du, die wahnsinnig teuren Smartphones, die so schön verpackt sind, die wir alle lieben. Genau so ist es. Das ist also wirklich der Premium-Koffer zum kleinen Preis. Du hast vorhin gesagt, der Handwerkskofer. Und dann lächelt auch immer noch, ob Barbara so freundlich kann. Und dann weiss man auch gerade, oh ja, der Tag wird gut, wenn man in strahlendem Gesicht von Barbara Klein darf fliegen. Das ist so herzig. Also das Ganze wirklich in dieser Box. Die Saches können Sie problemlos auch mitnehmen, wenn Sie möchten, wenn Sie auf Besuch gehen. Machen Sie das? Sagen Sie, ich nehme noch so einen Shake. Dann wird Ihre Freundin ganz neidisch fragen, was Sie da machen. Und dann können Sie gleich sagen, ja, ich mache Gewichtsmanagement und das Ganze mit viel Spass und Freude. Mit einer Magermilch, mit einer ungesüssenen Mandelmilch, Reismilch, Hafermilch oder Wasser. Also ich rate Ihnen auch, Wasser gerne mit ein bisschen gefrorener Banane. Dann wird das Ganze einfach nur cremig, lecker, 58 Kalorien, wie du sagtest, halber Apfel. Ja. Drei Bonbons, die haben praktisch schon diese Kalorienzahl. Sie sehen hier also noch Saches, da können Sie mitnehmen und Sie werden sich dann wahrscheinlich wirklich freuen. Also da habe ich jetzt auch einen Pfirsichgeschmack. Also wir haben wirklich fruchtig, Sie können sogar anfangen, wenn Sie möchten, dann ein bisschen wild werden und kombinieren. Zum Beispiel Pfirsichwanil geht sehr gut. Ja. Ich mache es manchmal mit Crushed Ice, wenn Sie das machen können. Also da können Sie wirklich mit Eiswürfeln noch. Ich mache Schokolade mit Kaffee. Also Schokolade und dann einfach einen ganz normalen Filterkaffee noch mit dazugießen. Das ist wie ein richtig leckerer Cappuccino. Vanille passt zu allen gefrorenen Beeren. Also gerne eben einfach, was da der Gefrierschrank noch hergibt, in einen elektrischen Mixer. Unseren Shake haben wir jetzt einfach mit so einem Handmixer, mit einem Schneebesen geht auch. Das ist nochmal für jung, für alt, für Mann, für Frau, für schlank, für übergewichtig und bei Übergewicht würde ich wirklich zwei nehmen. Sie müssen nicht wie Barbara jetzt gesagt hat, mit Früchten oder so arbeiten. Das ist einfach eine Ergänzung. Sie werden die ersten Wochen einfach so geniessen können. Es wird Ihnen nicht langweilig werden, auch ohne Früchte und ohne gefrorene Bananen. Wenn Ihnen das jetzt schon zu kompliziert klingt, ich denke jetzt einfach an den Single-Haushalt von den Herren. Wir haben jetzt nicht einfach gefrorene Bananen oder so. Dann wird es Zeit, bevor eine Banane übrigens braun wird. Weil eine braune Banane hat den hohen glykämischen Index. schälen, schneiden, in einen Tupperdösli tun, in Gefrier und jederzeit kommt dann eine schöne gefrorene Banane. Ich bin schwabe, ich bin schwabe. Wir haben die letzte Minute, die läuft. Und nochmal, der Hiwi ist auf das Internet, www.premiumshopping.tv, weil unsere Leitungen besetzt sind. Wir sind live heute. Das heisst, alles, was wir jetzt machen, das sehen Sie zu Hause auch. Und Sie können also entsprechend auch davon ausgehen, wenn die Zahlen gering werden, den Verkaufsbeständen, die wir noch haben, dann ist das auch so. Wir haben einen Knopf im Ohr, da sagt uns die Regie immer, wie viele es noch sind. Es sind jetzt, wie viele noch Regie? Die letzten 300 Möglichkeiten, heisst es. Ratzifatzi. Ratzifatzi. Die Schweiz hat sich auch was vorgenommen. Das freut. Aber die Preise sind heute natürlich auch. Die Preise sind super und es macht jetzt auch Sinn, in der Zeit, in der wir uns nicht gut so draussen bewegen können, dass wir wenigstens auf die Ernährung schauen. Sie wissen ja, wie viel ist Ernährung und wie viel ist Sport, Barbara? Also 70 Prozent unseres Körpers, wir funktioniert, Gesundheit, Gewicht, alles ist tatsächlich, was stopfen wir in uns rein. Manchmal sollte man sich's wert sein. Hier finde ich eben auch, hier sind sozusagen, es kann ja auch das Frühstück sein für die nächsten fünf Wochen. Einfach mal so starten mit ein bisschen Quark oder ein paar Haferflocken oder eben Milch oder Wasser. Und man muss es nicht lagern, wenn man jetzt eben nicht permanent raus will und jeden Tag frisch einkaufen. oder wenn man sagt, Gesundheit ist einfach wirklich elementar wichtig. Ich streiche jetzt mal Zucker. Hier ist kein Zucker drin. Und denken Sie daran, Lupine, so eine schöne Pflanze, ich kann es nicht anders sagen, ich finde schon, das erwärmt einem das Herz, wenn man weiss, man schaut auch da bei der CO2-Bilanz letztendlich, dass man da nicht von irgendwo von Australien her das herkarrt, sondern eben einheimische, wunderbare Pflanzen. Super gut von der Barbara Klein in einem praktischen, alltagstauglichen Sachet. Und nochmal ganz kurz den Hinweis auf den Precursor. Der Precursor ist fast ausverkauft, ist aber wie der Start für ihr neues Jahr. Ich hätte jetzt fast gesagt, für ihr neues Leben. Also Sie kaufen am besten jetzt wirklich den Precursor, werden sehr schnell Gewicht verlieren und machen natürlich nachher weiter mit ihrem Gewichtsmanagement. Das heisst, am besten eben mit den Eiweistabs für unterwegs, aber auch mit den Sachets, die Sie jetzt gerade gesehen haben, die Sie wirklich ergänzen können. Wir haben so wenig Kalorien, es sind unter 60 Kalorien in einem solchen Sachet, da können Sie also gar nichts falsch machen. Aber Sie müssen natürlich jetzt zugreifen, wir sind wirklich praktisch ausverkauft. Was Besseres zum Precursor gibt es nicht, weil das ist eben Precursor, sollte dann, was man ja auch ganz einfach machen kann, Kohlenhydrate verzichten, Fett verzichten und bevor man jetzt denkt, huch, jetzt muss ich wieder loslegen, 200 Gramm Putenbrust kaufen, kann man natürlich wirklich einfach schnell einen Shake machen. Wir haben es in der Zwischenzeit, als Sie den Ferrari-Sessel gesehen haben oder gesehen, jetzt eingeblendet, haben wir dies loziert da bei uns im Studio. Das war jetzt nicht so eine wahnsinnige sportliche Leistung, aber im Himmel hat uns bewegt. Und wir haben es auch uns bequem gemacht, meine Damen und Herren. Wir sind ja in der Weihnachtsstimmung so ein bisschen. Hoffentlich sind zu Hause auch am 4. Advent Weihnachten, ein schwieriges Jahr, das wirklich ganz, ganz, ganz prägend war für viele Menschen. Und wir haben gefunden, wir lassen es uns ein bisschen gut gehen. Und das gut gehen, das soll bei Ihnen zu Hause auch der Fall sein, mit unseren Preisen, die wir haben, dass es Ihnen gut geht. Barbara sagt gar nichts mehr, sie ist ruhig, sie schwiegt, das heisst, es geht ihr gut. Und ich, ich selber sitze auf einem Massagesitz und ich möchte Ihnen jetzt dann gerade mal zeigen, was der kann. Barbara, du bist ja ein Riesenfan von dem. Du hast ja vorher gesagt, im Prinzip jeder Küchenstuhl kann man damit umfunktionieren. Genau, ich kenne unterschiedlichste Massagegeräte, manche sind tatsächlich einfach nur Schnickschnack, da ist schade für jeden Franken oder jeden Euro. Hier kommt ein echter Ferrari, der eben von Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schulter-Nackenthemen, aber auch bis ganz runter Kreuz, Bein, Becken, Hüfte geht. Ich kann die Intensitäten variieren, ich kann ein Programm einstellen. Sie haben da jetzt, also das ist wirklich super, super ultra bequem. Sie haben eine sehr einfache Fernbedienung, die Sie im Prinzip einfach einschalten. Und ich wähle jetzt einmal, Sie sehen das auch hier, ich versuche es zu zeigen, zum Beispiel Shiatsu. Genau, Shiatsu ist ein langsames, recht intensives Zirkeln, welches die verspannte Rückenstreckermuskulatur so parallel zur Wirbelsäule. Beim Schwein wäre es das Filet, weisst du was ich meine? Also das sind die Rückenstrecker, die Muskeln, die von oben bis unten ziehen und die werden jetzt durchgeknetet und das ist einfach genial. Und jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, meine Damen und Herren, das ist, leider können wir das Ihnen überhaupt nicht demonstrieren. Was ich jetzt so verblüffend finde, ist wirklich, dass genau jetzt die Muskeln schon getroffen werden und ich offenbar Verspanningen habe. Ja, also fast jeder ist verspannt, hauptsächlich im Bereich der Schulternackenmuskulatur oder auch der untere Rücken. In der Mitte fehlt uns meistens so ein bisschen Beweglichkeit, aber auch das kann in dem Fall hier dieser Stuhl, dieser Sessel. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese riesen Trümmer-Massagesessel, 2'000-3'000 Euro und da steht so ein Brummer, meist noch hässlich, im Wohnzimmer, die sind lange, die sind lange nicht so gut. Ich habe jetzt noch nie eine so gute Massage und ich sitze ja jetzt einfach mal drauf, ich kann mich ja noch gar nicht damit beschäftigen, wirklich. Ich spüre jetzt zum Beispiel da hinten beim Kreuz, wie es mir wirklich gut tut. Denken Sie daran, dass Sie profitieren, jetzt in dem Fall bitte wirklich von unserer flexiblen Ratenzahlung. Das heisst, wir richten uns nach Ihnen, nach Ihrem Budget. Sie können ganz verschiedene Möglichkeiten wählen, wie Sie möchten zahlen. Lassen Sie sich da bitte beraten, rufen Sie an 0800 11 11 22. Mir fällt fast schwierig jetzt zu reden, weil es so schön ist. Also, was ich noch erklären möchte, Sie können Wärme zuschalten. 17 Stück, Barbara. Okay. Sie können im Sommer Kälte zuschalten, Sie können manuell einstellen, wenn Sie sagen, das geht jetzt von unten, soll es gar nicht mehr wieder verschwinden. Das soll einfach nur Hüfte, Iliosakral, Gelenk, Becken bleiben, könnten Sie einstellen. Wenn Sie sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, lassen Sie sich mal von oben bis unten massieren, dann ist es ein vorgegebenes Programm. Ich habe jetzt gerade, das habe ich noch nie gesehen, ich zeige das nochmal schnell, man sieht es nämlich jetzt auch, glaube ich, Leuchten. Also, Kälte bei einem Massagestuhl, Wärme, das kennt man, oder? Das ist meistens irgendwie Wärmelampe oder so, aber dass man da noch Kälte dazu kann schalten. Einfach kühl, im Sommer, total angenehm. Und auch hier, wir können noch immer wieder sagen, es ist der absolute Marktführer. Wenn Sie heute bestellen, wenn Sie heute bestellen, dann wird morgen ausgeliefert, also heute Sonntag können Sie bestellen, vierter noch Pfand, dann wird es morgen ausgeliefert. Ziemlich sicher schaffen wir es noch auf Weihnachten. Das heisst, es ist natürlich das Weihnachtsgeschenk, eigentlich für die ganze Familie. Also das muss man wirklich mit jemandem teilen, egal ob Familie oder Freunde, wenn wir uns dann wieder zuhauf besuchen dürfen, da wird sich echt jeder beneiden. Und nochmal, warum ist Massage so wichtig seit Tausenden von Jahren? Schaut man danach, dass Nerven, die ja aus der Wirbelsäule zu ihren Augen, in ihre Finger, in ihre Arme, zwischen die Rippen, zu ihren Organen, der dickste Nerv, der Ischersnerv, hier außen, über die Beine bis zum kleinen Zehen ziehen. Dafür muss, sollte es der Wirbelsäule gut gehen. Und deswegen ist Massage und derzeit, ich weiss nicht, wie es in Deutschland ist, man kann einfach kaum. Jetzt kommt die Vibration. Das liebe ich. Tapping, da müssen Sie unbedingt ausprobieren. Tapping ist klopft. Das ist genau das, wenn Sie in einer Physio sind, dann klopft der Physio. Und das machen Sie meistens nicht so gern und nicht so lange. Da können Sie sich jetzt so lange eben tappen. Ja, so lange, wie man will. Es ist wirklich, es ist wirklich phänomenal. Ich bin jetzt recht froh, dass ich da den Prime, den Prime Platz habe. Tapping ist super, wenn ich da mal noch habe. Also das ist jetzt wirklich etwas, was ich nicht einfach in die Gala lade. Auch da wieder ein super Preis. Nutzen Sie unsere Teilzahlungsmöglichkeiten. Ich muss immer grinsen, das ist so super. Ja, vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn man bei der Massage ist, ich weiss nicht, ob Sie das kennen, manchmal schaue ich dann immer schon auf die Uhr und denke, oh nein, in zehn Minuten ist es schon wieder vorbei. Wie schade. Wenn das hier vorbei ist, dann machen Sie einfach noch eine Runde, wenn Sie noch mal möchten. Oder am Abend noch mal in heimeliger Stimmung. Also zu Hause bleiben kann ja auch einfach nur wunderbar sein, ob Sie sich was Schönes für die Füsse gönnen, ob der gesamte Rückenschulternacken therapiert wird, ob man sich dazu einen schönen Shake gönnt. Also könnte doch alles Schlimmer sein. Genau. Nehmen Sie einen Shake von Barbara Klein, tun Sie ein Schirmchen rein und Sie haben wirklich das Gefühl, Sie sind irgendwo auf Tahiti in den Ferien. Wenn man schon nicht weggehen darf. Keine Musik. Oder Bora Bora, dort wird die Schlangemalaner. Übrigens, zwölf Stück haben wir noch noch, also zwölf Bestellmöglichkeiten. Aber das ist eigentlich klar. Und einer davon geht weg, meine Damen und Herren. An Heimeliger. in Hausen Emeliger. Also elf noch. Müssen Sie wirklich jetzt schnell zugreifen. Der Preis ist wirklich halt, weil es so gut geschaffen worden ist, weil es das Beste vom Besten ist. Sie werden nie sonst so einen Massagesessel können. Nein. Überhaupt bestellen irgendwo. Und ich weiss es, Medisana ist eine Düsseldorfer Firma. Also ich kenne sie sehr, sehr gut. Ich darf da immer wieder auch als Berater tätig sein. Wenn die weg sind und Sie sich dann im neuen Jahr sagen, naja, dann hole ich es mir jetzt halt vielleicht für 460 Franken. Wenn die jetzt weg sind, sind sie einfach bis früher erst mal weg. Da kommt dann keine neue Ware. Das ist ein kleines Problem. So, wir sind in den letzten Minuten beziehungsweise in den letzten Sekunden. Was ich Ihnen einfach noch sagen kann, ich sitze jetzt ein bisschen vorne, damit Sie mich überhaupt sehen. Natürlich wird der ganze hintere Bereich hier auch massiert. Also man kann da wirklich dann hinlegen. Und das gibt es sonst gar nicht. Genau, das gibt es sonst gar nicht. Und dann hat es da wie so auch. Also man kann den Kopf abstützen. Man kann im Prinzip auch, wenn man möchte, meditieren. Ich fange jetzt dann glaube ich gerade an meditieren. Und ich muss Ihnen sagen, ich merke jetzt schon meine Verspannung. Das ist jetzt also schon krass. jeder ist verspannt. Ich meine, das ist nicht nur ein deutsches Problem. 80 Prozent aller Menschen, die viel sitzen und das derzeitige Sitzen oder Stress, Schultern hochziehen oder auch im Winter einfach kälter, begünstigt Verspannungen und da gar nicht so lange warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Jawohl. Das ist so schön. Ja, was wird jetzt unten geklopft bei dir? Du grinst so. Ja. Aber du ja auch, weil du hast ja Fussmassa. Ich behaupte mir auch. Das ist jetzt gerade als nächstes. Bring mir den Precursor. Also jetzt einfach hier zum Sofa, bitte. Genau. Also wir haben es jetzt eingeblendet bereits schon unser nächstes Highlight und da bist jetzt du dran und zwar ist es Fussmassage. Also das ist natürlich dann quasi das Non plus Ultra an Kombinationsmöglichkeiten. Ja, das meinte ich vorher, wo du sagtest, vielleicht ja zwei Geräte. Ich würde in einem Zwei-Personen-Haushalt sagen, also wenn man es sich jetzt gönnt und schön macht. Fuß und Rücken. Fuß ist etwas, das tut einfach absolut jedem gut. Genau. gerade bei Plattfuß, Senkfuß, Spreizfuß, Hallux, Fußdemperomitäten oder Sie sagen, ich würde gerne, jetzt gehe ich mal raus, damit Sie sehen, wie das geht. Sie stecken es einfach ein. So, dann schlüpfen Sie mit Ihren Füßen hier rein. Wenn es die ganze Familie nutzt, gerne auch mit Socken. Die Wirkung ist die gleiche. Also völlig wurscht. So, dann drücken Sie hier auf Start. Funktioniert ganz einfach. Jetzt bläst es sich hier auf und von unten kommen warme Kugeln. Je mehr es sich hier aufbläst, entweder einmal oder zweimal, dann ist es als ob jemand mit festen Daumen jetzt den ganzen Fuß durchmassiert. Oder dreimal. Also ich bin auch jemand, ich reiste oder reiste viel nach Asien. Fussreflex, Fussmassage ist für mich wichtig. Ein Riesenthema, oder? Ein Riesenthema. Das passiert jetzt praktisch hier drinnen. Und da ich jemand bin, der es gerne intensiv mag, ich habe drei Punkte und es ist absolut ausreichend. Also da kurz, meine Damen und Herren, wir haben in der ersten Stunde das Gerät schon präsentieren und dort hat es sich schon fast ausverkäuft. Also da haben wir jetzt auch nicht mehr allzu viel Bestellmöglichkeiten. Jetzt dürfen wir noch mal schnell eben einen Blick drauf werfen. Denken Sie daran, profitieren Sie von den flexiblen Teilzahlungsmöglichkeiten, vor allem gerade wenn Sie beide Produkte vielleicht bestellen, also den Massage-König, sage ich jetzt mal, und das Fussgerät, können Sie da so gut profitieren davon. Du hast jetzt im Prinzip nichts anderes gemacht, du bist jetzt einfach mit den Füssen rein. Rein. Und jetzt kommen dann so die grossen, warmen, wenn man möchte, auch warmen Daumen, die einen wirklich durchknetten. die Fussmassage, wir haben es vorher gehört, von der Barbara in Asien, ein Riesenthema, bei uns immer ein bisschen sträflich vernachlässigt. Genau, schade, deswegen gibt es ja auch so viele Fussdeformitäten und im Laufe der Zeit, sind wir ehrlich, das Gewicht drückt hier natürlich, also unser Körpergewicht drückt nach unten. Wir stecken sehr, auch gerade wir Damen, in High Heels, selten, dass wir ja in irgendwelchen Gesundheitslatschen rumstehen. Wir gehen viel zu wenig barfuss und wir vergessen aber auch, dass an der Fusssohle der gesamte Körper ja abgebildet ist und dass durch den Druck entlang des Ristes, also auch hier, entlang aussen, entlang innen oder quer, unsere Organe, also unser gesamtes Wohlgefühl mit unterstützt werden kann. Da können Sie auch, wirklich gehen Sie im Internet, wenn Sie bei uns bestellen, nach dem Bestellen gerade noch schnell schauen, gehen Sie mal in. Fussreflex. Genau, Fussreflex. Dann sehen Sie sehr viele so Schaubilder, wo Sie effektiv auch sehen, was wie zusammenhängt und welche Organe betroffen sind. Man kann sogar teilweise so weit gehen, dass wenn Sie an einem speziellen Ort drücken und es Ihnen dort wehtut, kann man eigentlich darauf schliessen, dass dort unter Umständen etwas nicht in Ordnung ist. Hier wird der ganze Fuss behandelt, deswegen, natürlich ist es schon mal schön, es geht dem Fuss gut, aber man hat ein ganzes Körperwohlgefühl danach, so kann man es eigentlich beschreiben. Wir haben die letzten, die letzte Chance von unserem Massagesitz, es sind jetzt noch neun. Neun heisst wirklich jetzt, die Leute, die in der Leitung sind, die können jetzt noch bestellen, die sind aber wahnsinnig schnell. Wir werden unseren Massagesitz lange nicht mehr haben, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen und schon gar nicht zu diesem Preis. Wir haben Ihnen schon gesagt, wir sind heute live auf Sendung, also alles, was jetzt gerade da noch ist, das haben wir. Wir haben Ihnen gute Preise gemacht, so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk, weil wir alle wissen, wie schwierig das Jahr 2020 sind, haben wir Ihnen etwas Gutes tun. Und da tun Sie sich etwas Gutes, nämlich mit unserem Precursor, wir schauen noch mal ganz kurz drauf, Sie bestellen wie verrückt, das ist gut so, weil der Preis, eben 99 Franken, holen Sie ja schon ein, mit Barbara, mit den Kleidern, die Ihnen wieder passen, Sie können eigentlich sagen, Sie müssen das ganze 2021 keine Kleidung mehr kaufen, dann entlasten Sie auch unsere Posten ein bisschen, wenn Sie nicht so viel online bestellen. Das ist auch gut für unsere Umwelt. Und natürlich auch noch, wenn Sie gerade sind, jetzt im Internet am Bestellen, dann schauen Sie doch noch schnell mal unser Adventsch-Türchen an, dort sehen Sie auch, haben wir einen Sonderpreis, einen Spezialpreis, Asam, das ist das Produkt, das sich am meisten bei uns überhaupt verkauft hat, ein Must-Have für Ihre Handtasche, sage ich jetzt mal, und dafür unterwegs. Das alles unter www.premiumshopping.tv Und wenn Sie neben möchten telefonieren, können Sie das auch machen, 0800 11 1220, das ist unsere Nummer. So, Dali, wir haben den noch mal aufgebaut, den Precursor. Barbara. Precursor ist ein patentiertes, studiengeprüftes Produkt, um abzunehmen. Wenn Sie also sagen, nein, nein, meine Figur, das ist fein, im Gegenteil, bin eher ein bisschen zu schlank, dann jetzt noch mal einen Kaffee eingießen und zuhören, vielleicht aber auch an jemanden denken, der schon lange mal abnehmen sollte und vielleicht jetzt gerade gar nicht zuschaut. Also das ist auch so, jetzt vielleicht Verantwortung für jemanden übernehmen. Also wenn Sie jetzt jemanden haben, es ist ja immer so eine Sache mit Weihnachtsgeschenken, wenn Sie jemandem etwas schenken, zum Abnehmen, Sie müssen natürlich schon ein bisschen befreundet sein mit dieser Person. Oder aber Sie sagen wirklich, du hast immer gesagt, du willst abnehmen, und es klappt nie. Und ich habe jetzt etwas, was wirklich klappt, dann können Sie das problemlos schenken. Ich habe jemandem nämlich einen Bauchtrainer geschenkt. Die Person war sehr beleidigt, weil ich es nicht mit der richtigen Diplomatie gemacht habe. Aber ich bin fast sicher, alle Leute werden begeistert sind bereits ab der ersten Anwendung. Am ersten Glas werden Sie nicht Danke sagen für das. Hundertprozentig. Vielleicht finden Sie aber auch gleich jemanden, mit dem Sie es zusammen machen können. Also das ist so mein Tipp, wenn Sie sagen, komm zusammen jetzt mit meinem Mann oder der Tochter oder einer Freundin, das gehen wir jetzt gemeinsam eine Woche an. Sie werden nur beide dann zusammen feststellen, verrückt, man fällt gar nicht in dieses Loch, weil es ja häufig ist, so nach dem ersten, zweiten, dritten Tag, dann tut sich vielleicht noch nicht viel auf der Waage. Dann ist man gefrustet und sagt sich, hab's mir doch gleich gedacht, bringt doch nichts. Und schon ist man eigentlich wieder im Essen drin. Hier wird es nicht passieren, denn zuallererst geht's schon mal los, Sie werden eben keinen Hunger haben, weil Ihr Gehirn eine besondere Form von Zucker kriegt. Und wir hören gleich nachher noch mal den Erfinder selber, aber ich erkläre es schon mal noch einfacher als er. Eins, zwei, drei, Trianol. Diese Form der Glucose löst keine Insulinausschüttung aus. Deswegen kein Heißhunger, deswegen permanent eine sogenannte Fettverbrennung. Ihr Gehirn sagt, ist doch alles fein. Der Körper sollte aber weiter funktionieren und holt sich jetzt sozusagen die Energie aus den Fettreserven. So funktioniert Abnehmen. Am Abend, und das finde ich eben auch so schön, es ist nämlich eine Fastenunterstützung, aber Sie brauchen hier nicht null Diät zu halten, sondern die Muskeln sollen ja erhalten bleiben. Also am Abend gerne zum Beispiel meinen Shake oder ein bisschen Quark oder Pute oder irgendeine magere Eiweißquelle. Auch hier unterstützt Sie Precursor. Es ist ein Büchlein mit dabei. Genau, genau. So, wie geht's? Das können wir doch machen und dann hören wir uns den Herrn mal an. Und ja, genau. Hören wir immer mal schnell zu. Dann haben wir mal kurz eine Redepause. Der Herr, eben einer von den Mitgefinder. Ist gut. Liebe Barbara, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Grüße hier aus Köln. Und zum Thema Abnehmen kann ich nur sagen, das ist nicht so einfach. Denn wenn wir abnehmen wollen, Körperfett reduzieren wollen, dann müssen wir auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichten. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Aber es gibt ein kleines Problem. Denn diese ganzen Kohlenhydrate aus Kartoffeln, Reis und wo auch immer sie herkommen, die landen nachher als Zucker in unserem Blut. Und von diesem Zucker ernährt sich unser Gehirn. Wir haben zwar einen gewissen Speicher an Zucker in unserer Leber, aber der ist halt irgendwann aufgebraucht. Und wenn wir dann weiter uns kohlenhydratfrei ernähren, dann schreit unser Gehirn, weil es leidet an Hunger. Wir haben Heißhunger und die entsprechenden Nebeneffekte. Und jetzt kommt Precursor ins Spiel. Precursor hat eine Vorstufe, die die Leber in Zucker umwandelt. Und dieser Zucker steht jetzt dem Gehirn zur Verfügung. Also können wir wunderbar insulinunabhängig eine kohlenhydratarme und fettarme Ernährung betreiben. Wir können richtig kräftig Körperfett abbauen. Und unser Gehirn ist mit Energie versorgt. Es kommt nicht zu Heißhunger. Und wir können die Diät wunderbar durchhalten. Tja, und das klappt. Und in diesem Sinne, Prost. Prost, hat er uns gesagt. Und ich habe schon leer getrunken, ich bin so fein. Da haben wir jetzt gar nicht gross davon gesprochen. Das kommt eben noch dazu. Das Getränk an sich ist sehr erfrischend. Es ist ein guter Geschmack. Und vor allem etwas Wichtiges, wenn Sie schon mal mit Appetitzückeln rumgespielt haben, das ist es eben nicht. Sie sind nicht nervös und hibbelig und können einschlafen und haben schlechte Träume. Eben nicht. Man arbeitet da wirklich intelligent mit der Gehirnchemie, mit Prozessen, die im Körper sowieso stattfinden. Wir arbeiten also nicht irgendwie mit Amphetamin oder was auch immer schaffen. Überhaupt nicht. Da müssen Sie gar keine Angst haben. Das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Aber nicht umsonst hat es wirklich Hunderttausende von zufriedenen Kunden. Und vielleicht noch mal zu den wissenschaftlichen Studien hintendran. Also es sind Kölner Universitäten, es sind Professoren, die daran gearbeitet haben, die nachweislich bei diesem patentierten Wirkstoff voll und ganz dahinter stehen. Vielleicht noch mal ganz wichtig, auch für die Diabetiker. Solange wir Insulin in unserem Blutkreis haben, so lange findet eben auch leider eine fast, ja eigentlich keine Fettverbrennung statt. Deswegen bei jedem Milchkaffee sich einfach nur mal so sicher sein. Jetzt haben wir so ein paar Minuten erstmal wieder keine Verbrennung. Hier kommt permanent Energie und trotzdem wird kein Insulin ausgeschüttet. Deswegen dieses, ich habe keinen Hunger, ich halte das eine Woche durch. Jetzt ist es vielleicht so, weil ich immer wieder auch in Deutschland dazu gefragt werde, wie viel kann man denn eigentlich abnehmen? Und ich mich ja so ungern auf Kilos einlasse. Aber hier eine Rechengeschichte. Um ein Kilogramm Fett zu verlieren, sollten Sie circa 7000 Kalorien einsparen. Wenn Sie jetzt im Laufe des Tages gar keinen großen Hunger haben und ich dann deswegen am Abend vielleicht einfach noch 600, 700 Kalorien in Form von Eiweiß zu mir nehme, dann sparen Sie, wenn Sie jetzt am Tag vielleicht noch ein bisschen bewegen, dann sparen Sie am Tag ungefähr 2000 Kalorien ein. Nach Adam Riese in einer Woche 14.000 Kalorien. Und jetzt können wir es sehr wohl sagen, Sie haben einfach zwei Kilo, und zwar nicht Muskeln oder Wasser. Sie haben zwei Kilo Fett verloren. Und jetzt legen Sie mal hier acht Pakete Butter hin. Und diese acht Pakete Butter, die sind von Ihrem Körper weg. Nach einer Woche. Wenn Sie sich einfach nur ein bisschen an dieses Wochenprogramm halten. 220, genau, ich habe wunderbar, Barbara. 220 schöne Zahl. Und herzlich willkommen. Das freut uns natürlich sehr. Und wir haben über 300 Precursor, 302 Precursor jetzt verkauft. Wunderbar. Wahnsinnig, oder? Also das in so kurzer Zeit. Das heisst, Sie, die Heise sind wahrscheinlich genauso begeistert, wie wir es sind. Es ist auch wirklich etwas Fantastisches. Vor allem eben, wenn Sie jetzt möchten anfangen, dann greifen Sie jetzt zu. Wir haben auch noch die eine oder andere Frage gesagt, mit der Regie nochmal von der Anwendung, für die, die erst später geschaltet haben. Die zeigst du jetzt genau. Ganz genau. Die Flasche kommt zu Ihnen nach Hause. Sie schütteln die Flasche ein bisschen durch. Sie geben den Messbecher dann in einen Liter Wasser. Gerne kalt. Kann man auch einen Spritzer Zitrone noch dazu tun, wenn man möchte. Schmeckt aber sehr gut. Hier sind auch Vitamine, Spurenelemente drin, die Sie brauchen. Rühren Sie nochmal mit einem Löffel um. Und trinken Sie diesen Liter im Lauf des Vormittags bis über den Mittag. Den zweiten gucken Sie sich am Nachmittag, trinken Sie bis zum Abend. Trinken das Ganze weg. Und am Abend essen Sie eiweißreich. Gönnen Sie sich dazu, ich kann es Ihnen nur wirklich ans Herz legen, ideal dazu, meinen Lupin-Eiweiss-Shake. Denn der hat keinen Zucker, der hat keinen Fett. Dann wird das ganze Konzept nochmal unterstützt. Der ernährt Ihre Muskeln. Dort wird die Fettverbrennung weiterhin stattfinden. Dann schalten Sie auch Jojo komplett aus. Und was wir heute eben auch so einmalig haben, gleich noch den Rieseneimer mit den Lupin-Tabs. Und dann kann 2021 kommen. Wir haben jetzt wirklich das super Angebot, ich nehme es jetzt nochmal, das super Angebot für Sie parat. Und wenn Sie jetzt noch wirklich Weihnachten feiern, dann machen Sie das noch, geniessen Sie es, aber dann nachher legen Sie los. Was gibt es bei dir als Weihnachtsessen? Äh, ich mache Fondue. Ich liebe Fondue und das esse ich wirklich sonst nicht allzu oft. Aber eben dann, liebe Barbara, du weisst, deine Eiweiss-Tabs dann, oder? Ja, genau. Aber ich habe dann auch direkt gleich nach Weihnachten, vor allen Dingen auch am 01.01. darf ich in Deutschland alle abholen zum Thema Gewichtsmanagement durchstarten. Wir drehen auch neue Filme für Instagram, für YouTube, wo ich eben kostenfrei auch sage, bewegen Sie sich ein bisschen dazu, welche Mobilisation für Schulter, Nacken. Aber das A und O ist tatsächlich so eure Basenbalance, Abnehmen und Darm. Prost, wir sind fast am Ende schon. Meine Damen und Herren, diese Stunde ist dann jetzt gerade durch. Eine haben wir noch, eine spannende Sache. Wir lassen es uns hier schmücken, es ist wirklich fein, es ist erfrischend. Es hilft. Eine Woche Precursor, Sie werden begeistert. Sie haben es gehört, am besten mit den Eiweiss-Tabs ergänzen, mit den Eiweiss-Shakes am Abend vielleicht noch, dann sind Sie auf der Eiweiss-Seite, was gut ist. Auch für den Syrien-Basen-Haushalt eine sehr gute Geschichte ist. Das Ganze zum Sensationspreis nur heute am 4. Advent, an diesem Sonntag, jetzt gerade live auf 4+, 5+, und auf unserem eigenen Sender Premium Shopping. Wir sind bald wieder für Sie da. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich lege Ihnen jetzt einfach wirklich ans Herz, dass Sie uns auf 0800 11 11 22 anrufen und bestellen. Oder eben www.premiumshopping.tv. Das alles, was wir jetzt präsentiert haben, das ist jetzt im Moment noch rum, ausser, wo wir gesagt haben, es sei schon ausverkauft. Gehen Sie schauen, also wenn es im Internet nicht durchgestrichen ist, dann haben wir es immer noch. Noch einmal herzlich willkommen, alle Neukunden. Wir werden jetzt ganz kurz unsere Gläser lehren und sind schon gespannt, was wir dann in der nächsten Stunde für Sie präsentieren dürfen. Da wird es ein Haufen dabei haben, ein paar alte Bekannte, die wir noch haben, aber auch ein paar neue Sachen. Darum lohnt es sich, wenn Sie jetzt da dranbleiben. Und jetzt sage ich Prost und bis gerade wieder, meine Damen und Herren. Danke. 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 Die neue Glückspost mit diesen spannenden Themen. Sonja Krälin, Melanie Oesch, Erika Hess, Monika Krälin. Weihnachten zwischen Glück und Tränen. Helene Fischer von Gefühlen überwältigt. Glückspost, jetzt an Ihrem Kiosk. Und nun wünscht die Glückspost viel Freude mit dem weiteren Programm. Sie lieben das Leben und lassen sich gerne inspirieren lassen? Dann entdecken Sie jetzt mit Premium Shopping TV eine exklusive Shoppingvielfalt, die Laune macht. Hochwertige Kosmetik, trendiger Schmuck, tolle Uhren und Accessoires. Alles für Ihr Wohlbefinden. Erleben Sie innovative Markenprodukte, die Ihr Leben bereichern. Sie lehnen sich entspannt zurück und bestellen bequem von Zuhause aus. Unsere Schweizer Servicepartner liefern Ihr Päckchen schnell, zuverlässig und zollfrei zu Ihnen. Als führendes Schweizer Homeshoppingunternehmen steht Premium Shopping TV für Qualität, Vertrauen und Einkaufen ohne Risiko. Findet Sie Ihres Shoppingglück hier im TV oder online unter premiumshopping.tv. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auch immer auf unsere neuesten Premieren und Angebote? Dann habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Schalten Sie am besten regelmäßig unseren eigenen Sender ein. Premium Shopping TV, der übrigens in der Schweiz frei empfangbar ist. Denn wir versprechen Ihnen, alle Premieren laufen zuerst bei Premium Shopping TV. Musik Meine Damen und Herren, haben wir noch wenige Exemplare, wenige Flaschen bei uns an Lager. Zu diesem Preis, 99 Franken, 90. Das ist wirklich ein sensationeller Preis. Barbara Klein hat es gesagt, dass man in Deutschland einiges mehr dafür zahlt. Das Ganze ist eine patentierte Geschichte, also kann nicht nachgemacht werden. Leute haben es versucht, sind verklagt worden, zu Recht, weil es wirklich effektiv etwas ist, das nur wir so verkaufen dürfen. Natürlich, wenn etwas so wirksam ist, dann gibt es sehr schnell Leute, die das nachahmen. Als nächstes haben wir unser praktisches Fussmassagegerät mit Wärme. Keine Massage, warm. Warm, ja. Massage hat man vorher. Barbara, gerne auf dem Sessel werden, das gibt es übrigens auch noch im Internet. Das kommt später noch mal. Jetzt haben wir dich und du hast warme Füsse. Genau. Ich darf ja Botschafter sein für Medisana. Und da sind mir auch zwei Produkte einfach ins Auge gefallen. Da kommen wir ja nachher noch dazu. Warm, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und warme Füße vor allen Dingen. Denn bei kalten Füßen, da ist unser Immunsystem so ganz empfindlich und sagt nur, friert es mich da unten, friert es mich überall. Das ganze Haus jetzt deswegen oder die Wohnung aufzuwärmen, muss vielleicht gar nicht sein. Aber deswegen sich es kuschelig machen, Füße, egal ob Stufe 1, 2 oder 3, aufwärmen ist es A und O für Wohlgefühl. Wenn Sie hübsch stellen, meine Damen und Herren, dann schaffen wir es ziemlich sicher noch. Das liegt aber nicht an uns, sondern an der Post vor Weihnachten. Wir schicken das morgen, morgen ab. Dann können Sie also vielleicht Ihre Liebst noch mit dem Fusswärmegerät überraschen. Ich sage bewusst Ihre Liebst, weil es ist schon ein bisschen so, gerade Barbara, dass Frauen eher kalte Füsse haben. Man hat irgendwie nie so kalte Füsse. Das liegt daran, dass ihr eher einen hohen Blutdruck habt und wir meistens einen eher niederen. Und wenn der Druck natürlich nicht so gross ist, dann ist es bis zu den Fingern oder bis in die Füsse immer eher etwas weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass auch schon unser Hirn ist dafür besser durchblutet. Vielleicht ist es ja so. Also, Barbara, gehen Sie in diesen Diskussionen aus dem Weg zu Hause, ob jetzt die Temperatur so hochgestellt werden soll oder nicht, weil Ihre Frau vielleicht kalte Füsse hat. Sie ist aber natürlich absolut auch für Mann. Es ist einfach wirklich etwas, jetzt gerade im Winter, wo man es sich vielleicht ein bisschen bequemer noch macht vor dem Fernseher am Abend zu Hause, weil wir ja gar nicht mehr raus dürfen, auch bei uns mittlerweile. Auch wir haben es mittlerweile geschnallt, dass es vielleicht besser ist, wenn man am Abend nicht mehr rausgeht. Also darum wirklich eine gute Geschichte, selbstverständlich auch für den Sommer, aber ich finde es jetzt gerade so aktuell. Und es ist jetzt ein Geschenk, finde ich, welches man sicher noch nicht zu Hause hat. Und es ist kein dummes Geschenk. Und das Ganze eben noch, wenn Sie von den Teilzahlungsoptionen Gebrauch machen, auch etwas, was absolut sinnvoll ist. Dir geht es gut, gell, mit der Kuscheldecke? Also ich finde, es ist vor allen Dingen, wenn eben jetzt zwei zusammenleben, wo der Mann immer eher die Heizung runterdreht, weil er sagt, ist doch schon so warm und die Frau dann wieder die Heizung aufdreht, weil sie sagt, aber mich friert es, doch die Lösung, dann kann man gleich noch ein bisschen Energie sparen, vielleicht nicht die ganze Bude vollheizen, sondern nur denjenigen bewärmend, in Anführungszeichen, der vielleicht auch eher friert. Also ich weiss übrigens wirklich von ein paar, die es wegen dem schon ganz böse Ehekrisen gab. Weil das ist dann so, der Auslöser, man sitzt ja jetzt sowieso näher aufeinander, als man sich vielleicht gewohnt ist, ich hätte ihren Mann noch Homeoffice, sie regt sich sowieso auf, dass er die ganze Zeit zu Hause ist und am Abend knölt er dann noch, weil sie kalte Füsse haben. Das heisst ja, du hast immer kalte Füsse und los geht's und dann am Schluss brennt noch der Weihnachtsbaum. Das alles wollen wir nicht und darum können Sie jetzt sehr einfach wirklich um einen grossen Konflikt aus dem Weg gehen mit unserem praktischen und einem sehr aparten Fusswärmegerät. Weil das ist wirklich tiptop so. Sie sehen, Frau Klein hat sich da bestens eingemummelt. Genau, ich habe es mir quasi Eben, jetzt fährt wieder dein Shake, gell eigentlich? Ja, das stimmt. Den trinken wir dann nachher da drüben wieder. Ich freue mich auf alle Fälle schon drauf. Läuten Sie jetzt ab, stellen Sie. Regime, wie viel haben wir noch? Nicht mehr viel. Die letzten 76. 76. Denken Sie das? Die Emphasie haben jetzt vielleicht noch viel. Aber wir sind ja national, also die ganze Nation kann uns empfangen. Und 76 Leute, die jetzt zugreifen, das ist relativ wahrscheinlich, dass wir uns da ausverkaufen werden. 0800 11 11 222, das ist unsere Telefonnummer www.premiumshopping.tv Auch hier wieder gewöhnen Sie sich gar nicht erst an den Preis, das ist der heutige vierte Adventspreis, den wir gefunden haben, relativ spontan, muss ich auch noch sagen, wir machen die ganze Sache heute vollkommen live für Sie, dass wir reagieren können, dass wir Preisen anbieten, die super tief sind, dass Sie jetzt zuschlagen können. Du hast vorher verschiedene Stufen aufzählt. Das finde ich auch schön, ist natürlich auch wieder Medisana als wirklich grösste Qualität, ist in Europa absolut führend. Wir haben eins, zwei oder drei. Drei macht richtig schön, wirklich warme Füsse. Es wärmt oder heizt sich auch sehr schnell auf, das heisst, wenn man dann doch noch draussen auf dem Spaziergang war und reinkommt und jetzt sagt, so zuerst mal sind jetzt die Füsse kalt, dann tatsächlich anmachen, Minute später ist der Wärmesack quasi warm, kann man mit Socken benutzen, kann man barfuß benutzen, ist tatsächlich, ja, ich finde es, und ich finde es wirklich auch, so wie die Decke auch, zu der wir ja, glaube ich, nachher noch kommen, stylisch, weil wenn man jetzt schon mehr zu Hause ist, darf man sich natürlich schon auch so ein bisschen heimelig schick gestalten. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr in unsere Sofas und Polstermöbel fläzen, weil wir wirklich alles, was jetzt bequem ist, eben wir haben unser Ferrari, unser Rücken, ein Rückenmassagegerät, das Sie noch nie wirklich gehabt haben, können Sie gerne anschauen im Internet, dann haben wir die Decke, wo wir später noch werden, dann eben das Massage- beziehungsweise das Wärmegerät von den Füssen, das Barbara jetzt da geniesst und jetzt werden wir so ganz tiefer entspannt und vielleicht können wir Ihnen zu Hause die Ruhe jetzt auch gerade noch ein bisschen mitgeben. Bei uns ist ja in der Schweiz im Moment nicht allzu viel los am Sonntag, die Läden sind zu. Das heisst, dass man jetzt einen guten Grund jetzt, hemmungslos Fernsehen zu schauen und man muss kein schlechtes Gissen haben, meine Damen und Herren. Sie können uns also zuschauen. Selbstverständlich, wenn es vorher eben angetönt, alles, was das Leben noch besser macht, finden Sie im Internet, unter anderem auch die Shakes von Barbara Klein, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, plus auch natürlich die Säbse. Das sind heute Preise. Heute haben wir wirklich Preise, die kommen nie mehr wieder. Ja, also wir verwöhnen Sie jetzt da wirklich. Jetzt wird es kuschelig, glaube ich, so wie nicht. Wir dürfen nämlich bleiben, liebe Barbara, und du darfst es dir jetzt noch bequemer machen und ja, genau, schmieg schon, schmieg schon Decke an dich. Es ist ja nicht einfach eine Decke. Wir hatten jetzt vorher immer das Gefühl, es ist einfach eine graue Wulddecke, aber es ist ja sehr schön verarbeitet und sie kann auch etwas. Also das ist tatsächlich das absolut Besondere. Das hat nichts mit irgendeiner von diesen hässlichen Heizdecken zu tun. Das ist tatsächlich, oder das ist ja, wo man dann sofort versteckt, wenn Besuch kommt oder so. Das ist extrem stylisch. Also nochmal, hätte ich niemals bei mir zu Hause, bin nämlich jemand, der da schon guckt, es soll schon schön sein. Hier haben wir etwas, das sieht so was von hübsch aus und ist so funktional, ist in kürzester Zeit warm und ich kann mich dann einfach aufs Sofa liegen, entweder die strukturierte Seite nehmen oder die noch weichere, kuschelige Seite, ganz egal, welche Seite und habe natürlich hier, also ich bin fast 1,80 Meter gross, damit man mal sieht, wie riesig die ist. Also das ist perfekt. Da kann mir jetzt die Heizung auch ausschalten. Bevor Barbara einschlaft, übrigens, wenn Sie mal wissen möchten, wie Barbara Klein privat wohnt, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp, dann können Sie ganz, ganz gut gehen auf Instagram, gehen Sie mal schauen, Barbara Klein Official. Da sehen Sie einen Haufen Tipps, auch rund um gesunde Lebensweise und Balance und so. Und dann sehen Sie, Frau Klein, wirklich am Sport machen, vor dem Schminé, im Bad. Genau, im Garten. Genau, auf der Terrasse. Und dann, nämlich farblich, du hast ja einen relativ dunklen Boden, farblich passt die Decke bestens. Du kennst dich aus im Hause Klein. Genau. Aber ich würde da eben nicht in ein Studio gehen, darum ist es auch so lebensnah und so echt. Also mir ist es wichtig, dass Sie erkennen, ich mache hier nicht einfach nur Blabla, ich bin jeden Tag fit, ich kann jeden Tag tatsächlich unterrichten, meine Firma leiten, mir Sachen ausdenken. Ich spare derzeit natürlich sehr viel Zeit ein, weil ich nicht nach Asien, Miami etc. reise und dort unterrichte. So viel werde ich auch nicht mehr wieder tun. Übrigens am Ende dieser Geschichte weiß ich jetzt, dass ich in Ukraine 30 Trainer auch mit meinem iPad ausbilden kann. Also warum? Und wenn man jetzt schaut, wie fit die Frau ist, ich kann es nicht anders sagen, also wirklich gut ab, aber dann ist es eben nur mehr als verdient, wenn man sich dann eben mal einkuschelt, wie sie das jetzt macht und wenn sie sich schon einkuschelt, sind sie zu Hause, dann macht es gerade richtig, mit einer sehr schönen Decke, wo eben noch die Wendemöglichkeit eigentlich hat. Man kann wirklich wählen, wählen das Muster. Schält auch abautomatisch. Ja, das sowieso. Finde ich auch wichtig und gut. Ja, wenn man einschlaft. Ja, genau, natürlich. Und das ist also jetzt nicht nur für ältere Damen, sondern es ist wirklich... Ja, aber das war das Weihnachtsgeschenk für meine Mama. Ich glaube, gut, dass sie den Schweizer Kanal nicht sieht, ältere Damen. Und nicht nur... Ach so, nicht nur. Eben, es ist nicht nur für ältere Damen, sondern auch für uns oder für jüngere. Auch für ältere Herren. Sagen wir, viele jüngere als wir sind. Absolut auch. Ich habe früher immer gesehen, wie meine Eltern Heizdecke hatten. Und das sind im Fall so schwere, weisse Dinger gewesen. Weisst du, was so Heizdrähte eingearbeitet waren? Ja, genau. Und sowieso überhaupt nicht hast du waschen können. Das ist gar nicht gegangen. Ja. Haben ja auch einen Riesenvorteil. Ja, genau. Bei 30 Grad ist sie waschbar. Nochmal, ich habe zwei Seiten, eine grobe Struktur, eine weiche Struktur. Jung, alt, dick, dünn. Ich finde dann gerade auch mal vielleicht Enkelchen oder Kinder, wo man sagt, die brauchen es jetzt ein bisschen wärmer als der Rest. Und auch wieder dieses Thema Mann, Frau. Das sind ja jetzt nicht nur Füsse, das ist der ganze Körper, der einfach kuschelig aufgewärmt wird. Also, wir sind leider schon praktisch fast ausverkauft mit unserer Decke, muss ich sagen. Wir gehen aber noch mal zurück. Wir haben nämlich einen absoluten Bestseller, das wissen Sie schon. Aber weg der Decke noch schnell, gehen Sie einfach www.ins Internet, gehen Sie dort gucken, wenn es durchgestrichen ist, ist es ausverkauft. Jetzt im Moment, sagen wir, in der Regie, haben wir noch ein paar wenige Lager. Einblendet sehen Sie jetzt bei uns den Precursor. Precursor, das ist eigentlich jetzt wirklich in diesem heutigen Live-Vormittag, entpuppt sich so als der absolute Kassenschlager. Immer wieder die Leute anrufen, möchten noch mal genau wissen, wie es funktioniert. Wir haben sehr viel Zeit, darum dürfen wir da jetzt auch noch mal darauf eingehen, Barbara. Wir haben wirklich ein Produkt, das hilft, im Prinzip zusammengefasst beim Gewichtsmanagement. Ich bin mir sicher, das Internet heutzutage ist ja so transparent, wenn man das einfach eingibt, was es sonst kostet, was es kann, dass wir hier nicht einfach so plappern, Heimo, sondern dass wir wirklich von einem studiengeprüften, patentierten Wirkstoff sprechen dürfen und können, der Hunger nimmt, der dadurch natürlich tatsächlich jedes, ja Diät mag ich eigentlich gar nicht so als Begriff, aber jedes Abnehmen ohne Hunger ermöglicht. Es ist auch ein Produkt, bitte trinken Sie es nicht, wenn Sie einfach nur Energie haben wollen, sondern wenn Sie es einfach ernst meinen, wenn Sie in einer Woche einfach mal ein, zwei Kilo verlieren wollen, die dann auch wegbleiben und dieses Produkt, das jetzt dazukommt, ist natürlich der Begleitservice schlechthin. Genau, aber wie Precursor einfach nur der Preis, das ist jetzt noch wichtig, den haben wir jetzt einfach nur heute, das muss Ihnen klar sein, also Sie müssen wirklich jetzt heute bestellen, jetzt zugreifen, nachher wird er wieder den regulären Preis haben, je nachdem, je nach Lagenbestand, kann das um die 149 Franken sein, was immer noch günstig ist, aber natürlich nicht so günstig, wie wir es jetzt gerade können, heute an dem 4. Advent für Sie anbieten. Dann sehen Sie auch wieder eingeblendet bei uns unten unser Adventstörchen, dort würde ich auch noch an Ihrer Stelle profitieren, decken Sie sich doch gerade jetzt wirklich komplett eindecken für Weihnachten und Neujahr. Precursor, haben wir vorhin gesagt, Barbara, hilft beim Gewichtsmanagement, das ist schön erklärt. Und jetzt kommt einer von diesen, ja, von diesen Wunderprodukten, ich kann es nicht anders sagen, als ich mit Barbara Klein vor mehr als zwei Jahren jetzt das erste Mal angefangen habe, ist das eines der ersten Produkte und ich durfte es dann haben, Barbara hat mir das geschenkt, am Anfang, jetzt mittlerweile muss ich es kaufen, damals durfte ich es nach Hause und ich habe angefangen damit und auch als Mann kann ich Ihnen sagen, werden Sie begeistert sein. Es ist ein Produkt, welches dreierlei Bindegewebstrukturen gleichzeitig unterstützt. Wir unterstützen zum einen wieder das Kollagenbindegewebe, wir gucken aber auch nach dem Kit dazwischen, also Hyaluron, welches ja die Bindemöglichkeit, um das Tausendfache hat und das Besondere bei dem Produkt ist noch Chondroitin und dieses Chondroitin plüstert den Knorpel auf, deswegen es ist zwar ein Beautyprodukt, aber es ist für viele, 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 wirklich Hunderttausende meiner Kunden das Produkt für Gelenke und für Schmerzen im Bereich Schulter, Bandscheiben, Hüfte, Knie. Wenn wir jetzt bei Hyaluron sind, vielleicht kennen Sie ja den Werbespot von der Dame, die irgendwie ganz enthusiastisch sagt, dass Ihr Dermatologe eben Hyaluron verwendet. Ja. Das war schon mal bekannter, das war jetzt auch nicht so ganz, wie man es war. Aber wenn Sie denken, dort wird es schaffen, mit einem Bruchteil an Konzentration von dem, was wir da drin haben. Also, wir haben da ein wesentlich potentes Produkt, um absolut, wenn Sie es umrechnen, viel, viel günstigerer Preis bei höchster Wirksamkeit. Ja. Auch da wieder, wenn man noch mal auf den Precursor zurückkommt, auch da wieder, wenn Sie Gewicht verloren haben, wenn Sie abgenommen haben, herzliche Gratulation, wirklich toll gemacht. Aber das Problem werden Sie haben, dass Ihre Haut einfach nicht mehr ganz so gespannt ist. Sie werden das merken. Vielleicht haben Sie ja so ein bisschen unten, wenn Sie da sind, unter den Armen. Ja. Ich sage dir dann Schwabbel, Schwabbel, Wabbel. Ja. Ich sage das schöner. Engelsflügel, oder was? Nein, wir sagen Chicken Wings. Das ist aber auch nicht schön. Ich sage jetzt Engelsflügel, das klingt schöner. Sie wissen, was ich meine. Also, wenn die Haut einfach nicht mehr so straff ist, dann ist das Produkt, oder? Ganz genau. Es ist das Produkt für die Haut, es ist aber auch besonders für den Knorpel. Das heißt auch hier noch mal, ich werde immer wieder gefragt, wenn Seitenschläfer sagen, oh, da ist Schulter, oder Hüfte, oder Knieknorpel. Wir können und dürfen sagen, das Bindegewebe, sowohl äußerlich als auch innerlich, wird hier unterstützt mit einem studiengeprüften, patentierten Inhaltsstoff, Biozell. Auf den gehen wir jetzt ein. Schauen wir uns zuallererst mal auf meinem iPad kurz die Haut an. 100 Zahn, Anna Barbara, 100 Zahn. Also noch mal, es ist, also Sie werden als Nebenprodukt eine straffere, schönere Haut bekommen. Das eigentlich Geniale ist tatsächlich, und hier schauen wir es uns mal an, Haut in der Oberfläche, die tiefe Schicht ebenfalls, neues Kollagen, Hyaluron dazwischen, das heißt, hier wird einfach richtig geballt, aufgeplustert. Und jetzt zu den Studien. Biozell ist die Kombination aus Kollagen, Hyaluron und Chondroitin. Er ist studiengeprüft, die Inhaltsstoffe absolut nachgewiesen. Bindegewebe, auch bei Zahnfleisch, wer hier seine Herausforderungen hat, und die Nägel. Wir haben noch mal, deutlich reduziertere, nach einer Packung, feinere, also deutlich wenigere Fältchen, auch große Falten reduzieren sich. Und jetzt sind wir bei etwas, gerade im Winter, manchmal sind es gar nicht so sehr die Falten, die Nerven, sondern man kann sich cremen und cremen und es schubbt und schubbt und schubbt. Man zieht die Hose aus und dann, ich habe auch bei meiner Mama was zu dir gesagt, schau mal, ich reibe hier drüber. Das Produkt hilft und Sie können es ja testen. Der Preis wird auch wie nie mehr so gut werden. Also es ist wichtig, dass Sie sagen, du hast es vorher gesehen, nach einer Dose eigentlich merkt man es. Ja. Wie viel haben wir drin? Wir haben genau für einen Monat ausreichend. Sie nehmen morgens eine Kapsel, abends eine Kapsel und dann ist der für Ernährungswirkstoff für Bindegewebe gegeben. Würde ich jetzt an Ihrer Stelle auch gerade sich bevorraten, denkt Sie daran, dass Sie dann wirklich im Frühling auch pralle, schöne Haut haben, dass Sie sich nicht schubbt. Übrigens auch lustigerweise bei den Augenbrauen kann man sich auch, das ist mir noch öfter passiert, weil man ja Gesicht tut, man ja manchmal cremen, aber die Augenbrauen vergisst man dann und dann schubbt es von den Augenbrauen, also wie trockene Haut. Genau. Das haben Sie eben dann da nicht, oder? Die Haut wird feuchter, die Haut wird praller und nochmal der riesengroße Vorteil, Knorpel plustert sich auf und Knorpel ist absolut wertvoll und wir brauchen ja nicht immer zwingend auf Spritzen einzugehen, die hier das Ganze unterpolstern, sondern hier kann ich einfach nur durch Nutri-Kosmetik eingenommen Knorpel unterstützen. Und das Schöne ist ja bei dir, Barbara, dass du immer wirklich unterwegs gewesen bist, wo du noch hast können, dich informiert hast, du bist bei den besten Ärzten, bei den besten Dermatologen und wir haben wirklich da die besten patentierten Inhaltsstoffe. Ich muss Ihnen einfach sagen, bei einem Doppelalarm, einerseits der Precursor, den wir ausverkaufen, den Sie jetzt eingeblendet haben, der andere Alarm, auch da wieder, jetzt gerade für 49 Franken natürlich, oder 49 Franken 90, dass wir auch das ausverkaufen werden. Also, und dann schauen wir nochmal ganz schnell zurück auf unseren Massagesitz, da haben wir noch sieben. Wah, Wahnsinn. Ja, also das ist wahrscheinlich am Nachmittag dann nicht mehr so ein Thema, das wird sich wahrscheinlich dann erledigen, denke ich einmal, ausser man findet jetzt noch etwas. Und vor März kann er auch nicht mehr kommen, leider. Wir haben jetzt etwas für Sie, und zwar das Angebot des Tages, meine Damen und Herren. Das ist immer etwas, worauf Sie sich darauf freuen dürfen. Dann sage ich jetzt Jingle up, wir freuen uns. Fast das Angebot des Tages, fast das Kennenlernangebot ist eigentlich noch besser. Kennenlernangebot, das ist immer etwas, was wir Sie möchten überzeugen, dass wir ein supergute Produkt zu absolut sensationellen Preisen haben. Und unser Kennenlernangebot, Barbara, das hat es in sich, das steht nämlich da schon parat. Also ich muss auch sagen, als wir es abgezwickt haben für euch in der Schweiz, war nicht klar, was für eine Phase in den nächsten drei Monaten auch in Deutschland ist. Das heißt, in Deutschland komplett vergriffen. Das dürfte bei mir zu Hause nicht ausgehen. Ich erkläre auch gleich, warum. Wenn Sie mit Precursor in der Woche einfach den, ich nenne es mal Kickstart, also da gehen einfach mal zwei Kilo weg. Die Initialzündung. Genau, das ist schön. Die Initialzündung. Und dann sagen Sie, naja, aber wie geht es denn jetzt in meinem Leben weiter? Ich kann ja jetzt nicht immer nur Precursor. Trinken, genau. Wäre ja auch schade, denn Essen macht ja auch Spaß und ist ja auch gut. Es gibt aber die Möglichkeit, mit Wirkstoffen aus der Natur, und das finde ich fantastisch, tatsächlich Kohlenhydrate zu blocken, Fett in der Aufnahme zu reduzieren, den Stoffwechsel, die Thermogenese zu erhöhen und das Ganze auch nicht mit irgendwelchen Medikamenten, sondern alles, was Sie vielleicht schon mal gehört haben. Wir gehen direkt gleich auf die Inhaltsstoffe. Siehst du auf den Preis? Auf den Preis? Du hast den noch gar nicht gesehen. Möchtest du mal bei unserem Monitor, Barbara? Unter 40 Franken. Das ist ja verrückt. Ja, das ist geschenkt. Das ist wirklich geschenkt. Also weil 49 Euro ist der super Sonderpreis. Ja, bei euch. 69 Euro bei mir im Shop. Im Shop ausverkauft, derzeit überhaupt alles ausverkauft, ist mir klar. Man hat, wir nennen es in Deutschland, die Corona-Plauze. Die Corona-Plauze, dieses Homeoffice, dieses Nicht-Bewegen. Unsere Fitnessstudios sind ja seit drei Monaten zu. Ja, bei euch schon länger, genau. Also man verträgt und verfettet ein bisschen und da ist das Produkt natürlich jetzt genau das Richtige. Und eben zu dem Preis, wir haben jetzt wahrscheinlich dann das erste Mal haben wir Deutschen einkaufs Tourismus bei uns in der Schweiz. Ja. Letztlich sehen wir dann Leute, die bei uns auf Paketjobs gehen, gehen und holen und statt umgekehrt. Ja, ja. Wir haben ein geniales System. Ja. Ich persönlich durfte es schon mal präsentieren, allerdings zu einem wesentlich höheren Preisdaten. Und ich muss Ihnen sagen, es ist absolut begeisternd von der Einfachkeit her und aber auch vom Geschmack. Ja. Wir haben hier nämlich schon mal so ein Röhrchen mit so einer Brausetabletten drin. Und die ist schon allein da. Ja, genau. Die alleine. Alleine, wenn Sie jetzt sagen würden, das ist eine kalorienfreie Kaktusfeigenlimonade, die, und deswegen bevor ich es eingebe, die in dem Monat genau diese Menge Flüssigkeit aus Ihrem Körper eliminiert. Das heißt, wenn Sie sonst Entwässerungstabletten nehmen müssen, die meistens den Blutdruck erhöhen oder nicht gut schmecken, ich kann und darf es sagen, es ist nachweislich. Sie können das auch messen. Diese Menge, also dieser Dreiviertelliter, der ist schon mal draußen. Wenn Sie also sagen, ich sitze gerade viel, überall der Ring schneidet ein, unter den Augen, morgens habe ich so Schwellungen, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist zum Beispiel zauberhaft süss und schlank und die nimmt die Kapseln gar nicht, aber sie sagt, morgens habe ich so geschwollene Augen, nach dem Drink sind die weg. Wenn man 30 Mal, ich weiss nicht, habt ihr Fanta oder Orangina oder Limonade, würden wir das 30 Liter kaufen, wäre man schon bei dem Preis, der heute dieses Abnehmen-Programm hat. Wir haben übrigens nur noch 212 Packungen, das wird sich ausverkaufen. Barbara, du hast etwas Schönes gesagt, deine Mitarbeiterin, ich kenne noch jemanden, dem ist es sogar egal, dass es entwässert und alles betrinkt, nur wieder so fein. Ja, weil so fein, ja. Es ist so gut. Es ist wirklich ein fantastischer Geschmack. Und jetzt kommen wir zu dem gesamten Konzept. Wie funktioniert es, dass Sie in diesem einen Monat tatsächlich eben nicht nur Wasser verlieren, nicht nur wieder in Ringe reinpassen werden, nicht nur weniger geschwollene Augen haben werden. Alles, was Sie tun dürfen, ist morgens diesen Krug trinken. Ja, unter 180, unter 180. Machen Sie erst den Precursor und dann ... Unter 180 und knallvolle Leitungen. Ja, ich verstehe. Ich muss es einfach sagen, es ist eine Live-Sendung und wir haben gesagt, wir müssen sagen, wenn wir ausverkäfen wollen, das machen wir auch. Bestellen Sie also jetzt wirklich. Und ich habe doch gar nicht gesagt, was es alles kann. Ja, den Geschmack. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch wegen dem sensationellen Preis. Wir sind ja unter 50 Franken, also Wahnsinn. Ja, das ist geschenkt. Also, rufen Sie jetzt ab, stellen Sie, wenn die Leitungen voll sind, wie mir die Regie sagt, dann gehen Sie auf www.premiumshopping.tv. Dort können Sie viel Traffic verursachen, passiert gar nichts, wenn Sie in den Warenkorb bestellen. Sie stellen gerade mehrere Sachen, zahlen Sie nur einmal den Versandkostenpriss. Voilà, jetzt haben wir so Kaktus steigen. Genau, jetzt kommt diese ... Und auch noch mal, patentiert, studiengeprüft. Also ich kann und darf es sagen und beweisen, Sie verlieren mindestens 0,7, also ein Dreiviertelliter Wasser. So, das ist der Vormittag. Vor dem Mittagessen und vor dem Abendessen jeweils eine Kapsel. Eine halbe Stunde vorher, bitte nicht zu knapp. Das ist nicht wie bei den Tabs. Eine halbe Stunde vorher. Und dann passiert Folgendes. In den Tabs, in diesen Kapseln, ist Kognakwurzel. Das reduziert ungefähr 20% der Kohlenhydrate. Dann kommt Garcinia-Gambodscha, genau wie in unserem Eiweißschweck auch. Es reduziert über den Darm die Fettaufnahme. Und ich kann Ihnen trotzdem garantieren, Sie haben ja weder Bauchweh, noch Verstopfung, noch Durchfall, noch irgendein Unwohlgefühl. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Die Thermogenese, die Verbrennung in den Zellen durch einen höchst wirksamen, intensiven Extrakt aus der grünen Kaffeebohne. Auch da einfach nur mal eingeben im Internet. Kaffeebohnenextrakt für einen Monat zum Abnehmen kostet weit über 40 Euro. Also das ist hier nur mal so on top drinnen. Und jetzt ebenfalls nachgewiesen, deswegen nicht vor den Leckerlis, sondern wenn Sie abnehmen wollen, Chrom. Chrom reduziert nachweislich. Ab Tag eins die Lust auf Süß. Deswegen jetzt noch mal schlemmen. Dieses Produkt auch nicht am 1.2. Weihnachtsfeiertag, sondern danach damit loslegen. Jeden Morgen einfach nur richtig lecker dieses Ding trinken. Ich habe nichts. Ah, du hast es da unten. Schau. Es ist so fein, dass wir wirklich, Sie werden für die ganze Familie dann schauen, dass da nicht alle anfangen. Genau, verstecken Sie die Röhrchen. Es sind ja zwei Röhrchen drinnen, also 30 Tage. Ich auch leider. Wir sind so knapp, dass wir da leider mit Schluss machen, meine Damen und Herren. Sehr schade, wenn Sie sich jetzt noch einmal ein Slim Complete haben können, herzliche Gratulation zu diesem unschlagbaren Preis, den ich wirklich finde, das ist ein Riesengeschenk. Zwei Röhrchen, also zwei wirklich Röhrchen mit dem Kaktus-Figge-Extrakt, sag ich jetzt einfach mal, wo entwässernd wirkt, wo Chrom drin hat. Ja. Das Ganze wirklich in, sage ich mal, zwei Phasen. Wir haben da wirklich am Morgen den feinen Trink und am Abend Kapseln, die man kann nehmen. Auch da kann man Kapseln übrigens aufmachen. Ja, genau. Wenn Sie Probleme haben mit Tabletten, schlucken, dann ist das überhaupt kein Problem. Sie können einfach Kapseln aufmachen und zum Beispiel über den Joghurt, über den Magerquark oder was auch immer tun. Weil das ist immer mal noch so ein Thema bei gewissen Leuten, die da ein bisschen Mühe haben. Also all das ist kein Grund. Wir haben immer noch ein paar wenige von diesen riesigen Vorratspackungen von Eiweistabs, die Ihnen ebenfalls helfen beim Gewichtsmanagement, die Ihnen auch helfen, zu unterstützen mit dem Säure-Basen-Haushalt. Wir haben dort viele, viele gute Stoffe dabei, unter anderem auch Zimt, meine Damen und Herren, da hat es dabei. Zimt, wo wir ja wissen, dass es eben Blut, Zucker reguliert. Dann haben wir drin Moringa. Ja, genau, für die Haut. Extrem viel Ceatin drinnen, was sozusagen ein Hormon ist, das die Hautregeneration begünstigt. Dann haben wir B12 drin, Blutbildung, Zellteilung, einfach auch gegen Müdigkeit. Wir werden wacher, agiler, vitaler. Und die eigentliche Basis ist reines, pures, komplett zucker- und fettfreies Lupineneiweiss. Dieses Lupineneiweiss, ideal vor Kohlenhydraten. Und die Initialzündung? Genau. Super genialer Begriff. Der Start ist natürlich unser Precursor, der Ihnen hilft, jetzt gerade nach dem Festtag. Übrigens, sicher zum allerersten Mal in meinem Leben gibt es bei uns Troutan. Also Turkey. Uh, okay. Ja, mein Schwager, der ist Einländer und der macht jetzt so einen riesen, also einen riesen Vogel. Okay. Haben wir dann auch gut eingefriert. Ja, ja. Habe ich auch schon gemacht. Also Turkey. Schmeckt auch kalt gut. Ja, ich weiss es noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich weiss einfach, kalorientechnisch wird das herausfordernd. Nein, das ist nicht schlimm. Ja, weisst du, es gibt ja noch einen Haufen mehr dazu. Nein, die Sausse. Und dann bin ich auch froh um den Precursor, wo wir damit starten können, im Januar, wenn sie aber jetzt bestellen, weil jetzt hat es noch ein Lager. So, meine liebe Barbara, als nächstes haben wir parat. Ein weiteres Highlight, das ich total, du weisst, total lässig finde, schon allein die Farbe. Die Farbe hilft schon, mein Hirn nicht zu stimulieren. Und zwar haben wir den Brain Focus. Brain Focus zeigt eigentlich schon alles. Wir versuchen, wieder zu fokussieren. Sagt das jetzt eine Prüfung, die man vielleicht haben oder lösen muss, sagt das aber auch so die Kleinigkeiten, dass man plötzlich nicht mehr weiss, wo ich den Autoschlüssel hingelegt habe, oder dass ich nicht weiss, weisst du was, wenn ich nicht weiss, ob ich die TV-Serie schon geschaut habe oder nicht, und erst nach Folge 3 merke, dass ich die schon kenne. Kenne ich schon. Dass ich das schon kenne. All die Kleinigkeiten und das Ganze eben noch äusserst attraktiv, jetzt einfach rein von der Farbe her. Und es ist nicht etwa gefärbt, sondern es kommt von den Inhaltsstoffen her. Brain Focus, Barbara, ja, du hast sie zugeschaut. Also entweder, man nimmt es tatsächlich mal ganz ernst, um einen Monat lang die Gehirnfunktion zu unterstützen und auch wieder anzuschubsen. Ich kenne aber die allermeisten, egal ob meine Kinder, die eine macht Abi, der andere studiert, aber jetzt auch meine Mama, wenn sie sagt, ah, die Enkel kommen oder so, dann will die fokussiert sein, dann will die klar sein. Dann ist es sozusagen wie eine Art legales Doping. Weil man ist konzentrierter, man ist wacher. Ich bin dann auch leistungsfähiger, also es ist absolut kein guter Nachttrink, da kommen wir nachher zu was anderem. Hier geht es darum, vier, fünf Stunden lang wirklich klar und messerscharf zu sein. Schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist wieder gesüsst mit Stevia, also mit einer natürlichen, guten Süße. Bei Barbara Klein ist wichtig, dass Stevia, die sie verwendet, da werden sie absolut überrascht sein. Sie hat nichts mit dem zu tun, was sie sonst so kennen. Dort haben sie nämlich meistens immer so ein Problem vom Bitteren. Ja. Und das ist bei Barbara Klein nicht, weil, das hat sie manchmal so off the record, wie man sagt, erzählt. Sie hat einen mega, mega Deal machen mit einem Hersteller, der Grossnahrungsmittelkonzern bewusst nicht will, dass der Hersteller auf den Markt kommt, weil der Grosshersteller nicht will, dass es eben nicht bitter ist. Und das ist so ein Schachzug. Also es ist wirklich Stevia in aller besten Qualität, wo sie da für uns hat, einen Deal, den sie an Land so geht, und das zum sensationellen Preis, auch da wieder jetzt zugriff. Also nicht bitter, schön in der Farbe und es hilft. Genau, zuckerfrei für Diabetiker. Nochmal, das ist so was, wo ich immer nur sagen kann, gerne auch mal Studenten, die einfach, Schwangere nicht, tatsächlich. Also jetzt habe ich auch mal was, wo nicht alle, alle, alle nehmen sollen oder dürfen, weil Guarana in einer recht großen Portion drin ist. Also in dem Fall hier wirklich nur, ich möchte heute genießen, ich möchte heute auch fit sein, ich möchte am Abend mal nicht einschlafen, ich möchte tatsächlich auch wieder durchstarten und ich möchte, fokussiert sein. Genau. Guarana, haben wir jetzt gerade gehört, ist übrigens eine lustige Geschichte, in den brasilianischen Regenwäldern schon seit Jahrhunderten etwas, was die Jäger genommen haben, wenn sie auf die Jagd gegangen sind, um eben fokussiert zu sein, um fit zu sein, also absolut natürlich. In der Menschheit eigentlich schon sehr lange Tradition, bei uns noch nicht so da in Europa. Wir waren irgendwie Beschäftigte mit Fischfang. Und da jetzt wirklich etwas, aus dem brasilianischen Regenwald, was eine extreme Tradition hat, in bester Qualität und in richtiger Konzentration. Das werden Sie merken. Im Alltag, ich finde, theoretisch, Brain Focus gehört auch immer dabei, wenn Sie jetzt etwas, zum Beispiel, wenn Sie etwas so machen müssen, eine Präsentation, einen Vortrag. Oder so wie wir jetzt heute hier. Oder Sie haben eine Telefonkonferenz, so wo man im Homeoffice ist, also wir in Deutschland ja gerade mehr denn je, und dann auf einmal Zoom. Und du gibst da ein und so, und jetzt auf einmal, bang, jetzt will ich aber hier präsentieren. Und genau davor ist es ganz grossartig. Und dann hält es natürlich auch ewig, wenn ich es gar nicht im Monat durchnehme, sondern sozusagen mein legales, ich will mich heute konzentrieren und bin leistungsfähig, dann nehmen Sie es einfach nur nach Bedarf. Wir haben das sehr praktisch verpackt wieder für unterwegs. Sie können also einfach auch wirklich nur quasi von diesen Brausetabletten ein paar mitnehmen, dass Sie überall haben, wie im Auto, vielleicht in der Tasche, eben in der Schule, einen Schultag. Und von daher, wie du gesagt hast, eigentlich muss man es gar nicht als Kur machen. Kann man aber als Kur machen. Man kann es als Kur machen, vor allen Dingen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte wirklich gucken, das mit den Namen oder mit Schlüssel oder das nimmt Überhand, kann ich das nochmal so, dann bin ich vielleicht fit im Körper und geistig einfach nicht. Richtig, richtig. Und jetzt nochmal ganz kurz der Preis, den Sie bei uns einblenden sehen. Auch heute wirklich der Weihnachtspreis, 4. November, Sonntag dann auch noch. Das ist der erste Sonntag, wo wir jetzt in der Schweiz eigentlich keine Läden mehr offen haben, also wo man nicht mehr kann. Ich komme aus der Stadt Syrien, wir sind am liebsten noch Shopfield gegangen, gehen einkaufen, das geht jetzt alles nicht mehr. Also wir müssen zu Hause bleiben, das ist wahrscheinlich auch gut so. Und darum bringen wir Ihnen jetzt quasi Ihre Sachen zu Ihnen nach Hause und das Ganze soll Sie nicht allzu viel Geld kosten. Darum können wir den Preis machen, natürlich eben, weil wir am Ende des Jahres sind, wollen wir Ihnen auch noch etwas Gutes tun. 0811 11 12 20 gehen Sie Nummern www.premiumshopping.tv. Hier sehen Sie es nochmal eingeblendet mit der Bestellnummer, unser Brain Focus. Also wirklich das Helferlein für alle Lebenslagen, wenn es um Konzentration geht, wenn es um Leistung geht. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, das können wir leider nicht ändern, aber wenn wir schon in so einer sind, dann wollen wir wenigstens, dass es Ihnen diesbezüglich gut geht. Wir schauen nochmal ganz kurz zurück auf unser Slim Complete. Slim Complete, das ist wirklich Kaktusfiege, wo Sie, Barbara hat es vorhin gezeigt, ganz viel Wasser, schon in kurzen Zeit einmal vermüren. Genau, Hände, Knöchel, Augen, also dieses Rausschwemmen erst mal. Deswegen geht es auch besonders schnell, dass man auf der Waage was sieht, dass man am Hosenbund was sieht und dann nochmal eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten die Kapsel nehmen, um Fett zu blockieren, um Kohlenhydrataufnahme zu reduzieren, um die Verbrennung, die Thermogenese zu erhöhen, um die Lust auf Süß zu reduzieren. Nehmen Sie das nach dem Precursor als Monatskur. Der Preis ist wirklich unfassbar. Allein die 30 Limo-Getränke wären teurer und das kann und darf eben hier absolut jeder, also wirklich auch Schwangere, das kann hier jeder. Wir haben jetzt schon eine kleine Hipperade, liebe Barbara, von diesen drei Stunden. Und zwar, wir sind, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind drei Stunden live und wir wissen, dass auf Platz zwei, Platz eins sagen wir nicht jetzt, Platz zwei sind unsere... Eiweiss-Tabs! Genau, es ist so. Eiweiss-Tabs, was uns nicht so verwundert, dich aber sehr freut, weil eigentlich hast ja du deine Karriere geschafft, also gestartet mit dem... Mit der Flexi-Bar eigentlich. Ja, genau. Es hat angefangen mit Sport, Flexi-Bar vor 18 Jahren entwickelt, erfunden, dann eben auch verschiedene funktionale Trainingsmethoden und dann wusste ich, 70 Prozent trotzdem für Menschen, die jetzt schon Bewegung haben, ist die richtige Ernährung und im heutigen Zeitalter müssen, sollten wir leider ergänzen. Also es war vor 100 Jahren bestimmt noch anders, da haben uns aber auch noch mehr bewegt. Da hatte ein Apfel aber auch noch mehr Vitamine als heute. Und im Bereich Eiweiss ist es so, ich wollte eben diese Lupine verwerten und nutzen. Ich wollte purinfreies, cholesterinfreies, bestes Eiweiss und habe dann erst mal angefangen mit Presslingen aus Lupineneiweiss, die im Laufe der Zeit immer besser wurden. Also immer besser, jetzt immer verbessert im Sinne von der Funktion auch. Es sind wirklich die besten Stoffe drin, kann man nicht anders sagen, also die besten Inhaltsstoffe. Ich kenne ja jetzt Barbara, wirklich kenne ich noch ein bisschen länger. Wir sind seit sehr langer Zeit zusammen unterwegs in Sachen Teleshopping und wir reden natürlich auch viel hinter den Kulissen. Und oft habe ich am Anfang gefragt, du sag mal Barbara, ist das wirklich gut? Weil ich ja nicht so recht gewusst habe, was da jetzt kommt. Und vieles hat sie mir in die Hand gegeben und gesagt, probiere es einfach aus. Was soll ich da lange reden, probiere es einfach aus. Und ich habe am Anfang wirklich von dir Produkte bekommen und ich habe alles, alles, alles ausprobiert. Alles. Also was wir da nehmen, ist geprüft und empfohlen. Und da bin ich auch so begeistert gewesen, weil ich immer gefunden habe, das ist jetzt etwas, was man wirklich in den Alltag integrieren kann. Einfach, wie du es jetzt gerade machst, man nimmt drei Tipps. Ja, genau. Vor jeder kohlenhydrathaltige Mahlzeit. Wenn Sie nicht wissen, was Kohlenhydrate sind, ich kann Ihnen sagen, einfach alles, was gut ist. Also wenn Sie Pizza nehmen oder eben Bier trinken oder ein Glas essen oder so sind in der Regel Kuchen. Sogar eben auch Bananen, also Früchte. Rot, Kartoffeln. Genau. Und drei von denen. Und dann schaffen wir es quasi, mit den Eiweiss-Tap's den Blutzucker in den Schacht zu halten. Genau. Es geht also nicht um Muskelaufbau, sondern es geht wirklich darum, dass man den Säure-Basen-Haushalt regulieren kann, dass man den Heisshunger eliminieren kann, dass man schauen kann, dass eben die Türchen, wir haben ja auch eine Animation, vielleicht können wir die noch mal zeigen, das wäre eine gute Animation, die Türchen, die wir in der Animation sehen, dass die nicht ganz so weit aufgehen, dass eben nicht boom, den ganzen Zucker rein geht. Deswegen ist es auch für mich, egal ob Precursor oder Shake, aber ganz wichtig, damit Sie dann eine Art Dauerhelferlein, da kommen ja für über zwei Monate Tabs zu Ihnen nach Hause, einfach mal die zwei Monate probieren. Was haben Sie zu verlieren? Nichts. Es sind über 200.000 zufriedene Kunden. Es sind 2,2 Millionen kleine Einzeldosen. Und warum diese Menge? Weil die Kunden tatsächlich wissen, es funktioniert für alle Skeptiker. Wie du auch sagst, einfach mal probieren. Weil ist der Blutzuckerspiegel stabil? Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Es ist Insulin nicht zu hoch. Dann haben wir diese Heisshungerattacken nicht. Dann bin ich eben auch mal ganz easy dabei, vier Stunden zwischen den Mahlzeiten eine Pause zu machen. Und durch dieses stabile, durch diesen stabileren Blutzuckerspiegel, dadurch kann ich dann auch sagen, na ja gut, also ist ja wunderbar, von dem Glas Wein bin ich nicht hungrig und von Früchten auch nicht. Haben wir den Film? Nein, wir haben den Film noch nicht. Dafür haben wir ihn. Haben wir ihn auch noch nicht gesehen. Den Film haben wir nicht. Aber wir haben ihn noch mal schnell Slim Complete. Da tun Sie die Heimer sehr kräftig anläutern und fragen auch danach. Darum haben wir es jetzt für Sie noch mal einfach gemacht und eingeblendet. Das heisst, Slim Complete wirklich zu dem Preis. Sie haben Kaktusfegen, Sie entwässern, Sie haben Chrom, ganz wichtig, Chrom, die Ihnen hilft gegen die Heisshungerattacken. Es gibt ja nichts Schlimmes, als wenn man quasi einen Tag lang Diät macht und am Abend verreisst es einem einfach. Ja, weil man was Süss braucht. Weil man so Lust auf Süss hat und sagt, ach blöde Diät, das funktioniert nicht und ich greife halt zum Korne, was noch im Glas im Kühlschrank ist. Also von daher helfen wir da Ihnen wirklich beim Slim komplett. Passt top zusammen. Passt super, ja. Passt top zusammen. Hier noch mal vielleicht zu den Inhaltsstoffen auch bei den Eiweiss-Tabs. Wir haben angefangen mit dem so grossartigen Lupinen-Eiweiss. Hier auch noch mal die Vorteile für alle Menschen mit Tendenz zu Rheuma oder Gicht, gerade auch nach der Schlemmerei. Das einzige Eiweiss weltweit, da können Sie gucken, recherchieren, auch kein Hanf, keine Erbsen, nichts Soja, sowieso nicht. Es hat keine Purine. Es ist ein basenbildendes Eiweiß. Kein Zucker, kein Süßstoff, kein Cholesterin. Es ist absolut laktosefrei. Veganer, Vegetarier, bitte alle, selbst hier auch mal junge Herrschaften. Es ist auch gar nicht zwingend nur zum Abnehmen. Aloe Vera ist in dem Fall tatsächlich, ich liebe diese Königin der Heilpflanzen. die präbiotisch den Darm unterstützt. Wir haben Vitamin B12, kommt fast nur in tierischen Produkten vor. Genau, das ist ja für Vegetarier, sage ich jetzt mal. Wir müssen sowieso ergänzen. Es ist ein Riesenthema immer mit Vitamin, also Veganer sowieso, aber Vegetarier ja auch. Auch. Und jetzt noch mal, schauen Sie sich die Studien an bei Zimt. Hoppsa. Zuckerfettstoffwechsel wird tatsächlich ab TEP1 unterstützt. Blutzuckerspiegel bleibt stabiler. Wir wirken Antibakteriell, das heisst auch Menschen, die Tendenz zu irgendwelchen Hautthemen haben. Hier die Studien noch mal rausgesucht. Antientzündlich, Blutzuckersenkend, deswegen Zimtprodukte in der Apotheke für zwei Monate kosten alleine 70, 80 Euro, sprich 90 Franken. Wir sind jetzt dann in der letzten Minute, konkret noch eine Minute und 18 Sekunden. Heisst für Sie zu Hause, dass Sie jetzt zum Hörer greifen. Wir haben einen Weihnachtspreis für Sie gemacht, wir sind heute live. Heisst das auch eben, dass wir darum die Preisgestaltung so machen können. Wenn Sie jetzt anrufen, dann können Sie sich wirklich den riesen Kübel, den riesen Eimer, wie Sie sagen, ich finde eben Eimer eigentlich schöner als Kübel. Dreieinhalbmal grösser als normal. Zu einem Preis eigentlich eben schon. Die normale Menge würde so viel sogar noch mehr kosten. Und vielleicht noch mal zusammengefasst, es sind 500 Tablets. Du hast schon mal vorhin gesagt, während, also ich habe gesagt, alle zusammengereitet sind wie viele? Also alle Tabs, die bisher tatsächlich bei Kunden mit Zufriedenheit ankamen, sind 6600 Kilometer. Das heisst von ihr bis New York. Das sage ich tatsächlich mit ein bisschen Stolz, aber ich sage es auch immer wieder gegenüber den Skeptikern. Weil wissen Sie, was die Kunden machen würden, wenn es nicht funktionieren würde? Sie würden es einfach nicht mehr nachbestellen. Wir haben aber auch jetzt derzeit in Deutschland eine kleine Wartezeit. Das heisst, zurzeit haben wir keine Tabs mehr und am Tag rufen zwischen 50 und 100 Kunden einfach an. Die sagen, ich brauche es, ich will es, wann gibt es das wieder? Und genau deswegen, weil es funktioniert. Und deswegen auch der Bedarf oder die Freude, dass ich es in die Schweiz jetzt liefere. Und was man halt schon mal sagen muss, wir arbeiten da wirklich auch mit Naturprodukten. Sie haben es vorhin eingeblendet gesehen. Also es ist auch so, dass man immer ein bisschen schauen muss, was hat denn der Markt jetzt gerade. Also wir können auch nicht innerhalb von Wochen nah produzieren. Das ist leider nicht möglich. Und wenn Sie kaufen, wie jetzt, dann freut uns das natürlich sehr, aber eben, es tut sich dann halt auch ausverkaufen. Also da sehen Sie nochmal alle Informationen eingeblendet. Im Internet übrigens, unter www.premiumpshopping.tv können Sie auch wirklich nochmal den Film anschauen. Wir haben da einen kurzen Film drauf. Können Sie sich nochmal in Ruhe informieren, was es macht. Allerdings sollten Sie sich nicht viel Zeit lassen. Dann haben wir noch den Adventskalender, also unser Advents-Törli, den wir gemacht haben. Ich finde das übrigens eine sehr herzige Idee von unserer Firma, dass sie das gemacht haben. Das ist ganz herzig. Also Adventskalender heisst ein Produkt, in dem Fall jetzt aus dem Hause Asam, was sehr bekannt ist für absolut hohe Qualität, beste Kosmetik für 49 Franken 90 Franken. Und jetzt kommt der absolute Bestseller. Ich weiss es schon, was es ist. Du noch nicht. Ja, ich habe es mir gedacht. Hast du dann gedacht. Ich glaube, es ist tatsächlich weltweit derzeit einfach. Man saß zu viel, sitzt zu viel. Man weiss, die Gesundheit ist das A und O. Und ein gesunder Körper ist einfach nicht massiv übergewichtig. Das hat nichts mit Schönheit zu tun. Ich bin der Allerletzte, der sagt Größe 36 ist super. Ich sehe selber ja wohl auch nicht durch aus. Es geht darum, dass wir Taille brauchen, dass mehr dieser Bauchumfang einfach in Anführungszeichen bei Herren unter 102, bei Damen unter 92. Und da weiss ich eben auch, da hapert es. Und wenn Sie jetzt sagen, ich schaue nach mir, ich starte durch, der Herbst, der Winter, die Weihnachts, die Feiertage, das hat einfach Corona, was auch immer, hat Kilos in Anführungszeichen gekostet. Die haben sich angelagert. Das ist die Initialzündung. Und deswegen war das mir klar, dass es da des Tages ist. 120 Flaschen haben wir noch. Eine Flasche ist ein Liter. Sie machen sich zwei. Man sieht, dass Sie da schon vorbereiten. Zwei Liter, ein Liter trinken Sie am Morgen, ein Liter am Nachmittag. Sie müssen sich vorstellen, es ist wirklich wie ein Sirup, den Sie kennen. Also man verdünnt den. Und es ist sehr erfrischend, muss ich sagen, vom Geschmack her. Es ist nicht irgendwie bitter oder komisch oder medizinisch oder so. Also man kann es absolut problemlos trinken. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, so wie ich den Geschmack soll erordnen, ob das Beere, rote Beeren eigentlich. Ja, es ist tatsächlich rote Beere. Es ist auch ein bisschen ein grüner Tee-Extrakt drinnen. Was das Besondere ist, neben Studien geprüft und patentiert. Und da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ich kriege es den Hunger aus. Mein Gehirn bekommt immer eine Art von Zucker, nämlich 1,2,3,3,0. Da könnten jetzt viele sagen, aha, wenn wir aber am Abend ja dann nur so ein bisschen Eiweiss essen, wo sind denn dann die Vitamine und die Spurenelemente und alles, was der Körper braucht? Auch das ist da drinnen. Sie sind für eine Woche versorgt. Und das ist das Besondere. Sie haben da, vielleicht haben Sie es gesehen, kleinen Messbecher. Also Sie können wirklich nichts falsch machen. Einfach den Messbecher füllen, das Ganze, also mit dem Precursor füllen und verdünnen mit einem Liter Wasser. Mehr müssen Sie nicht machen, einfacher geht es nicht. Und vielleicht ist eben auch das eines der Geheimnisse vom Precursor. Wenn Sie schon mal eine Diät, und ich rede jetzt bewusst von Diät, wenn Sie das schon mal gemacht haben, und Sie müssen Kalorien zählen, Sie müssen eine App eingeben, Sie müssen ausrechnen, was und wie, dann funktioniert es einfach meistens nicht. Lustigerweise sind ja immer die festeren Leute, die, die so verzweifelt Diät machen, und die schlankeren Leute, die vergessen einfach zu essen, und wenn es essen wird, das wäre auch einfach noch nie passiert. Sie vergessen einfach zu essen und machen dann nicht so grosse Portionen, beides gelingt Ihnen mit dem Precursor. Warum das genau funktioniert, weil wir eben mit dem Hirn arbeiten, wir arbeiten mit der Hirnchemie, mit der Biochemie, sind wir jetzt aber keine Angst haben, wir bringen da nicht irgendwie den Stoffwechsel durcheinander, gar nicht, sondern wir lenken ihn in die richtige Bahn. Genau. Du hast ja mit den Erfindern geredet, oder? Ja, ganz genau. Es kamen am Anfang auf mich zu und sagten, das Produkt passt doch so grossartig zu deinen eiweissreichen Produkten. Also wenn man jetzt eben einen Shake trinkt, vielleicht tatsächlich noch sagen, der Shake reicht mir, und so habe ich mich mit dem Produkt befasst. Ich habe es eine Woche lang getestet, das weiss ich wie nie, ist ungefähr drei Jahre her, und habe dann nur gedacht, das ist total verrückt, jetzt kann ich da mitreden, ich habe das Essen vergessen. Am Abend dann, okay, dann mache ich jetzt halt was, weil wichtig ist wirklich, wenn Sie auch am Abend keinen Hunger haben sollten, essen Sie trotzdem etwas Eiweiß, denn wir brauchen die Muskeln, die sollen sich nicht auch abbauen. Wir wollen nur die Kohlenhydrate komplett einsparen, deswegen eben auch die ideale Kombination zu den anderen Sachen. Nach dieser einen Woche, wichtige Frage auch immer, Sie können eine zweite machen, Sie können nicht wieder machen. Ja, ja, genau. Aber dass Sie das können, ich höre es einfach gerade wieder, wir sind jetzt unter 100, das geht also runter. Heute Nachmittag machen wir was anderes. Ja, heute Nachmittag, das würden wir dann stricken. Ja, du lernst es. Wenn Sie zwei wollen, wie Barbara jetzt gerade gesagt hat, also quasi kurz noch verlängern, um eine Woche, dann müssen Sie natürlich jetzt zugreifen, und eben vor allem den Preis. Wir sind heute schon mal drauf eingegangen, ist der Weihnachtspreis, 99 Franken, für etwas, wo Sie sehr viel an Lebensmitteln sparen. Also Sie müssen praktisch nicht mehr kochen, wenn Sie ergänzen mit den Eiweisshakes, eben zum Beispiel von Barbara, dann sowieso nicht. Und das, was ich vorher so ein schönes Argument gefunden habe, dass sie einem dann Kleider wieder passen, also Sie können dann unter Umständen wirklich kleiderfrei schaffen. Jetzt haben wir einen Zuspieler, Barbara. Und zwar dieses Gespräch. Perfekt. Mit einem der Erfinder, Dr. Lübben. Liebe Barbara, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Grüße hier aus Köln. Und zum Thema Abnehmen kann ich nur sagen, das ist nicht so einfach. Denn wenn wir abnehmen wollen, Körperfett reduzieren wollen, dann müssen wir auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichten. Ich glaube, das weiss mittlerweile jeder. Aber es gibt ein kleines Problem, denn diese ganzen Kohlenhydrate aus Kartoffeln, Reis und wo auch immer sie herkommen, die landen nachher als Zucker in unserem Blut. Und von diesem Zucker ernährt sich unser Gehirn. Wir haben zwar einen gewissen Speicher an Zucker in unserer Leber, aber der ist halt irgendwann aufgebraucht. Und wenn wir dann weiter uns kohlenhydratfrei ernähren, dann schreit unser Gehirn, weil es leidet an Hunger. Wir haben Heißhunger und die entsprechenden Nebeneffekte. Und jetzt kommt Precursor ins Spiel. Precursor hat eine Vorstufe, die die Leber in Zucker umwandelt. Und dieser Zucker steht jetzt dem Gehirn zur Verfügung. Also können wir wunderbar insulinunabhängig eine kohlenhydratarme und fettarme Ernährung betreiben. Wir können richtig kräftig Körperfett abbauen und unser Gehirn ist mit Energie versorgt. Es kommt nicht zu Heißhunger und wir können die Diät wunderbar durchhalten. Tja, und das klappt. Und in diesem Sinne, Prost. Alles gesagt. Ja, alles gesagt. Wobei ich gleich noch mal ganz kurz möchte zusammenfassend sagen, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben. Es ist effektiv so, Sie essen weniger, wenn Sie weniger essen, haben Sie tiefer in die Kalorienbilanz. Man weiss einfach, dass es letztendlich eine Rolle spielt. Wenn Sie pro Tag zum Beispiel 2000 Kalorien brauchen und 3000 essen, dann haben Sie 1000 zu viel. Das ist dumm. Jetzt können Sie das natürlich ausgleichen, wenn es nur einmal ist, aber meistens ist es eben immer zu viel. Und jetzt gerade in den Lockdown-Zeiten bewegen wir uns ja noch weniger. Wir dürfen uns gar nicht bewegen. Also müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir mit dem Essen runterfahren. Aber runterfahren kann man nur, indem man weniger Kalorien zu sich nimmt. Zu einfach ist es eigentlich. Eigentlich heisst ja alles richtig gesagt, ausser man darf sich nicht bewegen. Sie können sich nämlich auch zu Hause bewegen. Ja, aber ich meine jetzt mit dem Spaziergang zum Beispiel und so. Genau, gar keine Frage. Also klar, mit dem Flexibar. Können Sie mal gucken übrigens. www.premiumshopping.tv finde ich jetzt eines der genialsten Homesports-Gräte. Flexibar von Barbara Kleiner, das Trampolin und so weiter. Aber die Normalbewegung, die man halt einfach hat, wenn man eine Stunde lang laufen kann, das sollte man halt nicht. Wir sitzen mehr. In Deutschland ist ja, glaube ich, sogar in der Ausgangssperre. Wir sitzen schon drei Monate in den Studios schon zu. Ganz viele Turnen trainieren zu Hause. Aber nochmal, das Schöne und das Wichtige zusammengefasst hier dran ist, es ist eine sensationelle Initialzündung. Wir sind am Anfang total ungeduldig und wir wollen Ergebnisse. Und da war es bisher immer so, ja, wenn Sie 500 Kalorien am Tag einsparen, am Ende vom Monat sind es dann auch drei Pfund. Und man denkt sich, bis ich dann in meine Jeans reinpasse, ist 2021 schon lange vorbei. Hier geht es um konkret drei bis vier Pfund in der Woche. Dann sind Sie quasi bereit. Und dann starten Sie durch. Dann machen Sie weiter mit den Tabs. Dann machen Sie noch einen Monat Slim Complete. Und dann, wenn Sie wieder raus dürfen und das Frühjahr kommt, dann wird jeder zu Ihnen sagen, wo, 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 was hast denn du gemacht? Genau. In dieser Lockdown-Zeit. Man kann es ja auch mal wirklich positiv sehen. Sie haben jetzt Zeit, sich um sich zu kümmern. Sie haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, mal eine halbe Stunde nach meinem YouTube-Kanal sich zu bewegen. Sie machen sich vielleicht mit dem Büchlein ein bisschen Gedanken, was esse ich am Abend. Und Sie können sich schon in Ihren Kleidersprang begeben und da mal sagen, das wird wieder passen, das wird wieder passen, wenn ich wieder rausgehen darf. Das finde ich im Fall etwas vom Grössten. Und wenn Sie wieder in die Läden gehen können und plötzlich irgendwie von der Grösse L auf M, sagen wir jetzt mal, gehen, das ist so, Sie werden das total, Sie werden so begeistert, das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie plötzlich merken, oh, eine Grösse weniger M jetzt. Das muss ja nicht gerade das S sein, aber einfach in einem gesunden Rahmen. Und genau da geben wir Ihnen mit dem Precursor alles an die Hand. Leider nur noch eine Minute lang, liebe Barbara. 99 Franken an unseren Preis. Was Sie auch noch gar nicht gesagt haben, ist, nicht nur die Gelenke profitieren, die Blutwerte, die Diabetiker werden davon profitieren. Sie werden tatsächlich ganz andere, Sie haben eine andere Haltung, eine andere Ausstrahlung, ein anderes Selbstwertgefühl. Es ist unbezahlbar, dieses Fläschchen. Und dann, meine Damen, werden Sie wieder eingeladen werden. Und was machen wir denn, wenn man eingeladen ist an einem Ort? Genau, man nimmt einen Eiweistab, beziehungsweise drei. Also Sie sehen, alles in allem greifen wir da wirklich ineinander. Das werden Sie auch sehen online, wenn Sie auf www.premiumshopping.tv dann sehen Sie Barbara Klein in die Produkte und sehen, wie alles ineinander reingreift. Also es ist effektiv so. Sie nehmen ab mit dem Precursor, Sie ziehen es weiter, Sie kommen vielleicht mehr Einladungen rüber, aber dann tappen Sie ja nicht in die Falle, Sie sind ja vorbereitet mit unseren Lupinen Eiweistabs. Drei vor jeder Mahlzeit. So einfach. Slim Complete, alles, alles. Jetzt höre ich gerade, wir kommen noch eine Art der besten Liste rüber, einen Rückblick von dieser Stunde. Also, da sind wir natürlich gespannt. Als erstes haben wir da den Precursor, das haben wir erwartet. Ja, genau. 99 Franken der Preis. Und wir haben... Ah ja, noch einen kleinen Hinweis gibt es. Jawohl. Ein ganz kurzer. Es ist schon parat, nämlich da. Passt natürlich jetzt derzeit an. Gell? Immunsystem Plus. Also hier wird immun unterstützt und das Ganze mit Omega-3-Fettsäuren, was natürlich ebenfalls eine grossartige Ergänzung ist. Richtig. Wir haben da, glaube ich, sogar einen kleinen Zuspieler. Voilà. Genau. Hier haben wir Vitamin C, wir haben Zink, wir haben Omega-3. Wissen Sie ja, kennen Sie Omega-3? Und das Ganze eben kombiniert in einer genialen Kapsel, die Sie begeistern wird. Du, Barbara, hast mir ja mal noch gesagt, und wir haben da drin, wie heisst das, du sagst immer Axastatin? Axastatin. Genau. Das ist ja das, was den Fisch braucht, den Lachsglaub braucht, zum Bergaufschwimmen. Ganz genau. Also er holt sich das mehr oder weniger auch aus dem Meer. Dieser Inhaltsstoff liefert Energie und das Ganze kombiniert. Nochmal, ich bin absoluter Fan von Omega-3-Fettsäuren. Wer von uns isst schon zwei bis dreimal pro Woche fetten, nachhaltig gefangenen Fisch? Genau. Niemand. Also das ist wirklich jetzt in, sage ich mal, Pandemie-Zeiten so das Produkt, das Sie müssen haben, das ich unbedingt dazu bestellen würde, das absolut Sinn macht. Ich selber habe auch da dürfen probieren. Wir werden es jetzt gerade wahrscheinlich noch live machen können. Es kommt darauf an, wie viel Zeit das wir noch haben. Das ist bei uns schon parat. Ja, der Abnehmmonat schlechthin. Gell. Jetzt, immer wieder, wenn ich sehe, der Preis, das ist absolut der Wahnsinn. 30 phänomenale Getränke, Sie verlieren schon von Tag 1 an Gewebswasser. Das heisst, wo sie es stört, Augen, Hände, Finger, Schienbein, Knie, spült es sozusagen raus, Gewicht wird verloren, die Kalorien, Zufuhr, nach Precursor zum Beispiel, wird einfach reduziert, und zwar aus Kohlenhydraten und Fett und Lust auf Süss wird genommen. Und dann haben wir für Sie noch dafür in dieser Stunde präsentieren unser Fuss-Wärme-Gerät. Nein, das ist das Fuss-Massage-Gerät. Das ist das Fuss-Massage-Gerät, genau. Ich verwachse es immer, gell? Eine richtig intensive Fuss-Massage, also da gibt es gar nichts dazu zu sagen. Ausser, dass wir da einen super Preis haben und Teilzeit, Teilzeit, Teilzahlungsmöglichkeit, 0811 11 22 und dann sehr beliebt in unserer Hyper-Arte, das freut jetzt dich wieder, Barbara, unsere Beauty-Gams. War mir auch klar, da schenken wir eine komplette Packung dazu, normalerweise kostet eine bei euch 49 Franken, hier kommt die komplette Monatsration, so viel besser als die Shots, so viel wertvoller und in dem Fall tatsächlich Haut, egal wo, wird in der Faltenfreiheit unterstützt. Finde ich ganz schön, wie du das jetzt gesagt hast. Was man da noch muss sagen, ist einfach auch der Geschmack, der sensationell ist. Sie werden sich also zurückhalten müssen. Selten ist etwas so Gutes gewesen und hat so viel Wirkung gehabt. Einblendet ganz herzlich immer wieder zwischen sie, dann ploppt so unser kleinen Adventskalender auf, der möchte auch gesehen werden. Ja, klar, ich finde ja auch eine schöne Idee. Ich finde es auch eine schöne Idee. Also, das sehen Sie unter www.premiumshopping.tv. Dann haben wir noch mal in dieser Stunde das Trommelwirbel. Ja, also auch der Preis. Nochmal 150 Kosten normalerweise so viel. Hier kommen 500, das sind drei, ein Drittel, um genau zu sein, aber nur in dieser Ausgabe mit Zimt. Deswegen die Diabetiker und Menschen mit Tendenz zu Entzündungen sollten sich gegebenenfalls tatsächlich zwei holen, weil der kommt nicht mehr. Genau. Also zwei würde ich auch, ich würde wirklich gerade zugreifen und bestellen, weil der Preis wird nicht mehr kommen. Und wenn wir schon bei Preisen sind, die nicht mehr kommen, dann haben wir natürlich nochmal jetzt den Brücker sehr ausgiebig präsentiert, weil er bei Ihnen zu Hause auch extrem gut angekommen ist. Das verstehen wir auch. Wir haben gesagt, eigentlich ist das wirklich so der Anfang jetzt von ihrem neuen Jahr 2021. Bestellen Sie den jetzt, das lohnt sich eben zu dem Preis, sind nicht mehr viele Lager. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wir in Deutschland, wir können ja auch in eine Apotheke gehen und uns dann für 100 Euro einen holen. In der Schweiz ist es exklusiv bei premiumshopping.tv. Sie haben keine andere Möglichkeit, einen Precursor zu bekommen. Das wäre es gewesen. Meine Damen und Herren, wir waren drei Stunden lang live für Sie da. Es ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Da sieht man, wie gut der Beckenboden trainiert wird mit einem Flexibar. Genau. Flexibar können Sie dann auch noch anschauen. Wir haben es schon gesagt, www.premiumshopping.tv. Alle Produkte, die wir Ihnen präsentiert haben, können Sie holen dort. Wenn etwas durchgestrichen ist, dann ist es weg. Ich würde mich jetzt beeilen. Wir haben heute Nachmittag nochmals Sendung. Das heisst, wir sind ab 1.00 Uhr. Genau, 13.00 Uhr. Genau, ab 1.00 Uhr sind wir wieder für Sie da. Dann nochmals drei Stunden. Und dort ist dann noch drei Plus dabei von der Plus-Senderketten. Das heisst, also wenn Sie jetzt uns sehen haben, dann profitieren Sie am besten jetzt auch gerade noch, weil am Nachmittag ist wahrscheinlich fast alles ausverkauft. Ich verabschiede mich einmal. Danke vielmals fürs Zuschauen und fühle Sie sich gesund. Machen Sie es gut. Bis nachher. Danke vielmals. Untertitelung des ZDF, 2020